debattieren ich habe den tausendmal gesagt kommt man hier denn irgendwo ein stream wo wir einfach neutral ist und ich will keiner da oben habe nur ich und du ja alleine so die trauen sich nicht hochzukommen weil bei kohle streams wenn ich da reden will die stummen mich tausendmal weißt du ja lass mich nicht ausreden ja wir haben mich doch und trotz dessen mache ich es trotzdem fertig da wo ich bei dingen damals wo hart noch auf tik tok war habe ich mit haben wir eine kleine debatte gehabt auf hallo sein channel da hatte zugegeben dass ein profit die ganze zeit besoffen war danach hat er gesagt nachdem ich ihn dann zerfetzt habe hat er gesagt ich mache jetzt eine channel aufkommen darüber ich mache nicht begraben bla 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 ich war doch bei ihnen weißt du noch mal ich sage ich mache dich begraben bla 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 du weißt du wie der rede dann okay sage ich ich komme was macht er ich gehen in sein channel rein wo ist ich gehe rein auf einmal sind das sieben muslime auf einmal darf ich nicht reden die stummen mich die ganze zeit ich darf nicht mal mein argument genau so ist es genau die melden mich die ganze zeit ich habe drei accounts verloren ich habe daraufhin musste ich 15 accounts kaufen für 150 euro damit ich überhaupt noch live gehen kann ich musste 15 accounts kaufen von der 50 euro nur wegen denen spartos man muss noch einmal ich habe doch ich habe doch mit ihnen ich habe mit ihnen eine debatte gehabt ja und da waren viele leute da und wirklich die die wirklich gehören hatten und verstanden hatten haben sie gesehen dass ich ihn auseinander genommen habe aus ohne zu mit ihnen irgendwie zu streiten und hin und hier zum schluss was ich ihn gefragt habe der konnte nicht mehr antworten was hat er mir gemacht hat er mir den joker hoch genommen ja nach oben und fängt an so war ja ich sagst du geh runter du ich habe ihn aus beschimpft alter sowie kleiner hund rund damit der mit dir will ich gar nicht und dann kommen die immer einer nach der anderen nach oben habe ich gesagt wenn du man bist dann kommt doch alleine ich bin alleine gekommen zu dir in dein stream und du konntest nicht mal antworten dann komm hier und danach bin ich rausgegangen was sagen sie alle zu ihm ja bruder wie konntest du mit ihnen reden diese kaffee und diese dings da und wie konntest ihr nicht euren ausdrücke sagen und hin und hier der hand gesagt zu den wo aller bruder du weißt wie ihr wisst ja wie ich bin er hat doch nicht mehr nicht beleidigt er war fachlich er hat alles gezeigt ich konnte ihnen selber von seinem und schade dass ich nicht aufnehmen kann weil es so das wurde alles aufgenommen ich habe noch von unten noch gehört was er gesagt hat sie waren sauer auf ihn dass er mir nicht ausdrücke gesagt hat dass er mich nicht beschimpft hat verstehst du so er war richtig ruhig der wollte gar nicht sagen die haben richtig alle die waren sauer auf ihn dass er ruhig war verstehst du die haben schon gemerkt dass er verloren hat verstehst du deswegen war sie sauer dass er mich nicht rausgekickt hat aber die hat schon weil er nicht mehr wusste hat er seine leute hochgeholt und das ist meine ich diese sind feier und ich habe ihnen gesagt kommen wo du willst folge mir nach zu karim ich bin zu karim gegangen da wo er wollte ja ich bin hingegangen da war diese abul kasem und diese idioten drinnen alles da und da habe ich mir gequatscht und wir haben mich rausgeschmissen ich sag's mir du mit kaffeln reden wir nicht und blablabla hat er mich rausgekriegt einmal so viel angst haben sie weißt du so die kennen nicht ich gehe in ihre stream das musste man und die und die sagen zu mir immer wenn du mann bist doch kommt da in der isa guck mal ich war schon mehrere male bei euch wenn ihr männer seid und wenn ihr wissen habt ja dann kommt man egal in welchem stream ein neutralen stream wir gehen doch zu atheisten stream wo neutral ist ja und ich debattiere mit jedem ich habe gesagt geholt man den imam von moschee den imam von moschee wenn er mehr wissen hat als ich und er kann mich gegen mich debattieren und er schafft ich würde es euch gegen euch alle hier ich würde heute zum muslim noch aber wenn ich ihnen alles zeigen ich habe gesagt wenn ich ihnen zeige ja was falsch ist im koran und diese ganze fehler im koran dann er muss mir versprechen dass er aus dem islam austritt und einer hat mir versprochen der bringt mir einer der richtig perfekt ist seit drei vier tage warte ich weiß ich weiß nicht ob ihr im stream war und er soll jemanden bringen und so ich habe gesagt okay ich warte immer noch ich warte seit drei tage auf ihn er ist immer noch nicht da das war ein imam wer war das weil das war das wie man ja bei fax bei fax genau da waren wir bei fax und er sagt ich bin ich sag ich warte auf dich seit drei tage ist immer wieder meinst du ein imam ja ja er soll mir ein imam bringen oder irgendeiner der so es gibt immer ein prinzip was man folgen muss alles was der islam verachtet muss man lieben ich liebe zum beispiel armenia aber mehr sind tolle menschen nicht neben juden ich liebe christen alles das was islam hast und verachtet muss man lieben dann immer auf der sicheren seite immer was mit dem imam gemacht habe italia sekunde ist italia wurde das war der lügner hassoni war das meinst du den imam bruder das war der wollte mir irgendeiner bringt er hat mir immer noch nicht gebracht also ich war ich weiß nicht was ich mit dem imam angestellt habe ich glaubt ihr mein bruder ich glaube ich weiß schon man die haben kein wissen die sind doch selber nicht zu hören was ich gemacht habe warte mal wie oder wir haben hier einen neuen hallo begrüßen immer da kannst du abspülen und ich habe mich noch mal in seinem leben gehabt danach wir haben da einen neuen gast da oben erstmal ich grüße die fische sein und ich grüße euch alle zurück auf jeden fall und ich wollte gerade deswegen ganz kurz ich gehe auch gleich wieder raus wie gesagt ich finde es gehört wie gesagt es ist irgendwie meiner meinung macht gehört sich das gar nicht dass religionen sich so ganz und bitte lass mich kurz ausreden ich weiß gerade reinreden jetzt eine sekunde schau mal es gehört sich nicht dass religionen sich so bekriegen weil ihr wisst alle schauen mal jeder jeder mensch jeder mensch der glaubt wird das war also den wahren weg finden und wen gott recht leiten will der wird recht geleitet wenig der nicht egal egal ob christentum die richtige religion ist nein für irgendwen oder islam der richtige richtige religion ist irgendwie nein das ist das problem das problem ich danke euch ich bedanke mich bei allen gerade die so nett zu hören das problem ist ich höre dir gerne halbe stunde zu aber leider nicht das ist auch dein herz ja ich küsse ein herz schau mal egal ob diesmal nur suche 488 dann weißt du also ich weiß sie nicht auswendig ich kann mir zeigen aber leitet nicht recht 488 les bruder ganz kurz eine sekunde eine sekunde ist schau mal das wichtig gerade sagen jede religion von uns egal welche religion jede lehrt uns dass man nicht gegen andere hetzen soll jeder das stimmt und das machen wir gerade alle alle egal ob das stimmt nicht weil das steht dass wir hätten sonst dann muss ich dir widersprechen mal lieber der koran ist anders der koran fehlt hier das war nicht deswegen da muss man aufpassen hast du ja ja genau ich kann jetzt zwei suchen dass ich jetzt mal suchen sei noch warte mal ganz kurz wir sind hier zwei ex muslims hier hier und ich wir haben den islam 40 jahre lang gedient ja also ich kann ja die surren ich kann ich kann dir die surren und die hadith auswendig in meinem kopf die brüder hier die holen sie alle aus dem aus dem tafassiere ich habe sie alle hier drinnen gespeichert in meinem böne weißt du so viel kann ich nämlich im islam wenn du mir zeigt eine verse eine verse im koran wo liebe gegen den anderen sagen dann zeigt mir jetzt und komm und spuck in mein gesicht gegen andere ich rede so erstens erstens dein körper wurde von gott erschaffen und wenn ich nicht dein körper anspucken würde dann würde das eine beleidigung für mich ist egal ist egal ich meine aber zeigt mir dass ich gerade das bin ich gerade kurz benennen aber nicht mutmen zu mutmen aber nicht und wir machen dass die lachen der macht immer dieselbe fehler wie die anderen lassen wir jetzt ich bin ja nicht da um dir meine religion zu erklären wenn du die religion interessiert dann ich bin reingekommen ich habe dich ausreden lassen danach habe ich geredet korrekt aber sehr nur du machst du ansprüche mann ich mache gerne ansprüche ich bin doch nicht was ich für mich sehe du bist ein mensch du redest mit deiner menschliche seite alle eine was sie du redest von deiner guten seite von der menschliche seite aber wir reden jetzt nicht menschlich wir reden vom koran und was diese gehen lehre in koran ok ok mein zu kisten tun müsste ich religion ich bin ich bin ich bin agnostiker ich bin kein christ verstehst du was ich meine ich bin kein christ ich habe ich habe gerade verstanden dass du sagst ich bin kein christ aber ich habe sogar die christen sogar die christen sogar die christen oder die juden oder die die atheisten oder die buddhisten oder sowas keiner sagt zu mir keiner hasst mich keiner hasst mich so viel wie meine leute die islam keine hast mich wie die muslime ich bin mutter habe ich bin mutter weißt du was sag du mir mal du bist doch muslim was macht man mit einem mutter bitte sagt mir aber aber sei mal ehrlich im wirklich du bist jetzt warst du ganz ganz nett und kann sie sei mir bitte ehrlich was macht man mit einem mutter im islam ich bin mutter doktor doktor ding sei es mutter was macht man mit uns beide im islam oder ich bin ich bin ich bin ich bin kein richter und alles aber wie du weißt aber diese ecke weiß jeder wenn ich mein sohn frage fünf jahre als er sagt mir was da passiert mit dem islam siehst du diese heuchlerei mag ich nicht ich mache einfach direkte leute die sagen eins zwei drei ja da eine sekunde mutter eine sekunde ganz kurz lass mich bitte reden ich verstehe dich ich weiß doch ganz genau was du meinst du hast du hast ich gebe dir sogar zu ich gebe zu du hast recht okay du hast recht aber wir sind selber keine richter wir dürfen nicht richten es wird es ist es wird gesagt was man machen sollte aber einfach selber ich allein bin der richter er allein richten irgendwas machen aber bruder aber bruder du sagst allah selber richtet aber wer macht denn mein nackentherapie mit mir allah oder der derjenige der mich erwischt jetzt mal ganz ehrlich also ganz also hand aufs herz und bisschen mit gehirn verstand allah ok wenn du mich in ruhe lässt wenn du mich in ruhe lebst mein leben leben dann habe ich kein problem mit dir und mit den religion aber lässt ihr mich in ruhe wenn ihr mich erwischt allah nimmt mir mein kopf weg oder er nimmt dir mein kopf weg wer nimmt mir mein kopf weg aber daran siehst du doch dass das stimmt doch nicht was du da sagst du verstehst gerade was warte mal du verstehst gerade nicht was ich gerade gesagt habe du es geht darum es geht darum gott sagt ich selbst ich selbst richte also er selbst richtet oder oder nein warte 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 es gibt diese soore sagt wieso sagst du nein wenn er so drin steht wieso nein das steht doch aber ich sagte die surah ich sage sie gerade können wir dies von deinem kopf drehen vom koran du kannst du nicht mal dein koran ich rede von deinem koran du kannst nicht wenn wir so was machen alle bestraft unsere wir sind die menschen wir haben nicht das recht dafür ja nie okay aber niemand mich wenn ich mich bestraft warte ich bin für nichts wenn jemand mich bestraft war ich doch bis zu anlage ja oder ja weil ja also ich lenne mich jetzt hier ich lasse mich hier ich lasse meine frauen vergewaltigen ich lausse mein kinder vergewaltige ich lasse meine ganze familie umbringen und hin und hier damit ich erstmal vor allah ich bin kein christ ich kann nicht warten wenn mich jemand kommt ja klar natürlich natürlich hast du den koran nicht gelesen junge hast du den koran bitte zeig ihm bitte zeig ihm bitte zeig ihm bitte was ist der mulkel jamin und ich zeig dir ich komme wenn du weil du das gefragt hast ich gebe dir sogar diese ja ich gebe dir haditha mit koran das ist die sache warte wurde wurde hat wo diese wo diese krieg war die sind ja hingegangen und bei den araber früher bei den aber die haben ein bisschen ehre gehabt die aber ja sie waren ehrenhafte aber sie haben gekämpft damals aber die waren gegenseitig aber die haben ehrenhaft zum beispiel wenn die frauen verheiratet waren ja das ist das heißt was ja auch was vielleicht hast du davon gehört merkt ihr diese name autos so diese leute haben gekämpft die sind da reingekommen und damals die aber wenn die frauen verheiratet waren und ihre männer waren da die haben die nicht genommen und als sex ist sklaven ja also wir haben sie nicht genommen als sklaven oder sechs geschlagen ja so hat sie sich nicht gemacht das waren sie weil die eine ehre hatten so diese autos sind da reingekommen hat mohammed die befreund dahin zu zu gehen und sie überfallen so haben sie überfallen und dann haben sie gesagt oh mohammed wie haben die die erfahrung aber diese frauen haben noch männer sie sind noch verheiratet die haben männer literatur ab und das ist zu koran dass sie ruhe herkese aber bist du aber okay pass mal bitte den tafsir für diese surah im koran diese surah die ist es kam eine surah extra im koran guck mal es kam eine surah extra im koran ja im koran kam eine surah extra damit sie den sagt ist halal auch dass ihr diese frauen auch noch mal durch nimmt was hast du was hältst du denn davon obwohl die araber mehr mehr respekt und mehr mehr die zeit im koran eine surah extra gekommen du mir eine du mir einen gefallen wenn du ja aber ich kann es gibt auf der webseite uni göttingen da gibt es eine transliteration vom koran und da kannst du es auslesen weil dann verstehe ich das weil die bürste wo kann ich nicht lesen aber ich kann die transiteration verstehen habe ich warte mal kurz ich lese ich lese nicht ich bin ein araber und ich habe die arabische sprache gelernt in mein land und ich kann die arabische sprache sehr sehr gut und ich bin aber ich habe sehr mächtig also weiß ich den koran lese ich lese auch mal ich lese nicht auf deutsch und ich lese nicht für koran auf englisch ich lese den koran auf arabisch und dann verstehe ich ihn tausendmal besser als er ist das auch deutsch lieben und geh mal bitte auf die uni göttingen uni göttingen weil da habe ich auch da habe ich auch gelernt geh bitte auf die uni göttingen da gibt es den koran bitte geh mal kurz auf uni göttingen und dann kannst du das selber sehen und zeigt mir keine screenshot oder der powerpoint präsentationen das kann das kannst du überall rausschreiben geh mal bitte auf dieser seite da gibt es alle haben diese alle vor das ganz leicht finde ich nur die nummer muss nur eingeben habe ich so du sagst mir gehen und lesen mal du ich habe die gelesen bevor du schon überhaupt gesehen hast diese hat diese du so ist diese selber geht ich habe dir den namen gegeben du sollst gehen ich habe diese hat ist schon tausendmal gelesen nicht einmal und zwar auf arabisch und super immer so ich brauche kein uni oder muni ich habe die gelernt in arabische sprache und ich kann die arabische sprache lesen und verstehen verstehst du im gegensatz zu dir so dann geht du mal dann geht du mal ja du mal recherchieren nicht ich habe ich habe gerade gesagt was wird kommen 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 gehen auf deine uni oder wie die heißt diese seite g und schreib mal rasu wird autos schreibt mir schreibt ihr bitte die name rasu hat du autos schreib mal den namen richtig das wird auch das und geh du recherchieren ich brauche nicht so recherchieren es ist nicht mein ding da hier ist aber du verstehst kann nicht was macht uns gern unterschiedlich auch mal eine frage stellen jetzt warte 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 mal ganz kurz ganz kurz ganz wenn ich jetzt jetzt rausholen warte war wenn ich dir die rausholen von dein uni jetzt ich mache mir jetzt sehr mühe und holt ihr dann genau wie ich dir gesagt habe was passiert gehst du aus dem islam raus oder machen wir nicht so viel diese heuchlerei mag ich nicht wenn ich dir die scheiße jetzt raus hole aus dem koran und aus dem hadith gleich raus bei deiner uni was du da haben möchtest ja bei dieser seite wo du haben möchtest wenn ich dir das rausholen da und mir die mühe mache und da steht ganz genau wie ich dir gesagt habe ich verlässt du den islam verlässt du den islam dann hole ich dir dann mache ich mir gleich die mühe für alle leute die hier im chat sind ganz wohl diese 90 leute die hier im chat sind ich hole dir gleich aus deine seite was du die haben möchtest diese hadith und diese koran verse und wenn du den islam verlässt du ich mache mir die mühe und hole dir alles aus was ist das ein deal so deswegen ja du bist ein heuchler ist egal ob ich dir hole oder nicht hole pass mal auf du bist ein heuchler egal ob ich dir hole oder nicht du willst trotzdem sagen diese uni ist falsch verstehst du ich kann euch doch mal ich debattiere nicht heute mit euch da rein geht doch da rein was machte lag hau ab ja ff du nervst ja geht doch selber und recherchiert ff du nervst ja geht doch selber und recherchiert doch selber ich bin nicht ein kindermädchen soll ich die will ich auch noch füttern soll ich für dich auch so dass er denn dein essen geben oder was denn die los ja noch kommt wenn du selber wenn du selber wieso soll ich mir die mühe machen für dich wenn du auch was ich denn für dich die mühe gebe und du wirst sowieso verliegenden du wirst sowieso verliegenden wieso sich mir die mühe geben finden wir das wieso ich sage doch jetzt ja ich sage dir jetzt ja ich sage ich habe hier gerade gesagt verlässt du den islam wenn ich dir die bringe wenn du sagst ich verlasse den islam dann mache ich mir sofort die mühe doktor schicht du hast du sie kompeten vor dir gehen wir bitte auf diese seite was er will so und ich zeig dir gleich welche aus oder ist es und schreibt du wenn du guck mal wenn du den islam nicht verlässt dann bist du ein ehrenhafter mensch also ich bin da ich finde ich das denn da da hallo so dass alles so aber war schön nikahen des wahren hieft also mal die seite uni-göttingen.de ja ich bin die steigen wasser wenn ich die koran eingeben kommt da kein super liebten normal schon ich weiß nicht normal schon seine mal lieber guck mal du sagst wo steht das denn koran wie können die das wirklich aus dem koran steht dass da was hier gerade gesprochen habe wurde aus dem koran brauchst nicht glücklichen lassen 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 wir waren nicht würden wir waren nicht umsonst 40 jahre muslim und wir haben alles ich habe gelernt von von kleines an mit kleines kind habe ich diese koran gelehrt von unten bis nach oben du willst mir kommen hier und du kannst du mal wort arabisch du willst mir hier verzweifeln was ich gelernt habe egal lassen ich von seiner seite ist aber ich würde ihn so blamieren jetzt zwischen euch neben haben jetzt auch ich habe kein problem dann brauchen von der ziel dort ich weiß kein problem aber wenn du jetzt nicht aus dem islam austritt und sagst du der islam ist ein falsche religion dann wirst du schon sehen was mit ihr mache nimmt man bitte eine auf den stream nimmt man einer von den stream bitte alle auf nimmt man alle auf und ich finde hier kein koran muss muss ich das eingeben dass ich irgendwas finde du musst trans trans literation angeben dann findest du trans literation ok ja 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 eine sekunde ich muss kurz was erledigen ist es gerade moment das englische wort man zu trans lesion oder was hat so trends lay in versteht denn da internet server fehler wenn ich das eigentlich daran siehst du schon was er gibt nur weg nur weg also ich habe das jetzt live eingegeben das hat jeder gesehen ich habe ja hier nichts gemacht gott desägen gar nicht immer kurz und noch suche und noch suche und dann gibt ein koran trans literation trans literation ich habe es ich habe es ist eine pädel wie kannst du dir unternehmen was soll ich hier mit pdf wir wollen ja in der suchmaschine haben das ist nicht dass wir sofort herankommen ja ja das heißt ich habe es hier ohne gottigen koran ohne keine pdfs und keine bilder und er gibt selber eine pdf das ist eine sprache die ich nicht verstehe deutsche buchstaben übersetzen da kannst du darunter lesen ist kein problem steht arabische schrift oder einfach arabisch auf deutscher schrift nur kurz schnell sehr neu was willst du jetzt aus diesem koran entnehmen denkst du dass dieser koran jetzt richtig ist oder was ich will einfach nur wer es bekommen du willst einfach nicht richtig weil das wurde von von ok du willst du bist nicht geben wir sind aus der besten quellen dann sehen eben der so der das wurde von dem christ sogar geschrieben ja ich hole dir die araber mein freund alles gut da kannst du vergiss mal die christen ich gehe zur quelle des islams dann gebe ich dir alles gut ich habe bis jetzt koran nicht oder nimmt du nimmst auch die haditha an oder niederfassiert auch oder die sache sind naja guck mal es gibt haditha ok wir sind von allen gelehrten eingesehen es gibt auch verschiedene rechtsschulen was ist was ist denn für dich sei buchhari nimmst du sei buchhari sei muslim und und sind dann abidaud naja ich habe mich naja nicht naja nimmst du die oder nimmst du die sage ich heißt das alles sage ich bei dieser buchhari und muslim ist alles der heißt sage buchhari sage muslim bei buchhari es gibt keine darf es ist nur was er erzählt ist immer sache verstehst du ja 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 kriegst du doch alles du kriegst alles von mir gleich warte leider du kannst ja kein arabisch sonst hätte ich dir sofort rausgeholt nur leute das ist das ist der digitale koran aus saudi arabien authentischer geht nicht mehr da kannst du mir mit welcher wäre es geschichten kommen welcher fest willst du das was er mir zeigen wollte gerade das ist also das war über sklaverei bei der frauen quasi 24 haben wir das ist so 24 da haben wir die sklaven drin gibt die rechte hand soll ich die 424 aufmachen sogar jung ich kann sie auch verraten ja nur kurz der steht weil das sonat um in anisar immer das heißt so anisar wo ich so dann ist er probos allerdings will die ganze aber sucht will die ganze zeit moni haben nur dass ich jetzt gesagt habe ich habe jetzt nicht aufgepasst ja liebe geschwister wir haben hier die sorde 424 wenn ihr sklaven haben wollt dass ihr sklaven haben kann ist das auch eine seite hier haben wir den text auf arabisch ich wiederhole noch einmal authentischer geht es nicht saudi arabien original wird zu lesen will jemand lesen ließ für ihn auf deutsch aber habe ich verstehe ja sowieso nicht dass ein land man von dir mein großer machen wir nicht selber lesen willst wie du willst und verboten sind euch von den frauen die verheirateten außer diejenigen die eure rechte hand besitzt dies gilt als alas vorschrift für euch erlaubt sind euch erlaubt ist euch was darüber hinaus gesetzt nämlich dass ihr mit eurem besitz frauen begehrt zur ehe und nicht hurerei in klammern frauen welche von ihnen ihr dann genommen habt denn gibt ihnen gibt ihren lohn als pflichtteil er liegt aber es liegt aber keine sünde für euch darin dass ihr nachdem die pflichten festgelegt ist darüber hinausgehend euch miteinander einig gewisser leistet wissen und da richtig und hier ist es für uns maßgebend die die eure rechte hand besitzt die eure rechte hand besitzt sind sklau wienen hier haben wir noch den arabischen text dazu nur so alle anderen so hast du gerade gesehen wo ist er denn um rechts erst stimmt schaue hast du nicht gesagt und nicht hurerei oder und nicht nein warte kurz und du hast nicht das ist auch kein problem hier wenn du bezahlst dann ist in ordnung dann geht es nicht an sünde wir beziehen uns auf diesen hier und die eure rechte hand besitzt das sind sklau wienen und der rechte hand besitzt damals frauen damals frauen schau es gab es gab ja sehr wenige männer und viele frauen deswegen hat man das ist doch kein mühle jetzt erzähl doch kein mühle jetzt es geht jetzt darum herr mal zu herr mal zu herr mal zu warte 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 guck mal guck mal jetzt herr mal zu dieses diese surah es gibt doch dafür für diese surah oder für jede surah gibt es dafür stimmt wo steht hier wo steht hier warte doch mal warte doch mal für jede surah im koran gibt es mein gott das mich doch ausreden ja das ist diese surah immer doch mal zu die ist doch nicht so ende diese surah ist gekommen und mannach hat ein mannukum ok es sei bei ja kommen auf agabisch es sei bei den lati beinahm und beinah es war johannes aber fachal lakum ja fachal lakum also das ist halal lakum dass ihr die nehmt und die durchnehmen früher die araber die hat die war daran das war die durfte nicht nichts und jetzt nächstes liest du zu dieser surah zu dieser surah ja dieses wora gibt dann nicht einmal das heißt nicht deine zu hör doch mal jetzt zu dieser das hier was du ließ gerade selber widersprochen nur kurz schnell nur kurz schnell dieser surah sehr neu was verstehst du nicht mein freund ich lese dir noch mal der versteht sowieso nicht er hat verstanden aber ich will das nicht verstehen wenn ihr euch selber widersprechen in derselben surah steht in derselben surah steht dass nur sie nur diese vers im koran hört doch mal zu diese surah ist im koran gekommen ok jetzt lesen wir der tafsir zu dieser surah nicht dein hadith nicht dein tafsir nicht meine tafsir der tafsir zum beispiel von tabari von ibn kathir von irgendeiner der große gelehrte ok jetzt machen wir sie müssen die tafsir zur seite nehmen wenn du das doch hier hast wenn du doch deutsch kannst dann verstehst du das du verstehst doch sowieso nicht er sagt du dir diese du sollst die guck mal diese surah was ich habe ich erkläre ich erkläre dir den islam pass mal auf ich erkläre dir den islam kurzer fassung wenn du sowieso nicht verstehst hör doch mal zu hör mal zu hör mal zu ich erkläre dir den islam jeder vers im koran jeder vers in jeder surah im koran erklärt doch aber wartet doch mal kurz hör doch mal zu jeder für jede surah im koran ist gekommen ja nach irgendeiner geschichte das heißt es gab kein vers der im koran gekommen ja bevor da irgendetwas passiert das heißt jedes mal es gab eine geschichte oder es gab eine razwa oder es gab eine eine tat und dann kam ein vers dazu und genau so diese vers kam dazu wo diese ras wird autos das heißt wenn du den tafsir für diese surah liest warum diese surah gekommen ist ja im koran dass er dir sagt wo man männer kann einmal kommen weil ich habe dir gerade die so die die geschichte dafür erzählt diese tafsir für diese surah gerade gelesen vorhin und erklärt auch auf deutsch das war diese raswad hat die leute hingeschickt die haben die genommen die araber früher haben die frauen wenn sie verheiratet waren haben sie nicht als sklaven genommen wenn sie verheiratet waren haben sie losgelassen weil sie verheiratet sind weil sie eine ehre haben verstehst du sie hatten ehre gehabt und wir waren richtig stolzer menschen sie haben gesehen die frau ist verheiratet sie hat mann und dann haben sie nicht als sklaven genommen sechs slawen verstehst du genommen die da haben die nicht genommen weil die eine ehre haben aber da kam muhammad die ehrenloser und hat den sogar erlaubt die haben ihn gesagt wir haben die gefunden aber sie haben männer was macht man mit denen dann hat er gesagt egal ihr könnt sie nehmen das heißt die ihr kann sie auch nehmen zu sechs sklaven verstehst du das ist mal meine karte einmal gekommen das sind sklaven ihr könnt sie trotzdem sie nehmen wir haben sie gesagt sind feier hat er gesagt trotzdem kann sie sie nehmen als sklaven sechs sklaven hast du jetzt verstanden oder hast du immer noch nicht verstanden sechs sklaven ein ehemals zu gelesen auch wenn sie jetzt verstanden und da steht der liest ja gerade der bruder liest ja gerade aber anscheinend willst du willst ja gar nicht verstehen weil du es jetzt was sie will ich das so aus dem islam nur diesen wort ganz kurz schau mal schau mal dieses wort was oder gerade gelesen als als sklaven auf arabisch gib mal ein gibt es mal auf google ein und dann schreibt also die bedeutung die bedeutung die bedeutung die bedeutung die bedeutung die übersetzung also sek also diese diese rechte hand was heißt denn rechte hand auf arabien zeige egal wie du flüchtest egal wie du flüchtest kannst du nicht flüchtet ich wir haben deine seite von von saudi arabien aufgemacht ja diese diese legale sagt dass keiner kennt die verdient direkt und ich habe hier gerade den tafsir und ich habe die auch die geschichte dafür dieser vers gezeigt also abhauen kannst du nicht jetzt willst du wissen was die rechte hand ist jetzt willst du wissen was rechte hand ist ich bleibe hinter dir bis du sagst ich bin keine muslim mehr nein jetzt sagst du im stream dass du kein muslim mehr kannst du das machen spart aber ich habe nur ich kann man nicht was soll ich über was heißt denn was heißt denn diese sexislaven und du beantwortest nicht meine frage was ich gestellt habe vorher einmal für dich und verboten ist euch von den frauen die verheiratet sind okay aus gut außer diejenigen die eure rechte hand besitzen die sind das ist verstanden ja und der hat den gesagt und der hatte die haben gesagt die ist klar immer so immer so ich erkläre dir dabei du nicht verstehst der hat gesagt diese frauen verboten gewesen die verheiratet waren außer wenn ihr sie nimmt und sechs sklaven macht verstehst du die waren verboten dieses diese frauen diese frauen waren verboten damals dass sie der genommen werden als 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 links das sechs lab aber wo der prophet kam dann hat er den gesagt trotzdem kennt ihr die als nicht also rechte hände nehmen das hat sogar diese recht diese nicht gebrochen aber richtig sechs namen doch das heißt sechs langen mann du hast du hast gerade man mann du kannst du einmal an einem mann und kommen sind sklaven du kannst sie verkaufen du kannst mit denen alles machen was du willst lies doch mal das ist was steht in der sklaven steigbar zeigt bei ihnen hier ist muss geliehen guck mal was steht denn da was steht denn da steht in der rechte hand besitzt im koran ja den sklaven häufig auch mit der bezeichnung rechte hand besitzt und gemialin ja das hast du gesehen hast du gesehen dann das schlimmer aber das wird die bedeutet liebe die betonung liegt gerade auch häufig in welchen wer ist also das heißt nicht immer das heißt nicht immer häufig jetzt sagt alle mohammed jetzt sag mal scheiße alle mohammed kommt sagt man kommt sagt man jetzt hast du jetzt mal lohnen die haben alle gesehen sie haben alle gesehen jetzt hast du die verlässt du den islam jetzt immer ich komme jetzt verlässt du den islam hier kommt kein deutsch deswegen guck mal dass ich verstehe dich nicht du ehrenloser mensch du bist ein ehrenloser mann du hast keine ehre weißt du also wenn du dich verheiratet ist dann können sie dich seine frau rausschmeißen so pfeife dass sie so ein habt ihr gesehen jungs habt ihr alle gesehen im stream habt ihr gesehen 80 leute sind hier habt ihr gesehen dieser oder jetzt was er so erwartet das sind so 99 prozent albanen sind die einzige voraussetzung ist dass du sicherstellen muss dass sie nicht schwanger ist ansonsten darfst du sie selbst wenn sie jemand hat da steht die barriere drin das steht bei der bruder das schlag mal schlag mal abu da wird 21 50 das ist die gleiche geschichte was der bruder zitale gesprochen hat ich kann euch mit suchen vielleicht dazu was sagen schlag mal abu da wird wo es bruder du brauchst nicht man sie sind alle holster und die jünger und ehren die sind ehrenlos die sind alle ehrenlos die haben keine ehre verstehst du ihre ehre ist wie mein eri so so viel zu ihrer ehre sie kommen hier und spielte soll wir haben ehre wir haben links die sind die schlimmsten leute die es gibt diese muslime die haben ehre wenn er ein mann wir setzt das ein hätte sein volk an oder 21 50 das ist die gleiche geschichte eigentlich deutscher so hier steht eben macht man leute über den apostel allahs feuer und flamme sei auch ihm berichtet dass er sagte eine frau sollte ihren körper nicht direkt am körper einer anderen frau reiben so dass sie ist ihrem ehemann gegenüber so beschreibt als würde er sie ansehen das ist hier lässt bezeichnen das ist hier welche war das bruder was sie auch mal so meint hast du noch 21 21 das ist nicht richtig also nicht 55 gesagt nein das habe ich jetzt gesagt welche war das jetzt ein und muslim machen wir muslim oder 34 33 die geschichte von bruder sita will ich das bestätigt habe von er musste genau sein muslim 34 33 will das einmal dass er es auch bestätigt bekommt von mir dass er was er erzählt dass es auch wahr ist weil das ist nicht einfach das stadion der redet nicht einfach aus unwissen da sind ja die hat diesen kurz also das ist jetzt bei mir geschrieben aber ich kann mich auch ein bisschen täuschen aber gucken dass die geschichte von rhein auf jeden fall also das muss muslim sein muss dem 34 33 sein 34 33 ja ok ja ok das ist er laut mit einer gefangenen frau geschlechtsverkehr zu haben nachdem sie gereinigt von der menstruation und entbindung wenn sie ein ehemann hat ihre er wird aufgehoben nachdem sie in gefangenschaft gerät legen ja 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 und noch mal jetzt 34 33 dass das gleiche oder 33 ist bestätigung dass diese kriegs sklaven sind vor ein sind das bruder das ist gleiche ja ja ich habe ich gerade ja ich weiß ich ja 34 33 jahre genau hier es ist erlaubt eine gefangene frau geschlechtsverkehr zu haben nachdem sie dass das gleiche sei muslim 34 33 menstruation eine ehemann auf die er wird aufgehoben sobald sie gefangen wird das heißt er kann mit ihr sex erhaben sie als sex glaube ich doch bitteschön das war der bumm was in seinem gesicht rausgeplatzt er will mit wir debattieren er will mit mir debattieren nach nicht mal dahin allah akbar und der muhammad kann mit mir debattieren junge ist ein allah akbar kann mit mir debattieren du willst mit mir debattieren du idiot das gibt es doch nicht alter die gehen mir so offen sagt so eine ja jetzt will sie mit mir debattieren ich habe alles hier in meiner platte da oben gespeichert junge so eine vollpfosten ergeben mir so offen sagt wo ist der nächste wo ist der nächste die tschuldige tschuldige bitte ich wollte nur sagen ich bin wieder ein bisschen unten meine kinder sind noch wach bis nachher danke sehr spaß ja tschuldige danken und gute nacht ich bin noch da ich bin noch offen später ja gottes segen geht gut und der ja auch soweit wir haben wir bei 99 gast da oben die grüße nicht erst mal jacobus ich kenne ihn nicht ja zeig jach jach jich jach 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 Du bist ja am Video. Der Kottl wurde erwartet, oder was er hat. Aber hattet es weiter. Ich weiß nicht, warum es war. Weil er nicht zu sprechen, kommt er. Wenn er nicht zu sprechen, Agora, und einmal eine Sekunde! Wenn er nicht antwortet, dann sofort wegschmeißen. Eine Sekunde? Weg damit! Je mag gerade sein Mikrofon, die Stimmung weg und direkt rausgespissen. gesehen diese diese ehrenhafte dieser diese unehrenhafte mensch diese ehrenloser da der gekommen ist diese albaner der hat keine ehre wenn ich ihn noch mal sehe also irgendwo in die ich würde ihn so fertig machen habt ihr gesehen das ist das ist so eine sache bei den weil die wollen da da steht sogar in deren koran deren koran diese sklaverei quasi und dass die mit dem machen die was die wollen das immer um er sagt erst mal diese seite aus gütingen letztendlich das war ja nur pdf pdf kann natürlich meine tante auch schreiben das ist einfach quark ist das was der sagt leute deswegen ist sie selber alle aber ja und übersetzung von den kauf aus gütingen das hat sich verstanden was in ordnung an alle die mir hier schreiben und dann danke an euch alle jungs und mädels die mehr auf meiner seite sind sonst normalerweise die wollen das nicht akzeptieren bruder in der in der schlacht von huran und von hat was hat muhammad selber die leute dahin geschickt guck mal ich schließe kurz was vor leute sie besiegt natürlich nachdem der huran und hier etwas die die stammdörfer quasi die jude quasi bekämpft haben sie besiegten sie und nahmen sie die gefangenen eigenige gefangenen des apostel allahs zögerten wiegen ihre heidnische e-männer geschlecht verkehrt mit ihnen die weibliche gefangenen zu haben also sandete allah der erhabene ein koran feste ab und alle verheirateten frauen sind euch verboten außer die gefangenen die eure rechte hand besitzt das heißt das heißt die sind für die rechtmäßige wenn sie ihr wartefrist abgelaufen ist die zunehmt muhammad sagt vergewaltigung von leiblichen sein können sünde sein aber hier spricht er sich wieder albukhari sagt ein mann fragte wir verdienen geld mit diesen sklaven andere erzählungen wie in prostitution können wir also weitermachen mit dem machen der prophet er sagte das ist keine sünde weil ihr euer brot damit verdient muhammad hat diese quasi versklavere mutter sage ich jetzt eher mit sklaven bevor würde damit die leute halt überleben können die haben quasi die frauen versklavt und damit geld verdient er war dafür nicht und wenn wir in koran suche 70 39 29 30 und diejenigen die ihre intim bereich erwachsen außer im fall ihre frauen oder diejenigen den ihre rechte hand besitzt denn diese sind sicherlich nicht zutaten also hier sagt er die im themenbereich quasi gewachsen sind dürfte die mit dem machen was ihr wollt und wenn nicht die kleine kinder auch dazu er hat alles hergegeben haben hat das immer wieder bestätigt ja das ist hammer ist das und du liest die so du zeigst den aber nein nein das stimmt nicht das ist erlaubt bei dem mit sklaven mit kleinen mädchen laut die suche 4 24 unterschlagen die 4 34 es ist anlauben und da sind ja halt diese sachen was damals passiert ist im hammer hat das erlaubt vor allem er hat das er hat das angenommen allah hat es erlaubt allah hat die suchen runter gesandt mohammed hat das immer wieder bestätigt mit jibrail also der täter ist eigentlich der in knast kommt allah allah dieser kohle ich sag's dir deswegen habe ich mir keinen bock zu machen so viel mühe für so eine vollidioten weißt du er hat gesagt ja zeigt mir ich habe gesagt wenn du denn ich glaube ich zeige dir ich mache mir die mühe und guck mal ich habe mir die mühe gemacht und der ist ein ehrenloser mann verstehe so sind die die muslime sind einfach ehrenloser männer die haben große fresse und ehrenlos die sind da verstehst du da sind alle schmuchten alle sind wieso er wusste das auch kummer der hat nämlich extra als wir verzieher sind hat er direkt zu sich gesagt haben wir brauchen doch keine testieren man kann das so verstehen dass der musste genau was da steht deswegen der wollte deswegen habe ich auch gefragt ob das hat passiert und hier hat diese annimmt ja ja die nur tätig ja mehr als muslimo da wo gibt es gar nicht oder nicht das ist natürlich genug was willst du noch mehr ja siehst du man musste halt immer nicht in der falle stellen sondern den einfach immer vorlesen ja oder nein also der hat hier geheuchelt leute der hat dazu gesagt ich werde und guck mal starten gezeigt deswegen ist immer lügen bei den erlaubt die dürfen lügen wenn die uns täuschen wollen die sind alle auf dem karten das ist das problem bei den niki du kannst sprechen gehörig okay super ich bin wieder im auto ich habe gerade mein auto ein bisschen abgewaschen ja hört doch gut an gott also jahre schreibt in der bibel jeder der zu ihm kommt wird zuerst von ihm gezogen das heißt du wirst sie auch viele leute treffen dies überhaupt nicht begreifen wenn du denen die wahrheit erzählst weil so wie es in der bibel steht die wahrheit ihnen in den ohren wehtut das tut ja wahrscheinlich bei denen nicht in den ohren sondern woanders ohne weh tut das auch nicht an und das ist einfach der problem das problem ist die haben den heiligen geist nicht und die können es nicht verstehen aber sie wollen es auch teilweise nicht verstehen das heißt die aussage in der bibel ist wir kämpfen gegen unsichtbare mächte das heißt gegen dämonen die menschen beeinflussen gottes segen es ist einfach so dass ich erlebe es auch immer wieder wenn ich auch solche themen anspreche wie was weiß ich mit dem schabbat und diesen ganzen käse und dann jesus wirklich geburtstag hat und so was weil es ist ja zu so kotter und nicht zu weihnachten weihnachten ist ja ein römisches fest da kriege ich so viel gegenfeuer aber das ist normal damit müssen wir leben weil es steht in der bibel ja drin das bleibt nur noch 30 prozent der weltbevölkerung übrig alle anderen gehen über die klinge so oder so ich meine es ist gut dass wir daran arbeiten und versuchen daran andere mitzunehmen aber wir brauchen uns nicht zu verrückt zu machen wenn es nicht klappt weil das sind dann halt dann die teile von den leuten werden dann nachher nicht mehr am ende dabei sein die sind dann schon tot oder was auch immer und dicke darf ich dich was fragen du hast eben jahwe genannt genau jahwe ja was wirst du für ein christ nach der bibel und zwar nicht evangelisch oder sonst irgendwas ich gehöre keiner konfessionen gewesen kurzer werdegang ich bin evangelisch gewesen als als baby getauft dann mich hat mich vom gott entfernt weil ich in welchem leben gehabt habe wo ich gesagt habe das kann so nicht richtig sein wenn es ein gott gibt dann hätte ich das leben nicht als kleiner junge schon und bin dann nachher in esoterik abgedriftet und nach was weiß ich ayurveda und also scheiß naja jedenfalls die nahe mara ishi sekte da war ich auch mal mit zu gange hatte kontakt dazu und hatte auch ein bisschen also hast du die ganze indische indische dings daher aber doch schon mit meditation und allem was dazugehört meditation ist eigentlich gar nicht so schlecht also meditation ist grundsätzlich nicht schlecht die frage ist nur wie weit öffnet man sich weil durch meditation kann es auch passieren dass du dich so weit öffnet dass eben mal dämonen mit reinkommen ich glaube steven und ich wollen dieselbe frage stellen oder stieren ich überlege noch aber erzähl du mal ist für dich jesus gott für mich ja na klar gott unter gott amin bruder amin sehr gut ich fragte du hast ja ein bisschen auch du hast ja ein bisschen so ähnlich da was du sagt ist da tradition oder damit gelesen ist denn bei den indern oder generell bei diesen menschen da unten jetzt leben süden ist denn die linke hand auch bei denen wie die bei der muslime als verflucht und als dreckig das kann ich nicht sagen ich war niemals in indien ja okay okay weil die muslime die haben die musik reinigen und so weiter weil man auf die toilette geht und kann ich dich was fragen ist der sohn der vater also weiß ich ich glaube ich kenne dich ich glaube ich glaube du sagst sogar dass der sohn der vater ist nein das ist nicht ich versuche das mal zu erklären in der bibel steht elohim elohim ist die pluralform von gott jesus ist gott unter gott gott unter gott das heißt jesus ist der sohn von jahre okay und das ist auch ein gott aber nicht auf der position wie der vater der vater ist logischerweise höher also es ist ja auch so in der bibel gibt ja jesus gibt ja auch die antwort nur der vater weiß weiß das ganze sohn bitte falsch das ist auch falsch hallo ich glaube ihr müsst mit dicki wischen arbeiten er macht hier rat schief raus oder die gehst bestimmt auf dem was passiert er erkennt ja die wahrheit weil gott sagt die welt kann die geist der wahrheit nicht empfangen ist richtig das genau richtig genau und die wahrheit ist einfach der punkt wir müssen ein suchendes herz haben und jeder von uns ist auf der wanderung zum ziel genau der eine weiter der einigen arbeiten du glaubst dass der herr jesus gekommen ist vom vater gesandt wurde für dich am kreuz gestorben ist am dritten tag auferstanden aus und jetzt zu rechten des vaters sitzt und somit ist ja ein bruder für mich ja und das ist für mich auch so dass der heilige geist teil von beiden ist das ist keine extra person aber ich habe eine frage wieso machst du wieso machst du eine hierarchie bei gott hierarchie mache ich aus dem grunde weil in der bibel drin steht der fahrt der sohn weiß nicht was der vater weiß das stimmt auch wenn du in den urtex und wenn du in den urtex und hier steht da verkünden wenn wir sind ja ich kann sein du musst so richtig dich beschäftigen mit der weiten hat er weiß nicht so viel du musst mit latino alles gut ganz kurz ich weiß es nicht wenn ich glaube philippa 2 war das ich weiß es jetzt nicht mehr genau wo steht dass gott mensch wurde und sich selbst erniedrigt hat ich weiß auch welche auch welche sache du hinaus möchtest dass die fleischwerdung die fleischwerdung unter dem vater ist aber die die herrlichkeit die in der fleischwerdung drin ist ist gleich ein weiter ja dann habe ich jetzt eine frage an dich wenn es aber warte mal ganz kurz er hat jetzt vertieft in den ganzen materie weißt du die frage ist die dicke eine frage und zwar wie findest du den islam verlogen ganz einfach verlogen für mich ist das ganze verlogen soll ich euch was sagen also ich wollte nur wissen ob du das also diese zeugen johann zum beispiel die finden den islamkreis normal ja kann ich dir auch sagen warum weil das dieselbe basis ist so weit das ist mein verständnis mein verständnis jetzt ist folgendes ich weiß was die katholische kirche gemacht hat die katholische kirche hat von anfang an versucht die ur die eigentlichen christen zu bekämpfen die haben nicht das gemacht was nach der bibel steht sondern wir haben dass die bibel von den menschen verheimlicht damit sie das auch auf latein damit er noch so gut wie keiner lesen kann weil sie tote sprache war von anfang an zu der zeit zumindest schon und das damit eben mal die anderen auf die priester und so weiter angewiesen sind die katholische kirche hat in samstag das längste gebot auf den sonntag verlegt warum weil die sonnen anbeter mit den mit den christen zusammen und den juden zusammen in die gemeinden und kirchen gehen soll was aber war ist dass die sonnen anbeter die zum lutziferianer sind lutziferianer sind auch die die am 25 dezember weihnachten feiern das ist aber das ist ja was gesagt alles klar ich weiß ich rufe damit sehr viel widerstand auf jesus christus ist nach mir ganz kurz ganz kurz ganz kurz warst du bei pavlos bei ich war überall schon mal den meisten bin ich rausgeflogen oder stumm geschaltet worden jungs 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 lassen wir uns jetzt über die thema wir waren auch wir haben angefangen jetzt mit dem islam wir wollen jetzt nicht weiter reden über diese ganze menschen was weiß ich sehr gerne bei euch weil ich bei euch eine ganze menge über den islam lernen kann ich bin im stream drin gewesen da war ein jungen da war ein junger und wisst ihr was er gesagt hat und ich bin da selber nie drauf gekommen die sagen doch dass jesus kommt um das kreuz und so zu richten und wer richtet außer gott mein lieber im islam steht viel lieber ist das ist richter und verteidiger nein was steht da drin die sagen doch die sagen doch er kommt und sein gericht ist gerecht steht das dabei denn das ist gott ist klar um zu richten also ich meine bei den muslimen steht das ne ja klar er kommt um zu richten und sein gericht ist gerecht steht das wirklich im islam der kraft der letzte der letzte links daher profite da kommt ist der jesus der kommt und wird der der richten und der wird den kreuz zerstören und ihr schwein und wer kann richten außer gott mein lieber das ist ja so hingelegt wie es wie man will oder sonst irgendwie aber wie gesagt die frage ist die frage ist die es gab es auch viele widerstände wo ich auch darauf gezogen bin also wo ich gestoßen bin zum beispiel wenn er sagt zum beispiel weiß abnummer jahr rasulullah war kalimat und minu also er sagt hier also jesus ist prophet wort gottes und seele von gottes dann war für mich schon damals habe ich mir gedacht wie geht denn das wie wir beleidigen jedes mal die christen und sagen ihr glaubt an drei götter ja so diese trinität und jetzt steht bei mir in den koran jesus ist der prophet jesus ist wort gottes jesus ist der seele gottes rufen wenn weißt du wir sind doch drei sachen und ein paar händler sind da drei sachen verstehst du was ich meine ja so und das war für mich sowieso damals unverständlich weißt du ich habe damals überhaupt nicht also kann ich mein gehirn rein weiß ich sage wenn die schon so sagen und da steht doch aber die bestätigung genau dasselbe im koran drin verstehst du und danach sage ich wieso kommt nicht mohammed unterrichtet die ganze welt wieso muss diese jesus kommen und die ganze welt richten verstehst du so und das war für mich in dieser widerstände weiß oder da war schon so wie also es gibt im koran so viele widersprüche das ist von a bis z mein lieber von a bis z aber ist egal jetzt reden wir hier aber den koran aber gibt es hier keine muslime mehr im chat ja ich sage ich sagte ich lese nur kurz zwei sätze oder nachdem die schwester auch begrüßen aber ich begrüße es war die schwester dass die gekommen schön dass du da bist schwester gottes segen größe ich bin aber hier bin ich hallo ist die tage stil ich lese nur 33 sätze so warum haben am ham hat hat nicht die macht hatte wie gleich jesus war ham hat selber konnte kein dämonen austreiben oder so wie mohammed auch als jesus mohammed war allerdings nicht dafür bekannt dass er dämonen austreiben der koran sagt sogar dass jinn oder dämonen zu mohammed kamen und ihm zuzuhören wenn er aus dem koran zitierte in der suche natürlich lesen wir 72 vers 19 steht dass die djinn zu mohammed gekommen sind ich lese das kurz für euch vor sagt mir als offenbarung eingegangen wurden es sind das sind die schad die jenzen also die jenzen mir vor vorgetragen sind es koran zuzuhören und daraufhin zu ihm augustierten sagte wir einen auto sattolisch ist also sattolisch ist wort zu koran wissen und deutlich jetzt übersetzt in der suche heißt es weiter einige der jenzen hätten islam angenommen und den muslime geworden in der suche 72 14 also mohammed hatte überhaupt nicht die gleiche macht die kann es auch nicht als profit nehmen weil er hatte überhaupt keinen einfluss über die natur gottes dass er selber quasi dämonen oder menschenheit das kannst du nicht mit jesus christus vergleichen das ist hier ganz andere kalibra oder ja du kannst niemand mit unserem herrn jesus das geht nicht das geht die wollen immer wieder ich meine was fragen ich weiß das ist jetzt ein bisschen so nebensache aber das gehört irgendwie auch dazu wir können sie aber nicht zum glauben zwingen wir auch nicht nein aber warum regst du dich dann auf wer regt sich genau da regst du dich wirst du nicht manchmal ein petrus und wird dein schwert ziehen bei den muslimen nein du überhaupt nur wenn jemand meinen herrn beleidigt ja ja aber guck mal auch was hat denn jesus gesagt ja ich weiß was daher gesagt hat mich beleidigen immer noch ich bin immer noch ein sünder und ich liebe meinen herrn und ich würde es nicht zulassen dass irgendeiner von meinen aber was hat der herr gesagt als petrus das schwert gezogen hat ja man da man soll kein schwert ziehen weil der der ein schwert zieht der wird durch das schwert umkommen ich weiß ich weiß aber ich ziehe nicht mein schwert ich meine bruder ich sag das nicht nur zu dir ich sag das auch zu mir sehr alles gut aber ich ziehe nicht mein schwert ich ziehe meine freundung wenn jemand meinen herrn beleidigt dann gnaden gott aber wurde das passt nicht weil ich habe oder ich bin jetzt hier drin ich bin jetzt hier drinnen um dir zu zeigen dass das falsche suche und was manche du wohnst du wirst du gerettet noch einmal dass das falsche ist weiß ich selber aber trotzdem kommt bei mir bei diesen leuten kommt was du meinst dein fleisch aber steven wie sollen auch zeigen mal lieber wir lesen ja nicht irgendwie was wir zeigen ja deren quellen wir sollen auch natürlich uns halt in der hinsicht verteidigen die wir auch zeigen ich bin ja nicht ich jetzt mit einem schwert und hier bombardiere die oder schlachte die das mache ich nicht so nein das weiß ich mir ja eigentlich ich mein deswegen gelesen halt wir lesen hat was vor uns ist und darauf wo wir natürlich immer antworten aber leider gibt es keine antworten wir lassen erst mal die schwester kurz die sache erst mal was dazu sagen bitte schwester du würdest irgendwie was sagen vielleicht wird so dicki was sagen bestimmt mit der ich wo ich wo ich wurde eingeladen immer so ja ich wohl aber im jahr die 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 ich habe jetzt ein bisschen zugehört ich meine ich das ein oder andere mal woanders gesehen zu haben und ich finde es total super dass du dich dass du grundsätzlich wieder zurückgefunden hast zur bibel und zu jesus aber so die ein oder andere aussage ist natürlich aufgefallen und klingt so ein bisschen in meinem ohr nach deswegen kann ich dir nur ans herz legen da weiter auf der spur zu bleiben in gewisser weise bei gewissen personen wo ich dich glaube gesehen zu haben nicht mehr so zuzuhören vielleicht wenn du sagst du bist konfessionslos ich meine du bist evangelisch getauft streng genommen bleibst du es halt dann auch erst mal guck in die bibel lese weiter und lese doch auch mal deine alten kirchenväter ich weiß ich habe gehört was du gesagt hast über katholische kirche da wäre ich einfach vorsichtig was da einfach ein schwurbeleid draußen rumläuft wir haben die apostolische sukzession ist ziemlich ziemlich wasserfest bis zurück in die ersten jahrhunderte guck doch einfach mal nach lese nach es ist spannend ohne ende das kann ich dir nur ans herz legen ich bin katholisch ja aber ich sage dir dass es auch falsch ist nein jetzt geht alles gut alles gut die thema nicht hier der bruder jakobus hat ein thema aufgeschlagen wir wollen jetzt nicht in 1000 themen da reinkommen wir haben die thema islam gehabt und wir wollen ja bei islam bleiben und ich habe ich habe keine arbeitslos ich wollte nur noch eines hast passt alles gut heute eine sache wollte sagen als deutsch jakobus fragen hast du irgendwelche filter oder so an bruder der kubus hast du filter an ist ja da man kann gewisse symbole also ich kann zum beispiel nicht hier so eine katholische flaggerei macht das geht gar nicht direkt gesperrt wir haben wo es aufstehen heute machen geht das ist die menschweise ich habe eine frage an zikario oder in jedem hat dies hört man ja ließ man ja der apostel allahs der apostel allahs mohamed der apostel allahs werden bei uns christen mit zwölf jünger sind ja auch die apostel jesus warum nimmt aber das wort apostel und benutzt das für mohamed obwohl das jesus wort ist für seine jünger mein lieber guck mal der koran wenn du den koran liest ja und vergleichst du mit den anderen sachen der koran ist die hälfte von den alter testament genommen also zum beispiel von den taurat was nicht auch von taurat ehrlich gesagt ist wenn er so von den ersten diese halbund oder fein und talmud genau von den talmud genommen weißt du viel von den talmud genommen andere sachen sind von den kürzen links hier wieder genommen paar sachen und er ist also ein bisschen von da bisschen von da der hat sich gemacht ich erzähle dir die geschichte wie das 100 prozent so passiert ist mohamed der hat doch hadija geheiratet verstehst du und hadija hat ihn als so businessman gemacht für ihre ganze arbeit deswegen konnte er nach damaskus reisen damaskus war damals in jeniger zeit damals die der metropole des mittel nahe osten verstehst du damaskus da kamen da haben sich alle leute da versammelt und die haben handeln getrieben und so von aller welt sind da gekommen weißt du das war eine riesen metropole und damals ist musst du dir so vorstellen wie amerika jetzt also richtig so alle gehen dahin und alle waren so fasziniert die konnten ihre ware tauschen die haben gekauft war verkauft und so und das war erst einmal da und da drüben haben sich doch mehrere götter da zum beispiel da waren die christen da waren die juden da waren die die links da hier die gotsenanbeter da waren tausende von religionen da und die haben damals auch alles auf der straße so richtig gepredigt verstehst du und mohammed war fasziniert von dieser ganzen sachen und er hat von jedem bisschen zu gehört da bis hin zu gehört da bis hin zu gehört und hatte alles mitgenommen verstehst du hat alles sich alles gesammelt und mitgenommen und ist er wieder richtung mekka gegangen weißt du da drüben also was uns was also wenn du die betrachtung die geschichte von mohammed sie ist da siehst du schon zum beispiel da drüben wo in mekka und der medina und diese ganze geschichte wo die da waren da gab es diese entwicklung noch nicht verstehst du so und diese ganze geschichte mit dem fliegende fährt und diese dinge hier das war doch gar nicht da von wo hat er denn diese ganze geschichten geholt verstehst du das waren doch alle von von dieser reisen was er betätigt hat und hat er sich alle gesammelt verstehst du was ich meine und so kam es dass diese zustande dass diese koran geschrieben wurde am anfang an wenn ihr sie zum beispiel markiert es gibt auch verschiedene zeiten zum koran makka zeiten und medina zeiten makka zeiten da siehst du der koran war harmloser weißt du senfter diese soft version verstehst du diese cute islam weißt du weil diese rahe buhayra und und links hat er hat ihn schon damals geholfen der hat ihnen die versen geschrieben damals der hat ihn schon übernommen und er hat ihnen die versen geschrieben und da siehst du schon wurde er gestorben ist diese diese fahrer oder wie der heißt der war ab juni ab juni den waren so ein abgestoßener von der kirche gewesen weil die haben sonne sozusagen gehören zwischen jüdische und christliche lehrer gewesen und der wurde abgestoßen von der kirche damals er hatte seine eigene so kopf gehabt also deswegen wurden sie abgestoßen das heißen ab juni den und diese ab juni hat mohammed dann diese ganzen sachen gezeigt und hat er ihnen weitergelehrt wo er gestorben ist war mohammed ein zwei jahre da kam gar nichts zu ihm also diese diese von von gott und ich sei ja der wollte sich zweimal umbringen weißt du der ist hochgegangen wurde sich selber umbringen weil er wusste nicht was er weiter macht und da zeigt er uns die geschichte von anfang an wenn du da liest von anfang an die geschichte und richtig liest mit verstand und diese kontext von einer seite zu den anderen was da alles passiert dann kannst du von a bis z alles selber erkennen was da alles abgelaufen ist das ist das problem der muslim er ließ nicht um zu verstehen du als muslim liest du nur einfach um zu dienen verstehst du dein befehl verstehst du bist ein ein diener du bist einfach ein sklave gottes du heißt abdullar sklave gottes diener gottes verstehst du du bist niemals ein ein eigener herr du bist immer diener so und das ist das problem das heißt du musst glauben du darfst nicht überlegen und das ist das problem diese geschichte was der bruder erzählt hat mit sagt sie könnte ja gucken selber google leute er wird auch so geschrieben sarkis al bahira damaskus schreibt er fast als sarkis al bahira und da könnt ihr seine geschichte hervornehmen von google und bisschen selber recherchieren wie diese sekte quasi erstanden gekommen ist und halt wieder es klar natürlich im pöpö da raus gekommen ist ich habe dir jemand eine frage gestellt oder was der segen guten abend was war die frage was passiert wird mit mir wenn ich den glauben verlasse weil ich will den glauben verlassen ja mein lieber du weißt so was passiert es gibt ein vers man ist da nicht die nicht nur an dienung faktor das heißt wer sich also von den islam zurückgetreten wird tik tok sportlich gesagt getötet ganz einfach so nicht das heißt du weißt was mit dir passiert du bist genauso wenn du moslem bist und du trete es aus dem islam aus du hast die kommen zu dir du hast drei tage zeit zurückzukehren wenn innerhalb dieser drei tage sagt nee ich will nicht zurück zum islam dann bist du weg da gibt es sich nicht mehr aber jetzt muss leben keine ahnung oder ihr könnt auch alle sehen schwarz auf weiß hier war ruhig zeigt auch gerade glaube ich oder willst du der fest zeigen ja ja wir haben jetzt hat das dreimal quasi dann wird das noch bei warte gab es das noch aber das reicht ja schon aber bleibt auf der seite bleiben auf der seite da braucht man nicht die hadith das ist eine koran suche tipp mal die suche 498 bruder das ist nicht nur habe das ist eine suche sogar im koran steht da braucht man nicht irgendwie zu hadith das ist ein biff und allah die suche 489 89 liest man das deutlich und daraus ist dann natürlich diese verse da steht sie möchten gern dass sie ungläubig werden diese ungläubig sind so dass hier alle gleich gleichzeit nehmt euch daher von ihnen keine vertrauten bevor sie nicht auf allahs wegen auswandern kehren sie doch nicht ab dann ergreift sie und tötet sie wo immer ihr sie findet und nehmt euch von ihnen weder schutzherrn noch helfer stark wenn die hier sehen 89 werden abkehrt werden islam abkehrt das heißt ein moslem werde den islam verlässt der wird getötet das ist eine suche das ist nicht irgendein hadith das ist stark allah hat befehlt ich muss bei mir bleiben ich musste mich kämpfen und dann lesen wir die so die die hadith das ist sagt er wird wirklich weil da hier vielleicht unverständlich für die paar leute wir wenn die sagen nein das ist nicht so der adi sagt ihr wortwörtlich man taraka dino sagt die wäre sagt er direkt wer seine religion verlässt wird getötet wortwörtlich da gibt es ja nicht zu fackeln damit verstehst du versteht jeder mensch deswegen sage ich den ganz genau diese vers zack 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 fertig ende aber auch nicht so viel zu überlegen richtig das ist das problem und in den andere app arabische apps ist das noch deutlicher bruder das ist richtig deutlicher noch naja ich sag doch also deswegen kann sie selber suchen also hier 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 ist der punkt leute merkt euch dass es gibt keine freie wille allah befehlt werden islam verlässt es muss tektor sportlich geschlachtet werden also wo ist der freie wille soll ein moslem hochkommen wir sagen hier ist schon was der ganze hadith da passiert die die sagen oder die quasi für die immer bringen dass wir freie wille haben hier es wird wird nicht du darfst es nicht machen also da hast du keine freie wille punkt ganz einfach leute und lasst euch nicht offen annehmen hier gibt es keine freiheit hier ist einfach punkt du oder kein anderer sonst bist du jakobos hast du hast du diese video mit dieser liebe zum hachig gehört er hat nämlich so dingste angeblich der hat mich jetzt angeblich im dingste ich habe dem video gesehen angeblich hat habe ich fertig gemacht wo er der video ich habe mich tot gelacht die leute haben ihn ausgelacht freie wille wo ich mit der freie wille angefangen habe also selber die leute man diese menschen sind so dumm jakobos die sind so dumm ja die lassen und die wischen nicht mal was sie reden das ist das problem ich sag zu ihnen du hast keine freie wille aber auch aber ist deine deine ding sei es geschrieben von dein gott bevor du schon geboren bis hat dir sein gott geschrieben was du machst wie du machst wo du bist wann du dort dort bist und was du bewegst nicht und kommen bei dir so sagt weißt du was er antwortet das stimmt nicht deine wille hat dir sogar gott geschrieben guck mal deine freie wille hat dir gott gesagt ist der dumm alter oder ist er dumm ich habe ihn dreimal ich habe sie gesagt sagen junge ich habe dir dreimal du widersprichst dich selber nein deine freie du weißt du wie der ist bei einer freie wille hat dir sogar gott geschrieben dass du dieser junge du sagst doch dir gott hat dir deine frei wie kann denn wenn er dir die schon geschrieben hat wie kannst du denn freie wille haben wenn er dir schon geschrieben hat dann ist ich schon geschrieben daran siehst du diese menschen sind dumm wie brot die haben kein gehirn die haben wirklichkeit und diese anhänger von denen einer dämlicher als die anderen einer dämlicher als die anderen oder das problem bei denen die haben keine zuschauer mehr der einzige ist die noch hier liebe zu triss der ist noch auf jeden fall noch aktiv aber die anderen geht doch mal dahin guck mal auf ihren follower der system 10 20 aber deren life hast du immer nur 20 30 lassen wir hoch kratzen aufrunden auf 50 mehr haben die nicht die wissen genau dass die ihre anhänger selber dass die dass diese imame nun muss erzählen deswegen kommen die auch verboten leif hast du stimmten mindestens 20 muslime hier drin warum weil die hören gerne wie wir reden wie wir zeigen und das ist das faktor das ist das gute dabei bruder aber weißt du was lächerlich ist jakobus immer wenn ich bei dem bin ja und ich sage was die bisschen gehören haben so ein bisschen irgendwie meine denn die hören den unterschied zwischen was ich sage und wie die sich selber versprechen ich gucke die schreiben mir immer privat ja ich schreibe mir ja du hast recht aber zeigt mir bitte wo das steht und so hin und hier von ihre anhänger von ihrer anhänger die da leute die bei denen im stream sind ja deswegen sind die so sauer auf mich dass ihre anhänger hinter mir kommen ich zeige irgendwann mal mache ich so eine liste eine riesen liste ich will aber die leute eigentlich ich bin ja nicht so dass sie einfach diese leute zeige weißt du wer hinter mir kommt und wer sein islam verlassen hat wegen wegen mir ich will das nicht zeigen damit sie jetzt einfach nicht sich hinstellen weil sie haben auch eine schwester damals und du weißt wenn ich meine sie haben die so auseinander genommen und du weißt doch besser sie haben viel kontos von mir gemacht guck mal inwieweit sie gegangen sind sie haben viel kontos von mir gemacht sie haben fähig geschrieben über mich ja alles mögliche so dass ich ihr so hin und her dann hat sie mir gesagt ja du hast ich habe gesagt okay zeig mal und dann sehe ich so derjenige der hat sogar kuppert ist sogar dumm um zu fälschen der hat sich selber geschrieben und dann selber beantwortet ich sag guck mal siehst du nicht dass der selbe mensch hier der schreibt und dann hat sie sich tot gelacht weißt du und sie haben ihr gesagt nein der hat so und so über die ich gesagt dann hat sie gesagt ich konfrontiere ihn mit mir und so ich ruf ihn an und ich mache ihn fertig und so haben sie gesagt nein schwester her auch bloß nicht melden bei ihm schreibt ihn bloß nicht verstehst du so lass ihn und so aber geh raus geht brauchst du nicht an ihn anzuglauben der lügt und hin und hier so da hat sie mir gesagt und dann habe ich ihr alles gezeigt und dann hat sie gesagt diese heuchler diese lügner und die haben sie danach wo sie gesehen haben die folgt mir noch weiter dann haben sie fertig gemacht die haben sie bedroht oder sind sie haben ihre familie die haben ihre familie bescheid gesagt das musst du mal sehen das sind deine brüderliche islamische brüder erst mal ich habe gesagt guck mal sie sind so deine brüder und seine geschwester solange dass du bei dem bist solange dass du sagst ich verlasse diese sekte dann bist du der feind nummer eins so und genau das ist passiert dann hat sie mir geschrieben hat sie gesagt du hast jede wort was du mir gesagt hast jede wort was du mir gesagt hast hat 100 prozent gestimmt durch jede wort verstehe und ich will deswegen sind mehrere schwester die mir geschrieben haben brüder ohne ende verstehe ich habe mittlerweile war fast 25 leute die den islam verlassen haben weil es um alle anhänger von denen so aber ich will die nicht alle ich will keine namen zeigen und keine links daher weil ich habe den versprochen nicht zu sagen besser aber daran siehst du schon deswegen hassen sie aber sie selber wissen wer die sind und sie selber ist sie die bekämpfen sie andauer verstehst du und sie schreiben mir guck mal was sie mir schreiben guck mal was sie mir dings hier und so ich lüge nie ich bin kein heuchler und kein lügner wenn ich was zeige zeige ich euch vor euer gesichter ich zeige euch die surah ich zeige euch den hadith ihr sollt selber hingehen und suchen und ich sage jeden glaubt nicht was ich euch erzähle ich zeige euch wo das ist ihr geht selber kontrollieren und gucken und davon haben sie angst dass ich diese ganze diese ganze versteckte sachen was sie immer verstecken dass alles so rauf kommt verstehst du ja meine lieben ich mache ja jetzt einmal schluss wir können auch noch zwei drei minuten warten weil dann springt ihr alle zu bruder marusch dann gibt es ja natürlich auch teil zwei bei bruder marusch aber bruder marusch diesmal noch dann ein hadith das ist mein lieblings hadith bevor wir noch natürlich hier was ich dir gestern gezeigt habe mit frau abula hat liest ihn noch einmal hier komisch bruder gehst du schlafen nein nein der bruder marusch macht dann weiter hat zwei bruder und da springen wir alle natürlich die lust und bock haben auf uns und zu bruder marusch der macht das dann weiter und dann hat natürlich natürlich macht er auch später dann mit der bibelstunde weiter weil ich mich schon in vier stunden fast live oha krass wir haben seit 19 wann war das 19 uhr glaube ich was zu dem assist da sagen also immer zu wir sind nicht so dass wir die ganze zeit die leute stimmen wenn maurisch aufmacht oder wenn ich aufmache lasst mir die leute reden solange die nicht beleidigen von daher warum sollen wir zu haben die gehen wenn er kommen soll er kommen bestimmt denn nicht so lange er höflich bleibt ist kein problem in der unter die gürtellinie wird er gestimmt oder blockiert man hat sich immer dazwischen die glas nicht aus juss auf und juss auf du kannst du dein handy gehen denn ich einmal schon richtig fertig gemacht habe sagst du sich radio ist hier er soll mal zu mir kommen ich bin schon bei ihnen öfter gewesen jetzt kann er selber hierher kommen weißt du es reicht schon ihr lässt keiner reden ihr stimmt immer die leute ist keiner reden du kommst immer hier bei uns wir lassen die stunden lang reden ohne zu unterbrechen verstehst du aber bei euch ihr seid so feiglinge ihr habt so viel angst dass er nicht mal hört was man sagt immer schön zu den lehrern und herrscher und sagt ihnen sicario wartet auf dich hier hier vor die ganzen leute der soll mal hierher kommen wenn er sich traut soll er herkommen ich gehe zu niemanden mehr die sollen alle sie hier kommen wird geworfen oder was los ist jetzt das ist ja von 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 dieser juss auf ist der prophet von juss auf weiß so und gehen wir gucken diese der pate wenn was ich mit ihnen gemacht habe hier mal schau dir das mal einfach an hätte kann kommen wir machen die show dann von von mir aus können wir hier show time machen die wird niemand ich brauche kein show time von euch will ich keiner sehen einer von euch in wieder mal ruhig oder adonis macht einen einen sendung auf ich bleibe mit ihnen alleine habe mich immer liegen ja die macht immer die falsche kamera auf das ist so gefährlich muss das immer zu halten ja muss auch was bruder tut die sonne so ein irgendwie so krampert oder irgendwie ein punkt schwarzer punkt dass man dein gesicht nicht sieht so richtig da weißt du warum das problem ist meine kamera ist so kamera die fährt raus ja guck mal leute das ist mein lieblings hat dies und schaut mal hier was da geschrieben wird und wie wir halt auch natürlich die anhänger von hammad hier so wie die muslim unterwegs sind nächste mal vor wo da ist mein lieblings hat ist der gesamte allahs feuer und flamme sei auf ihm krank und konnte sein nachgebet zwischen zwei oder drei nächte lang nicht verrichten dann kam eine dame die frau von abu lahab und sagte oh mohammed ich glaube dass dein satan ich glaube dass dein satan dich verlassen hat wenn ich habe ihn zwei oder drei nächte lang nicht bei dir gesehen darauf offenbar am vormittag und der nacht wenn es dunkel wird hat dich dein herr oh mohammed weder verlassen noch krass das heißt jeder hat ab und wer ist hinter gesandte leute wie krank ist das mohammed hat natürlich immer wenn er gesund war der satan mit ihnen gearbeitet wenn er krank war hat ihn der satan verlassen weil er hatte kein frank gar keine irgendwie möglichkeit zu lügen der war fix und fertig aber wenn er aktiv war der satan hat ihn immer wieder begleitet das ist der beweis dass mohammed der koran selber geschrieben weil laut der koran ist halt der koran von satan geschrieben das kann ich euch eine koran suche geben leute also das passt dieser hd zu der koran so satan hat mohammed verlassen wenn er krank war wenn er aktiv war war er mit ihnen das heißt er sagt man hat den koran karim der genauso lüge wie diese muslime und wie diese koran 1 zu 1 ist lüge alles und das ein größerer beweis gibt es nicht leute merkt euch diesen hadith alles kann man in dieser hallo siehst du diese kaka lagen die da unten da sind wir kommen hier gehen wir zu haben die wenn du dich nicht mal raus ist haben die den gott wir kommen du hast kommen nach oben kommt auch nach oben und verteidige den islam oder bist du so ein jahr hält dass du nicht mal sich raus aber kommst du hier und 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 heuchlerei zu treiben genauso wie der andere da diese andere von idioten ihr seid alle nur ein kakerlaken ihr kommt hier wie kleine kinder geht man da hinten und die modiere diskutieren mit was macht ihr denn hier im live wenn ihr euch nicht traut nach oben zu kommen wir sollen und mache ich euch selber fertig und ihr kommt hier wie kleine kinder wie kleine kinder keiner traut sich nach oben ich verspreche ihn wenn er hoch kommt zeige ich in eine suche dass der satan wie die gerade gelesen haben der satan hat den koran geschrieben versprochen wenn er hoch jakob Jakobus Jakobus es ist nicht wert wenn so eine kleine kinder unten bellen weißt du da weißt du kannst genau die haben keine ahnung vom leben verstehst du der hat überhaupt keine ahnung weil einer der wirklich vertrauen in sich hat und bisschen wissen hat er wird schon alleine hingehen und nach oben kommen verstehst du da braucht nicht zu sagen ja gehen wir zu da und gehen wir zu da weißt du wenn du nicht mal die eier hoch zu gehen und dann selber zu debattieren dann hast du auch keine eier hier zu zu sagen gehen wir da und gehen wir da verstehst du wir haben denn deine gelehrte alle schon auseinander genommen also warum man nicht tausend mal hin zu gehen wenn die irgendwelche fragen haben oder sonst irgendwas dann sollen sie selber zu uns kommen dann sage ich den gemma sagen schöne grüße von sicario erwartet auf euch hier ja sagt ihn kommen wir hier er braucht keine angst zu haben ich weiß ihn nicht ich habe höchstens mit meinem fremden höchstens mit in mein pferd in den arsch mehr mehr passiert ja nicht die kann die fahrt immer wenig was ich habe man würde du feierst immer wenig maß ich hätte mal eine frage okay wenn ich das richtig verstanden habe ist doch mohammed weder des lesens noch des schreibens mächtig gewesen ist das so richtig das stimmt aber nicht was sie da sagen weil wenn er nicht schreiben und und nicht lesen konnte es gab ein hadith wo die die wo die die voran also aber genau weil wenn wenn mohammed den koran geschrieben hat da muss er eigentlich lesen und schreiben können aber wenn er eigentlich nicht lesen und schreiben kann und einen dämon braucht damit das lesen damit das lesen und schreiben kann dann würde das einiges erklären guck mal es gibt eine beweis dass er überhaupt schreiben und lesen kann weißt du das problem ist die leute die kann ja nicht mal nachdenken es gibt einmal wurde die vertrag gemacht haben mit den korrigien da hat er geschrieben mohammed dann haben sie ihn gesagt also mohammed der prophet von den muslimen dann hat der korreiche hat er gesagt du da streichst du sofort weg und schreibst du dein name das erkennen wir nicht an du bist ja kein prophet für uns dann hat er sich aufgelegt also alle und links hat er gesagt okay okay hat er weg gemacht und hat er selber seinen namen genommen hat er selber stift genommen hat er geschrieben mohammed bin abdullar weißt du hat er selber seinen namen geschrieben erstmal sache die zweite sache was sie uns wieder drauf gibt dass er schreiben und lesen konnte bevor er starb ja hat er zu denen gesagt bringt mir einen stift und ein papier und ich schreibe euch die versen danach musstet ihr euch richten und er wird ihr nicht in der irre führen verstehst du wenn er das sagt bringt mir einen stift und ein blatt zum schreiben wenn ähnlich schreiben und lesen konnte wie konnte denn sagen bringen wir einen stift und schreiben danke dir verstehst du nicht die rüber bis gleich ja gehen wir alle rüber sondern noch ein bisschen auslegen und dann gehen wir natürlich alle zu bruder maros leute der brudersteine so zu brengt machen und dann gehen wir rüber bitte im stadion sprich ja so und da das zeigt uns dass diese mohammed schreiben und lesen konnte verstehst du das ist die wahrheit dass du siehst dass sie ihr lesen schreiben kann weil er hat wenn er selber sagt ich gib mir stift und papier und ich schreibe euch eine versen dass ihr davon nicht in der irre führt dann dann konnte denn schreiben und lesen und hätte gesagt bringen wir jemanden und ich will ihnen sagen wir so mal schreiben also da sind ja widersprüche die dicke wie man es versteht einmal kann er nicht schreiben einmal kann er schreiben das heißt der koran lügt ganz einfach richtig man kann nicht anders erzählen einmal sagt er kann ich schreiben einmal sagt er doch der kann schreiben also da sind widerspruch das heißt der koran er kann sich nicht unterordnen er weiß sie was ammada sagt aber weiß nicht was er da sagt er lügt man braucht nicht irgendwie zu sprechen ich hätte feiner gesagt er war wahrscheinlich besoffen zu dem zeitpunkt aber es gibt dann hatte sie war der größte alkoholiker dass der morgens bis abend quasi mit dattelweine unterwegs war der hat nur dattelweine mal gesoffen das ist alkoholiker deswegen alles klar leute ich würde sagen es war okay du kannst ja mal oder marus folgen da kannst du immer noch ich hoffe die haben mich alle gefolgt hoffentlich mal ja 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 gefolgt haben weiter wo ist denn also was folgt ein von den brüdern hier da siehst du wie der leiter ist und dann siehst du bruder marus aufgemacht jetzt hat er gerade aufgemacht und okay und ich versuche mal ich versuche mal zu finden alles klar leute erst mal vielen dank ist man euch und alle rüber zu dem bruder ja bis gleich meine lieben ihr schutz her sein nichts soll ohne deinen willen geschehen und du sollst nichts tun ohne gott wie du es ja auch nicht tust sei standhaft die versammlungen sollen häufiger stattfinden suche alle beim namen sklaven und sklavinnen verachten nicht aber auch sie selbst sollen sich nichts einbilden sondern sollen zur ehre gottes noch eifriger dienen damit sie bessere freiheit von gott erlangen sie sollen nicht danach trachten auf gemeindekosten losgekauft zu werden damit sie nicht als sklaven der begierde erfunden werden die schlechten mittel fliehe handle vielmehr darüber in deinem reden in deinem reden meinen schwestern sage sie sollen ihren herrn lieben und zufrieden sein mit ihren männern nach fleisch und geist ähnlicherweise rede mit meinen brüdern zu ihm zu ihm zu im namen jesu christi sie sollen ihre frauen lieben wie der herr die kirche wenn jemand und wenn jemand in keuschheit zu leben vermag zur ehre des fleisches unseres herrn so bleibe er so ohne selbst überhebung wenn er sich rühmt ist er verloren und wenn er sich für mehr hält als den bischof so ist er dem verderben verfallen es gehört sich dass der bräutigam das bräutigam und braut mit gutheißen des bischofs die verbindung eingehen damit die ehe sei im sinne gottes und nicht nach sinnlicher begierde alles geschehe zu gottes ehre halte zum bischof damit auch gott zu euch halte meine seele setze ich daran für die dem bischof den presbyterian und den diakonen untertan sind möge es mir gegönnt sein mit ihnen mein teil zu bekommen bei gott müht euch miteinander kämpft laufet leidet ruht wachet miteinander als verwalter genossen und diener gottes gewinnt die zufriedenheit eures kriegsherrn von dem ihr ja auch den sold empfangend keiner werde fahnenflüchtig eure taufe bleibt als rüstung der glaube als helm die liebe als speer die geduld als volle rüstung eure einlage seien eure werke damit ihr würdig zu eurem lohn damit ihr würdig euren lohne empfangend übet also langmut gegenseitig im milde wie gott mit euch möge ich immer freude haben an euch da die kirche von antiochien in syrien wie mir mitgeteilt wurde auf euer gebet hin friede hat wurde auch ich freudiger gestimmt in sorglosem vertrauen auf gott wenn ich nur durch meinen leiden zu gott gelange damit ich bei der auferstehung als euer jünger erfunden werde es wäre angebracht gottseliger polykap dass ihr eine gottgefällige versammlung veranstaltet und einen mann wählt den ihr gar sehr liebet einen unermüdlichen den mann gottesläufer nennen kann dass ihr diesen beehret nach syrien zu reisen damit er eure unverdrossene liebe kundtut zur ehre gottes ein christ hat nicht freies recht über sich selbst sondern er hat seine zeit für gott dieses werk gehört gott und euch wenn ihr es vollbringet ich habe nämlich das vertrauen zur gnade dass ihr bereit seid zu schöner tat die gott gebührt da ich eurem eifer für die wahrheit kenne habe ich nur mit wenigen worten euch ermahnt da ich nun alle kirche allen kirchen nicht mehr schreibe und schreiben konnte wegen der plötzlichen abreise von troas nach neapel wie es gottes wille gebietet so schreibe du da du mit gottes gesinnung ausgestattet bist den vorderen kirchen dass auch sie das gleiche tun dass nämlich die einen denen es möglich ist gesandte die anderen aber durch die von dir abgeordneten boten briefe schicken damit ihr verherrlicht werde durch ein bleibendes werk wie du es ja verdienst ich grüße alle beim namen besonders die frau des epitropos mit ihrem ganzen hause und ihren kindern ich grüße meinen geliebten atalus ich grüße den der die ehre haben wird nach syrien zu reisen die gnade soll mit ihm sein in allem und mit polycarp der ihn abschickt ich sage euch für immer lebe wohl in unserem gott jesus christus indem ihr verharren möget geeinigt mit gott und unter seinen augen ich grüße alke dem mir lieben namen lebet wohl im herrn gottes segen und ich mache jetzt kurz weil diesen auch nur nicht diesen nicht lang ich mache jetzt wirklich noch kurz diese ersten zwei briefe weil jetzt auch mehrere da sind weil die müsst ihr hören weil diesen diesen von der aussage ja sehr sehr wichtig weil hier sehr oft jesus christ als gott bestätigt wird also wenn ihr wirklich gegen muslima argumentieren wollte immer kommen mit dieser konzilsache wie gerade eben dieser jahil dann geht einfach auf ignatius an die feser und die knats ist an die magnesia das sind die wichtigsten zwei also wirklich felsenfest davon gesprochen wird ignatius der auch theophorus heißt entbietet vielmals groß in jesus christus und in vollkommenen freude der mit recht überglücklichen kirche von ephesus ne ephesus in klein asien die gesegnet ist in der größe gottes des vaters durch reiche gnade die vor allen zeiten vorherbestimmt ist auf dass sie immer da sei zu bleibenden unverändertem ruhe geeinigt und auserwählt im wahren leide nach dem willen des vaters und jesus christi unseren gottes unseren gottes das heißt schon allein der begrüßung ist das drin ich habe aufgenommen in gott deinen viel geliebten namen die gemeinde fs fs us man das ist manchmal los den ihr erworben habt durch eures gerechten wesens gemäß eurem glauben und eurer liebe in christus jesus unserem erlöser der ihr nachahmer gottes seid habt ihr im blute gottes zu neuem leben gelangt das werk der bruder liebe vollkommen ausgeübt denn sobald ihr höre dass ich gefesselt um des gemeinsamen namens und gemeinsamer hoffnung willen von syrien her komme im vertrauen durch euer gebet in rom den kampf mit den wilden tieren auf fechten aus fechten zu dürfen damit ich dadurch es erlangen könne ein jünger christi zu sein da waret ihr eifrig gemüht mich zu sehen ich habe also eure ganze gemeinde im namen gottes empfangen in der person des onissimus eines mannes von unbeschreiblicher liebe eures bischofs im fleische den ihr nach christus das wünsche ich am meisten lieben und dem ihr alle alle ähnlich sein sollt denn gepriesen sei der dessen schuld euch für würdig hielt einen solchen bischof zu besitzen bezüglich meines mitknechtes burus nach gottes willen eures in allen dingen gepriesenen diakons hege ich dem wunsch dass er bei mir bleibe zu eurer und des bischofs ehre auch krokus der gottes und eurer würdig ist den ich als zeichen eurer liebe empfing hat mich in jeder hinsicht aufgerichtet wie auch ihn selbst der vater jesu christi erquicken erquicken möge zugleich mit onissimus burus eplus und fronto durch die ich euch alle die ich euch alle der liebe nachgesehen habe ich möchte mich immer da erfreuen an euch soweit ich dessen würdig bin daher geziemt es sich dass ihr in jeder hinsicht verherrlichtet jesus christus der euch verherrlicht hat damit ihr in einheitlicher unterordnung verbunden in gehorsam gegen den bischof und das presbyterium in allem geheilt die zeit ich gebe euch meine mahnungen nicht als ob ich etwas wäre denn wenn ich auch um des namens willens fesseln trage so bin ich doch nicht vollkommen in jesus christus ich fange nämlich jetzt erst an mit der jüngerschaft christi und rede zu euch als zu meinen mitschülern denn von euch musste ich zum kampfe gesalbt werden durch glauben ermunterung geduld und langmut aber weil mich die liebe nicht schweigen lässt wenn es euch angeht deshalb habe ich mir vorgenommen euch zu ermahnen dass ihr in übereinstimmen mit dem willen gottes wandelt denn auch jesus christus unser untrennbares leben ist der wille des vaters wie auch die bischöfe die bis an die grenzen der welt aufgestellt sind im willen jesus christus daher ziemt es sich für euch dem willen des bischofs entsprechend zu wandeln wie ihr es auch tut denn euer ehrwütiges presbyterium seines gottes wert ist somit dem bischof verbunden wie die seiten mit der zinta mit der zitter deshalb erklingt jesu christus lied in eure eintracht und einmütigen liebe aber auch die einzelnen sollen einen chor bilden damit ihr mit einsicht zusammengestimmt in einigkeit die melodie christi auffasst mit einer stimme durch jesus christus dem vater lobsingend auf dass er euch höre und aus eurem guten werke erkenne dass ihr glieder seit seines sohnes es ist also gut dass ihr in vollendeter eintracht lebe damit ihr auch an gott als zeitanteil habe wenn nämlich in so kurzer zeit zu eurem bischof in so enge beziehungen getreten wenn nämlich ich in so kurzer zeit zu eurem bischof in so enge beziehungen getreten bin die nicht menschlich sondern geistig ist und vielmehr muss ich euch glücklich preisen die ihr ihm so fest verbunden seid wie die kirche mit jesus christus und jesus christus mit dem vater damit alles in einem betrag eintracht zusammen stimme keiner lasse sich ihren führen wer nämlich nicht innerhalb der opferstätte ist der kommt und das brot gottes wenn nämlich das gebet eines einzigen oder zweier menschen eine solche kraft hat um wie viel mehr das gebet des bischofs und der gesamten gemeinde wer also nicht zur versammlung kommt der ist schon von hochmut besessen und hat sich selbst gerichtet denn es steht geschrieben den hochmütigen widerspricht gott widersteht gott hüten wir uns also davor mit dem bischof uns zu entzweien damit wir ihm gehorsam gegen gott fahren und je mehr einer sieht dass der bischof schweigt nicht tadelt umso mehr achtung soll er von ihm vor ihm haben jeden nämlich dass der herr des hauses schickt zur verwaltung seines hauses dem müssen wir so aufnehmen wie den sendenden selbst daher ist es klar dass wir den bischof so ansehen müssen wie den herrn selbst nun ist ohne sie muss selbst voller lob über eure wohl verhaltenen gott dass ihr nämlich alle der wahrheit gemäß lebt und sich keiner ihr lehrer unter euch eingenistet hat sondern dass ihr auf keinen mehr höre als auf jesus christus der die wahrheit redet es nämlich üblich geworden dass einige in verwerflichem trug jetzt war den christennamen zur schau tragen aber andere dinge tun die gottes unwürdig sind diesen müsst ihr aus weichen wie wilden tieren das sind nämlich wütende hunde die heimlich beißen vor diesen müsst ihr euch hüten das sind ihre bis zu schwer zu heilen sind da ihr bis zu einer ist der arzt fleischlich sowohl als geistig geboren und ungeborenen fleische wandeln ein gott im tode wahrhaftiges leben sowohl aus maria als aus gott zuerst leidensfähig dann leidensunfähig jesus christus unser herr armen also ihr habt das wieder ganz klar sogar gut formuliert kommen kann ich noch zu anderen zwei stellen keiner soll daher euch verführen wenn ihr euch auch nicht verführen lasse denn ihr gehöret ganz gott wenn nämlich kein streit bei euch eingedrungen ist der euch quälen könnte dann lebt ihr für wahr gottgemäß ein sühne opfer für euch bin ich und werde euch geweiht für euch epheser die weit berühmte kirche für ewige zeiten die fleischlichen können das geistige nicht tun noch die geistigen das fleischliche so wenig wie der glaube die werke des unglaubens oder der unglaube die die des glaubens aber auch was ihr in dem fleische nach tut ist geistig denn ihr tut alles in jesus christus ich habe erfahren dass einige von dort wieder abziehen mussten weil sie eine schlechte lehre hatten ihr ließt sie ihre saat bei euch nicht ausstreuen indem ihr eure ohren verstopfet damit ihr die von ihnen ausgestreute saat nicht aufnehmen als bausteine für den tempel des vaters zubereitet für den bau gottes des vaters in die höhe gehobet gehoben durch das hebewerk jesu christi welches ist das kreuz während euch als seil diente der heilige geist euer glaube ist der euer führer nach oben die liebe der weg der zu gottem vorführt ihr seid also alle weg genossen gottesträger und tempelträger christus träger heiligen träger in allen stücken geschmückt mit den geboten jesu christi ich froh locker auch über euch da ihr gewürdigt worden da ich gewünscht worden bin durch diesen brief mit euch zu reden und mich mit euch zu freuen weil ihr entsprechend einen anderen das ist nicht fleischliches leben nichts lieber als gott allein auch sorry ich muss mich alles verlegen ich kann das so nicht reden auf jeden fall haben wir hier aber auch den heiligen geist noch mal jesu christi und den vater also alles in einem satz auch sehr wichtig zu der zeit schon also trinität auch für die anderen menschen betet ohne unterlass denn auch in ihnen lebt die hoffnung auf umkehr damit sie zu gott gelangen gestattet ihnen daher wenigstens so viel dass sie aus ihren werken lernen gegen die ausbrüche ihres thorns seid milde gegen ihre pralerischen reden bescheiden ihren lästerungen stellt euer gebet gegenüber gegen ihre verirrungen seid starkem glauben gegen ihr ungestümmes auftreten seid sanft und hütet euch ihnen nachzuahmen als ihre brüder sollen wir erfunden werden durch unsere nachgiebigkeit wir wollen uns befleißen nachahmer des herrn zu sein wer wurde mehr beleidigt mehr beraubt mehr missachtet als er auf dass niemand unter euch als flänzlein des teufels erfunden werde sondern dass ihr in aller reinheit und mäßigung in jesus christus verbleibend fleischlich und geistig die letzten zeiten sind da deshalb wollen wir auf der hut sein und furcht haben vor gottes langmut da sie uns nicht zum gerichte werde entweder müssen wir furcht haben vor den kommenden zorn oder die gegenwärtige gnade lieben eins von beiden nur dass wir in christus jesus erfunden werden zum wahren leben nichts gewinne euer wohlgefallen außer ihm indem ich die fesseln herum trage die geistigen edelsteine in denen mir die auferstehung zukommen möge durch euer gebet dessen ich immer teilhaftig sein möchte damit ich erfunden werde in reihen der epheser der christen die auch mit mir die auch mit den aposteln immer zusammengestimmt haben in der kraft jesu christi ich weiß wer ich bin und wem ich schreibe ich bin verurteilt ihr habt gnade gefunden ich bin in gefahr ihr seid gefestigt ihr seid eure stadt ist der durchgangspunkt für die die getötet werden dass sie zu gott gelangen ihr seid die mit eingeweihten des paulus der geheiligt gematert worden ist des hochseligen auf dessen faden ich erfunden werden möchte wenn ich zu gott gelange der in einem ganzen briefe eurer gedenkt in christus jesus befleißigt euch daher dass ihr häufiger zusammenkommt zur feier der eucharistie gottes und zum lobe denn wenn ihr euch oft versammelt wird die macht satans gebrochen und sein verderblicher einfluss wird in der eintracht eures glaubens aufgehoben nichts ist besser als friede an dem aller krieg himmlischer und irdischer mächte abprallt davon bleibt euch nichts verborgen wenn ihr vollkommen seid in glaube und liebe zu jesus christus denn das ist anfang und ende des lebens anfang ist der glaube ende die liebe diese beiden zur einheit verbunden sind gott alles übrige was zum rechten leben gehört folgt aus diesen keiner der den glauben bekennt sündigt und keiner der die liebe besitzt hast den baum erkennt man an seinen früchten so werden die welche sich zu christen bekennen an ihren werken erkannt werden denn jetzt kommt es nicht an aufte auf das bekenntnis sondern darauf dass einer in der kraft des glaubens befunden wird bis ans ende besser ist schweigen und etwas sein als reden und nicht sein gut ist das lehren wenn man tut was man sagt einer nur einer nun ist der lehrer der sprach und es geschah und das was er schweigen getan hat ist des vaters würdig wer christis wort besitzt kann wahrhaftig auch sein schweigen vernehmen damit er vollkommen sei damit er durch sein wort wirke und durch sein schweigen erkannt werde nichts entgeht dem herrn sondern auch unsere geheimnisse sind nahe bei ihm deshalb wollen wir alles tun als ob er in uns wohnte damit wir seine tempel sein und er unser gott in uns wohne wie es auch ist und sich zeigen wird von unserem angesicht deshalb sollen wir ihn auch richtig lieben lasst euch nicht irreführend brüder die die ehre eines hauses schänden werden das reich gottes nicht erben wenn nun leute die dem fleisch nach solches verüben dem tode verfallen sind um wie viel mehr wenn einer den glauben gottes durch schlechte lehre schändet für den jesus christus gekreuzigt worden ist wer sich dadurch befleckt hat wird in das unauslöschbare feuer wandern ebenso da welcher ihn hört deshalb nahm der herr salbe auf sein haupt damit er der kirche unversehlichkeit zu wehe salbet euch daher nicht mit dem üblen geruch der lehre des fürsten dieser welt damit er euch nicht aus dem erwarteten leben weg in die gefangenschaft führe warum aber werden wir nicht alle ohne ausnahme verständig die wir doch die kenntnis gottes bekommen haben das ist jesus christus warum gehen wir törichterweise verloren da wir die die gnadengabe verkennen die uns der herr wahrhaftig gesandt hat mein geist ist nur auskehrig des kreuzes welches ist den ungläubigen ein ärgernis uns aber erlösung und ewiges leben wo ist ein weiser wo ein forscher wo ist die prallerei derer die man weise nennt denn unser gott jesus der christus wurde von maria empfangen nach dem heilsplan gottes zwar aus dem samen davids aber vom heiligen geister er wurde geboren und getauft damit er durch das leiden das wasser reinige und es blieb dem fürsten das ist hier ist jetzt wichtig und es blieb dem fürsten dieser welt verborgen die jungfrau schafft marias und ihr gebären ebenso auch der tod des herrn drei laut rufende geheimnisse die in der stille gottes vollbracht wurden wie wurden sie nun den zeiten kund ein stern strahlte auf am himmel heller als alle sterne und sein licht war unbeschreiblich und seine seine neuheit rief staunen hervor alle übrigen sterne aber samt sonne und mond führten einen reigen auch voll auch vor diesem sterne und sein licht überstrahlte alle und es herrschte bestürzung darüber woher diese unter ihnen neue erscheinung sei infolgedessen löste jegliche zauberei sich auf und jede fessel der bosheit ward vernichtet die unwissenheit ward weggenommen das alte reich war zerstört da gott in menschen gestalt sich offenbarte zur neuschaffung ewigen lebens da nahm seinen anfang was bei gott zubereitet war deshalb kam alles in bewegung weil die vernichtung des todes betrieben wurde amen ja also hier das mit dem hier steht ganz klar gott in menschengestalt 95 nach christus brauche keiner mit ihrem konzil anzukommen niemand so man weiter wenn jesus christus durch euer gebet mich würdigt und es sein wille ist werde ich dem zweiten briefe den ich euch zu schreiben vorhabe euch des weiteren darlegen was ich begonnen habe über den heilsplan in beziehung auf den neuen menschen jesus christus in seinem glauben und in seiner liebe in seinem leiden und seiner auferstehung ganz besonders werde ich es tun wenn der herr mir offenbart dass ihr alle mann für mann gemeinsam in der gnade zur folge des namens euch versammelt in einem glauben an und in jesus christus der dem fleische nach aus dem geschlechte david stammt dem sohne des menschen und dem sohne gottes auf das ihr untertänig seid dem bischof und dem presbyterium in ungeteilter gesinnung ein brot brechen das in ein heilmittel zur unsterblichkeit ein gegengift dass wir nicht sterben sondern leben in jesus christus immer da meine seele gebe ich hin für euch und die welche ihr zu gottes ehre nach smirna gesandt habt von wo ich euch schreibe voll dank gegen den herrn voll liebe zu polykap wie zu euch gedenkt meiner wie ich auch eurer jesus christus gedenken möge betet für die kirche in syrien von wo ich gefesselt nach rom weggeführt werde der ich der letzte bin von den dortigen gläubigen wie ich ja gewürdigt wurde zur ehre gottes erfunden zu werden lebet wohl in gott dem vater und in jesus christus unserer gemeinsamen hoffnung was meinst du ist da wird der vater nein 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 hier geht es darum dass das jesus auf dem geschlechte david ist quasi wegen joseph aber ist ja trotzdem durch den heiligen geist zu mir gekommen das heißt im prinzip es gab ja kein du weißt was ich meine und maria gut durch den heiligen geist bei der empfängnis gereinigt komplett von allen sünden deswegen hat sie auch keine sünde geboren und sie war ja vorher auch die irne unrefleckt und immer da unrefleckt egal was andere auch sagen lasst uns das thema maria bitte nicht aufmachen das wird wieder ein ganz schwieriges ding hier und dann kriege ich wieder die krise ich habe jetzt eigentlich gute laune also nicht wegen dir aber weil die leute immer so durchdrehen bei maria alles du weißt genau was ich meine wahnsinnig du weißt du ich habe dir sogar geschrieben dass genau diesen tag gewesen man gottes segen gottes segen diese briefe sarocke sind von ignatius von antiochien das war ein kirchenvater der von 35 bis 110 nach christus lebte und er ist ein direkter schüler des aposteln johannes also er hat er schreibt jetzt nix und hat keine ahnung von den ganzen sachen sondern er war ein direkter schüler er hat sie was zu beteiligen namen aus wollen wollte ich sowas ich aussprechen weil das kann ich nenne mich so ruhig zählen von ein bisschen hoch kommen das ist aus der bibel gelesen ist wunderschön bis 20 aus der bibel aber danke das ist von ignatius das ist ein kirchen fahrer ich noch später ja 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 ne ist so wichtig und das wird ach so du bist muslim da unten ach so deswegen fragst du diese sachen ich dachte schon heißt so sind die nein sind sie nicht die die evangelien quasi kennst du das schon mal gehört markus matthäus johannes lukas naja ich habe ein bisschen kommen diese göttlich inspiriert natürlich ist ja logisch und diese hatten schüler der johannes hat zum beispiel ein schüler hier ignatius und den lese ich gerade vor der aus der zeit ist das lügen 100 nach christus 35 bis 110 nach christus und da war der erste der kirchenväter ja nicht ganz also also für der für hat jetzt warte mal in der erster kirche hat er ist eigentlich petrus ja nein eigentlich jacobus oder jacobus ja genau alles ist das ding ist aber wie gehen wir von ignatius aus ist in ordnung das kann man das leben ist von rom ist ja auch zeitgleich weil clemens ungefähr zeitgleich weil clemens von rom war ja direkter schüler von paulus clemens von rom steht sogar in der bibel als er sagte clemens brachte mir irgendwas oder bringen wir etwas wieder von clemens mit wie vielen jahren wurde jesu gekreuzigt zu tod da steht ich ist das steht bestimmt in den kirchen weht aber ich habe den alternativen kopf 33 33 so was so was aber jetzt mit 33 minzen bekommen dann zufalt du wirst sie bei wenig live war zwei stunden nein wo wirst du ich war bei haben die warte mal kurz ja ich sag die knaz ist 35 nach jesu geboren ja stimmt ja auch jesus ist ungefähr 33 nach christus gekreuzigt worden macht ja auch sinn und der hatte doch apostel zwölf stück und ein schüler also er war ein schüler eines apostels macht das sind alles was nehmen wir nicht erklärt ist ein bisschen einfacher die serbe des profeten mohammede unter anderem vergleich dich unsere heiligen menschen und gottes willen nicht aber damit das bisschen verstehen kann sie hat ja auch nachfolge um armee und wie auch immer wie die alle heißen und dazu kam es jetzt sind hat die von alter die ganzen geschichten das wurde ein teil des korans zu seiner lebzeiten geschrieben und der andere nach seiner lebzeiten damit du verstehen kannst also ist er gestorben jesu nicht auf der welt war er ist geboren ja natürlich aber darum geht es ja nicht es geht ja darum dass das eine direkte überlieferungskette ist das ist wie bei euch bei euch ist auch sind auch leute in der überlieferungskette die tausend jahre danach waren das ist dass man nicht die muslim die glaubwürdig sind überlieferungskette in der hd wenn ja aber das ist ja an die man zu nehmen war ist ja auch irrelevant wo wir darauf beziehen wollen sie gerne debatte halten wir wollen die schwester etwas aufklären weil sie hat ja fragen diesbezüglich dessen man schritt die einfach empfehlen aber hoch zu kommen die schwester hat mir schon beantwortet also ich wollte nur weiterlesen eigentlich außer ihr habt das thema weil ich will jetzt eigentlich hier weil es eigentlich wichtig ist kannst du gerne vorlesen könnt ihr euch dann alles stumm machen weil das problem ist ich antworte jetzt einmal auf dich zurück zurück ich habe es jetzt mehrmals erklärt jesus hatte jünger zu seinen lebzeiten ja jakobus petros johannes was weiß ich so und diese jünger haben ja mit ihm sind mit ihm durch die durch die gegend quasi gelaufen um es vereinfacht zu sagen haben seine wunder gesehen haben von ihm gelernt haben sogar selber wunder durch ihn vollzogen und einer dieser menschen hat dann ignatius als schüler genommen und hat ihnen sachen auch aufschreiben lassen und gelehrt die jesus gesagt hat oder getan hat oder sonstiges deswegen eine direkte überlieferungskette ignatius hat es dann ich weiß es gar nicht wem aber hat es dann irgendjemand anderem erzählt das könnte man jetzt nachgucken weil die kirchenfeder beziehen sich alle aufeinander aber so ist die überlieferungskette das ist das so ich hoffe jetzt hast du verstanden aber ich werde jetzt weiterlesen kann jetzt nicht die ganze zeit auf dich eingehen nicht böse gemeint du fragst ja auch noch mal alles gut aber hast verstanden okay perfekt so ignatius der auch theophorus heißt an die kirche zu magnesia am meander die gesegnet ist durch die gnade gottes des vaters in christus jesus unseren heiland indem ich sie grüße und ihren gott vater und in jesus christus alles gute wünsche so da ich von da ich von eurer in gott gar wohlgeordneten liebe erfuhr nahm ich mir voll freude vor im glauben an jesus christus einige worte an euch zu richten da ich nämlich dass gott wohl gefälligsten namens gewürdigt wurde so preise ich in den ketten die ich trage die kirchen und wünsche ihnen die einheit mit dem fleische und geiste jesu christi unseres immerwährenden lebens die einheit des glaubens und der liebe über die nichts geht und was noch wichtiger ist die einheit mit jesus und dem vater denn falls wir in ihm allen übermut des fürstens dieser welt ertragen und meiden werden wir gottes teilhaft teilhaftig werden da ich nun gewürdigt wurde euch zu sehen in eurem gotteswürdigen bischof damals in den ehrwürdigen presbyterian bassus und apollonius und in meinem mit knechte dem diakon zothion an dem ich mich erfreuen möchte weil er untertan ist dem bischof als einer gnade gottes und im presbyterium als eingesetzt jesu christi also urban will hoch okay das aus versehen jetzt so waren okay ich mache weiter als wenn ihr urban siekel den hochnehmen ich weiß nicht ob er aus versehen gedrückt hat es zieht es ziemt euch aber das jugendliche alter des bischofs nicht auszunützen sondern entsprechend der macht gottes des vaters jegliche erdfurcht mit ihm zu erzeigen wie ich erfahren habe dass auch die heiligen presbyteria seine offenbar in jugendlichem alter erfolgte erhebung nicht missbrauchen sondern als in gott verständige männer in übereinstimmung mit ihm wandeln doch nicht mit ihm sondern mit dem vater jesu christi dem bischof aller zur ehre dessen nun der uns erwählt hat ziemt es sich ohne jede heuchelei gehorsam zu sein denn man täuscht nicht diesen sichtbaren bischof sondern man spottet über den unsichtbaren ein solches handeln aber bezieht sich nicht auf das fleisch sondern auf gotte der das verborgene weiß so ziemt es sich denn also nicht bloß christ zu heißen sondern auch zu sein wie es ja auch leute gibt welche den bischof zwar so nennen aber alles ohne ihn tun diese scheinen hier aber kein gutes gewissen zu haben weil sie nicht zuverlässig dem geburt gemäß ihre versammlungen halten da nun die dinge ein ziel haben und zweierlei zugleich uns vorgelegt ist der tod und das leben so wird auch jeder an seinem besonderen ort gelangen wie es ja auch zwei münzen gibt nämlich eine münze gottes und eine dieser welt und zwar trägt jede derselben ihr eigenes gepräge an sich die ungläubigen das gepräge dieser welt die gläubigen aber in liebe das gepräge gottes des vaters durch jesus christus dessen leben nicht in uns ist wenn wir nicht selbst durch ihn bereit sind auf sein leiden hin zu sterben da ich nun in den genannten personen die ganze gemeinde im glauben sah und lieb gewann ermahne ich euch befleißigt euch alles zu tun in der eintracht gottes da der bischof den vorsitz führt anstelle gottes die presbyteria anstelle des apostelapostel kollegiums und die diakonen die ich gar sehr liebe mit dem dienste jesu christi betraut sind welcher von ewigkeit beim vater war und am ende der zeiten erscheint erschienen ist nehmt also alle gott gefälligte sitte an gebet einander nach und keiner sehe im fleischlicher weise nach dem nächsten sondern liebet einander in jesus christus allzeit nichts sei unter euch das imstande wäre euch zu spalten seid vielmehr eins mit dem bischof und mit den vorgesetzten zum vorbild und zur lehre der unvergänglichkeit wie nun der herr da er mit mit ihm eins ist ohne den vater nichts getan hat weder durch sich selbst noch durch die apostel so soll doch ihr ohne den bischof und und die presbyteria nichts tun auch sollt ihr mich versuch nicht versuch sollte nicht versuchen etwas auf eigene faust als richtig erscheinen zu lassen sondern bei eurer versammlung sei ein gebet eine bitte ein sinn eine hoffnung in liebe in untadeliger freude das ist jesus christus im vergleich zu dem es gar nichts besseres gibt kommt alle zusammen wie in einem tempel gottes wie zu einem altare zu dem einen jesus christus welcher von einem vater ausging und bei dem einen bleibt und zu ihm zurückgekehrt ist lasst euch nicht verführen durch die falschen lehren und die alten sagen die nichts nützen denn wenn wir bis jetzt nach dem judentum leben gestehen wir zu dass wir die gnade nicht empfangen haben denn die gotterleuchteten propheten haben nach christus jesus gelebt deshalb wurden sie auch verfolgt begeistert von seiner gnade auf dass die ungläubigen volle gewissheit bekämen dass es einen gott gibt der sich geoffenbart hat durch jesus christus seinen sohn der sein in der stille ausgegangenes wort ist und in allen dem wohlgefallen hat der ihn gesandt hat wer nun die nach dem alten brauche lebten umgekehrt zur neuen hoffnung gelangt sind indem sie nicht mehr den sabbat halten sondern ihr leben nach dem sonntag richten an dem auch unser unser leben aufgesprost ist durch ihn und seinen tod was einige leugnen ein geheimnis durch dass wir den glauben erhielten und wegen dessen wir ausharren damit wir uns ausweisen als schüler jesu christi unseres einzigen lehrers wie werden wir leben können ohne ihn dessen schüler im geiste sogar die propheten waren und den sie als ihren lehrer erwarteten und deshalb ist er den sie in gerechtigkeit erwarteten euch erschienen und hat sie von den toten erweckt seien wir daher nicht unempfänglich gegen seine huld wenn er nämlich unsere handlungsweise nachamt wenn er nachamt dann sind wir schon dahin deshalb wollen wir nachdem wir seine schüler geworden sind lernen im christentum gemäß zu leben denn wenn es wer sich nach einem anderen namen nennt außer diesem der ist nicht gottes schafft also weg den schlechten sauerteig der veraltert und versauert ist und wandelt euch um in einen neuen sauerteig der ist jesus christus in ihm solltet ihr gesalzen werden damit keiner unter euch verderbe durch vollen ist weil ihr nach dem geruche werdet überführt werden es ist nicht am platz jesus christus im mund zu führen und nach dem judentum zu leben denn der glaube des christentums führte zum nicht zum judentum sondern das judentum zum christentum zu dem jegliche an gott gläubige zunge geführt worden ist das schreibe ich euch nicht meine geliebten weil ich wusste dass leute mit solcher anschauen unter euch sind sondern selbst geringer als ihr wünsche ich dass ich vorsicht dass ihr vorsichtig zeit damit ihr nicht in den angelhaken leeren glaubens geraten vielmehr wünsche ich euch gefestigt im glauben an die geburt das leiden und die auferstehung die geschah als pontius pilatus landpfleger war wahrhaftig und sicher vollbracht von jesus christus unsere hoffnung um die keiner von euch gebracht werden möge an euch möchte ich immer meine freude haben wenn ich dessen würdig bin denn wenn ich auch gefesselt bin so kann ich doch nicht aufkommen gegen einen von euch die ihr keine fesseln tragt ich weiß dass ihr nicht aufgebläht werdet denn ihr tragt jesus christus in euch vielmehr weiß ich wenn ich euch lobe geht ihr in euch wenn ich wie ich geschrieben wie geschrieben steht der gerechte ist sein eigener ankläger gebet euch mühe in den lehren des herrn und der apostel gefestigt zu werden damit ihr in allem was ihr tut das richtige treffet für fleisch und geist glaube und liebe in sohne und dem vater und dem geiste im anfang und ende im verein mit eurem der würdigen bischof und dem schön gewundenen geistlichen kranz eures presbyteriums und eurer gottgemäßigen diakonen seit untertan eurem bischof und euch gegenseitig wie jesus christus seinem vater dem fleisch nach und die apostel jesus und dem vater und dem geiste damit einheit herrsche dem fleisch und dem geiste nach hier ist auch wieder trinität gewesen überzeugt dass ihr gottes voll seid habe ich euch nur in kürze zugeredet gedenkt meiner in euren gebeten damit ich gottes teilhaftig werde auch der kirche in syrien deren glied genannt zu werden ich nicht würdig bin ich bedarf nämlich eures in gott vereinten gebetes und eurer liebe damit die kirche in syrien gewürdigt werde durch eure kirche betauft zu werden es grüßen euch die epheser von smirna aus wo ich euch schreibe sie sind wie auch ich nie wie auch ihr zur ehre gottes gekommen und haben mich in allen stücken erquicket zugleich mit polykap dem bischof von smirna auch die übrigen kirchen grüßen euch zur ehre jesu christi lebet wohl die ihr eines sinnes mit gott und zerschwerem geist besitzt der ist jesus christus armin so jetzt haben wir alle durch ich glaube der urbahn kam aus versehen hier rein hat der war kurz ins team hat glaube ich aus versehen getrückt weil ich habe nur sein dass man da war schon nicht mehr im stream außer dem kürzenden dienst ist der inhalt in ordnung ist das alles gut ich meine ja genau das sein dieser kürzenden dienst ich finde es auf die cover beziehenden oder weil wir hier bekommen wir lassen das einfach schwester urteile doch nicht wenn du es nicht weißt es naht noch da ich bin noch der bruder nach meinem bruder da habe ich fragen was so eine konvention ich gar keine bruder jesus lebt mein bruder halleluja warum bruder es ist auch nicht deswegen was macht mich der jetzt zum schlechteren festen ich hab doch nicht zu ich habe nicht zu gehört du hast dich zu gehen ich habe gesagt jesus lebt halleluja oder ich glaube doch auch an den herrn jesus christus und das wort gottes amen so ist er so wohne christi und ich respektiere meine brüder ich bin der ex orthodox die kircheväter sind wichtig dadurch kann man die bibel restrieren dadurch wurde das matthiosevangelium vervollständig und ich nehme die erste vier an wir wollen ja nicht hier unter brüder streit weil ich glaube an den herrn jesus christus und wir sind nur glaube eins die lobe sei so in diesem allah da wenn ich bei ich meine die mit der schwarzen flagge und dieser achse er schreibt jetzt mal aber jedes mal was sagen bei jesus oder so schreibt immer komische sachen rein jetzt einmal oder ich bin die ehrlich ist schon mal liebt oder jesus christus liebt euch es gibt auch arabische christen die sagen glaube ich alle oder alle hohe weiß ich nicht genau und mit aller jesus meins erliebt ich mein bruder da hast du recht wer macht sie die ganze zeit so komisch geräusche in den bayern bescheuert im namen des vaters des sohnes und des heiligen geistes armen heute ist der herr jesus christus wieder auferstanden aber ich würde gleich also für mich ex katholiken kann man nicht sagen ich weiß auch nicht wie man das sagen kann bei ihnen also bisher ex katholik bei die war das ist schon ein bisschen mehr im prinzip ist aber durch die taufe immer katholik außer der wechsels religion ich liebe euch deshalb lade ich euch zu bist du würde ich liebe dich auch von ganzem herzen wenn du fragen hast in bezug deines glaubens oder in bezug zum christus noch kommen doch hoch und wir lesen die aus der bibel wenn du willst sie beten auch für dich kommt oder wir wollen wollen dir die wahrheit geben bzw wir wollen die aus der bibel lesen damit du den herrn jesus christus als wahrheiten dass ich annimmst öffnen dein herzen wird sich dir zeigen du musst nur zu ihm beten oder ist jemand bei dir nehmen die am schlafen wir hatten oder so sehr ja oder mein kleiner schläft neben mir dann zeigt uns mal bitte im koran dass uns aller liebt bitte wer sehr nett zeigt du uns im koran dass allah uns liebt du hast ja gerade geschrieben aber liebt euch zeig uns mit dem ist da auch im koran dass alle uns ach so das ist match oder wie er ist denn hat wir schon oft oben jetzt weiß ich wer du bist du denkst ja immer anders da ja ja so mit dem hat haben wir schon tausend mal geredet also ist er ist er denn in seinem wissen nein ist wirklich so ja dann ist es nicht sagen ich habe ein gefunden jesus leben die schmerzen nein allah hat mich in die ehre führen gelassen er hat uns doch alle getäuscht mit jesu er hat ihn auch zu sich genommen und wollte uns alle täuschen aber milliarden von menschen oder getäuscht wenn wir in die hölle auf ewigkeiten brennen warum tat er dies aber zwar so sagt sie ist er leser haben der wird kommen er wird das kreuz brechen der schwein töten und uns richten und den geschichten vor der kreuzigung hat man ja gesagt dass er das allein genommen hat er lässt sich zu dass ein gesandter beziehungsweise ein prophet so stirbt deswegen hat er eine seite junge ausgewählt der jüngste und davon wird nicht mal sein namen er wird im koran weil so eine sache aber da wird kein namen gesetz oder einen der jüngste und hat das aussehen bekommen von jesus und da wurde gekreuzigt warum macht das allah der beste schmiede pläne warum lässt uns alle in die irreführung und ging nicht jesus zu denen hin und sagt nein ihr könnt mich nicht kreuzigen und das geht nicht mal bewahrheit also da gibt es fünf verschiedene versionen wir haben kreuz war das ist nicht klar unter gewerten hier ist so bei denen nicht klar also ich habe einen fest gefunden der finde ich immer selber aber gesetze laut eben kater sind die gesetze für sind die gesetze für die gesandte allahs aufgehoben man jetzt in allah gesetze ist kollege das ist mein bruder ist sünder das ist aber das stimmt nicht wo steht im koran muss ich bin ich bin nicht ja du bist ja noch so was ich darf mich dafür etwas vorlesen das finde ich immer so schön ja lesen das ist surah 8 vers 12 als dein herr dein engel eingab gewiss ich bin mit euch so festig diejenigen die glauben ich werde in den herzen deren die ungläubigen sind schrecken einjagen so schlägt ihnen auf die und schlägt ihnen jede und darf ich das vorstellen darf ich das nackentherapie und alle ich habe die schönste so herausgefunden oder wie der heißt jesus so marias ist nicht dieser so miriams nein falsch mit selbst nicht falsch schau in den koran maria also miriam ist die schwester harons die tochter im ranz somit soll die die schwarze von mose sein also nicht dieselbe person bitte erkundige die richtig und jetzt das eingefallen war mal ich habe das genug und der kam mit dem protel evangelium von jakobus ja in der sagte doch jetzt passt auf sie jetzt passt auf die muslime lüge der sagte doch wir wollen kapitel abgucken da steht dass maria 12 war ja bei der geburt passt jetzt mal auf wie die lesen das kann sich auch sicario angucken damit er sieht wie die täuschen ja ich meine das ist eh kein angenommenes evangelium aber selbst da steht das was die behaupten haben nicht drin diese liegende kapitel 8 steht das mit zwölf als sie aber zwölf jahre alt war fand eine beratung der priester statt sie überlegten sie maria ist im tempel des herren zwölf jahre alt geworden also geht es nur darum dass im tempel ist ich brauchst du dich als zu lesen ja hier geht es nur kann man die geburt dann die schwangerschaft marias pass auf und sie verarbeitete den purpur und den scharlach und gab es den priester ab der priester nahm es sie und segnete sie mit den worten maria gott der herr hat deinen namen groß gemacht und du wirst unter allen geschlechtern der erde gesegnet sein da trifft maria freude und sie ging hin zu elisabeth ihrer verwandten und klopfte an die tür als elisabeth das hörte ließ sie den scharlach fallen lief zur tür öffnete ihr und segnete sie mit den worten woher geschieht mir dieses dass die mutter meines herrn zu mir kommt denn sie das kind in mir und segnete dich maria aber dachte nicht an die geheimnisse die der engel gab es mir gesagt hatte die mir blickte sie zum himmel und sagte wer bin ich denn dass all die frauen der erde mich preisen sie blieb drei monate lang bei elisabeth aber tag für tag nahm ihr leib zu da bekam maria angst und ging fort in ein haus und war praktisch vor den söhnen israels nun war es 16 jahre alt als ihr diese geheimnis wollen dinge geschah was für lügner ja die haben hier einfach geholt wo irgendwas mit 12 steht das gibt es gar nicht mehr geburt und hier steht was sind das verlügter man oder was du hast du für die kann man so lügen alter die haben die haben vom besten listen schmied gelernt aber leute nur dass sie das wisst war das ist wie gesagt das neues argument mit dem sie kommen sie gehen auf eine von geben dass wir ihn nicht akzeptieren dass hier ist eh kein offizielles evangelium ist ja alle so und wenn die sagen kapitel 8 steht maria 12 nicht direkt sagen naja dann gehen wir im kapitel 12 da steht ganz fett mit 16 jahren und das ist das so so eine frechheit was sie da immer machen mit ihrem wenig richtig lesen das ist das ist ein falsches erfahrung oder darum geht es jetzt nicht es geht nur darum dass die damit kommen dass sie sagen dass wir angeblich eine echte erfahrung aber selbst wenn wenn man auf das eingebiert und sagen wir die auch von mir aus erkennt was an wo wir es nicht anerkennen dann steht da das trotzdem nicht drin was sie sagen weißt du die bibel von heute ist 1 2 1 wie die bibel vor 200 jahren nur die sprache hat sich verändert somit hat sich auch die sprache der bibel verändert das heißt die übersetzung aber die bibel ist 1 zu 1 jahren war aber dieses argument ja aber siehst du sie cario sie lügen nicht nur bei ihren schriften sie sind ja sowieso nur an lügen man holt ihn doch auch diese pfeife da wollte ich ihn kurz was fragen dieser sarok mein einzigen follower da kann mich hoch was so war denn ich gerade oben das war der anstrengenden aber wissen andere und weißer da ist er wieder mehr kommen auch dieser wasser ich wünsche euch eine gute nacht gottes segen die man wurde noch gottes segen gottes segen abu hassan so kannst du mir erklären wo sitzt denn allahu akbar was wo sitzt denn denn allah was ist auf dem thron ja sitzt allah akbar kannst du mir sagen wer ist größer allah oder sein thron also wenn ich schon wenn ich ein wenn ich ein kursi habe wenn ich ein habe dann muss er schon breiter sein als ich dass ich darauf setzen kann verstehst du also ist der thron größer als allahu akbar oder seine seine stuhl ist größer als die himmel und er sei nur seine stuhl ja aber dann ist auch dieser stuhl größer als allah weil allah muss drin sitzen oder nicht er muss doch drinnen sitzen oder nicht er muss in den stuhl setzen oder wieder auf dem stuhl aufsetzen oder wo wieder drauf sitzen sie gerne bist du bist du christin und ich bin ich bin agnostiker du musst tauber machen du musst tauber machen so wie kann denn diese gott ein auf einen stuhl setzen bitte ist doch scheiß egal wie der seine stuhl ist du verstehst immer noch nicht ist egal wie sich tun aussieht aber diese allah akbar er muss doch auf diese stuhl setzen oder nicht egal wie das aussieht ich habe nicht gesagt wie der aussieht ja aber das ist egal und er sitzt auf diese stuhl wie kann denn auf diese stuhl setzen bettlichen ich weiß nicht ich kann nicht mehr vorstellen wie natürlich weißt du nicht nicht meine aufgabe ist ist allah allwissend ist allah allah weiß alles ja sicher ja er weiß alles ja ok effektiviert ist allah allahs ja sicher jungen minkum ja lubune wuerlubuna mekan Und dann waren sie dahin, er sagt zu ihr, ich erzähle auf deutsch, also er sagt, Bravo, und dann sagt er zu denen erstmal, dass 20 von euch, die besiegen 200, und 100 von euch besiegen 1000, wo sie dahin gegangen sind, sie haben verloren, die sind wieder zurück, und dann sagt er zu denen, und jetzt wusste Gott, und jetzt wusste Gott, dass ihr schwächer seid, also 20 von euch können nur, wie heißt das nochmal, also 100 von euch können nur 200 schaffen, und 1000 von euch nur 2000, also vorher wusste Gott nicht, jetzt wusste Gott, also vorher, wo ist denn diese Wissen von Gott, also Gott wusste nicht vor hier, dass sie das schaffen, Nein, nein, nicht für nur erklärt, es ist anders, Aha, es ist anders, wie willst du das erklären? Geht tafsir, ja dann liest man tafsir, was ist denn tafsir, ich brauche kein tafsir, wenn Gott dir sagt, erstmal, du kannst mit 20 Leuten, hör mal zu, wenn er dir Gott sagt, mit 20 Leute, kannst du 200, und mit 100 Leute, kannst du 1000 Leute bekämpfen, wo die verloren hat, dann hat dir Gott ein Vers gesagt, im Al-Umran, ja, wenn du liest, er sagt zu dir, was, ja, ja, okay, ja, er sagt zu dir, okay, was heißt denn, jetzt, jetzt wusste er erst Gott, jetzt wusste erst Gott, dass ihr schwächer seid, ja, und 200 von euch nehmen 200, und alle von euch können sie 1000 von den anderen, also das heißt, Gott wusste vorher nicht, dass sie schwächer sind, also das heißt, Gott ist nicht allwissend, er weiß, er weiß gar nicht, er weiß nicht, wenn er vorher wusste, dann hätte er nicht gesagt, geht mal dahin, ich verstehe besser als du, das Problem ist, du verstehst nicht, das ist das Problem bei dir, und wusste Gott, wusste Gott, dass, wusste Gott, dass zum Beispiel kleine Kinder zu heiraten ist haram, oder wusste er auch nicht? Kleine Kinder? Ja, heiraten ist nicht haram. Darf man im Islam kleine Kinder heiraten, ja oder nein? Wie ist das kleine Kinder? Kleine Kinder ohne Menstruation. Kleine Kinder? Also ab 13 oder 14? Kleine nicht ab 13, ab 6, 7 heiraten ist egal. Genau 5. Also gibt es Kinder, also mit 9 oder 16, 16 Kinder? Ich erzähle dir so, hör mit so, TikTok sportlich Kinder, die ihre Tage noch nicht hatten. Bist du Sonja, du bist du Skier, was bist du? Guck mal, wenn sie, ihr Körper ist groß, oder? Noch einmal, nein, nein. Was, was, was heißt denn groß für dich, wenn eine Frau, wenn ein Mädchen sechs Jahre alt ist, wie, wie groß kann sie denn sein? Wir reden gerade nicht über Aisha, okay, wir reden nicht über Aisha. Sie sieht wie Erwachsene aus, weißt du? Ach, mit 6, also mit 6 Jahren alt sieht sie wie Erwachsene aus. Also mit 4 oder 6 Jahren alt Erwachsene Frau, maaschallah. Also du wirst zum Beispiel, wenn deine Tochter sechs Jahre alt ist, wenn deine Tochter sechs Jahre alt ist, und ich komme mit 53 Jahren, du wirst mir deine Tochter heiraten geben, ja? Ich finde, wenn meine Tochter ist zehn Jahre alt, okay? Nein, ich habe gesagt, wenn deine Tochter sechs Jahre alt ist, du hast doch gesagt, gerade mit 6, guck mal, Abulhassan, du hast gesagt, gerade, du hast so gerade gesagt, ja, mit 6 ist sie groß. Ich habe dir gesagt, wenn deine Tochter sechs Jahre alt ist, ja? Und ich komme mit meinen 53 Jahren alt, und ich sage dir, Abulhassan, ich will deine Tochter heiraten, die ist sechs Jahre alt. Sechs, ne, sechs niemals. Wieso denn niemals? Aber im, aber im, aber im Aya steht drauf, ist egal, wie alt die ist, auch ein Baby kannst du heiraten. Wo ist das Problem? Aber im Kopf, du weißt das, im sechs nicht. Wieso nicht? Aber Mohammed hat mit 53, aber Mohammed hat mit 53 Aisha mit sechs geheiratet. Wie können wir das bestätigen? Ich bestätige dir, bei Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, was willst du denn? Alle, ein Aisha hat gesagt, Aisha, der sagt mir, Rasulallah, wa ana bintu siti sinin, wa kunn tu fi yadaya al-abi, wa dakhala bia wa ana bintu tis isi sinin. Was heißt denn das? Also der Prophet hat mich geheiratet, wo ich noch sechs Jahre alt war, und ich hatte meine Puppen in der Hand, und der ist mit mir, hat er den Verkehr gehabt, wo ich neun Jahre alt war. So, wie kann denn ein 53-jähriger Mann, eine sechsjährige heiraten, und wenn wir nach drei Jahren, zum Beispiel sieben, acht, neun, das heißt 53, 54, 54 vermogen, also mit 56, ein 56-jähriger Mann hat mit einem neunjährigen Mädchen geschlafen. Guck mal, also nur Koran ist alles richtig, also... Also ihr wisst, dass er da, dass er da um den Raum, weil er wurde mit seinen, ich glaube mit 30 oder mit 40 wurde er Prophet, und wo Aisha 18 war, da starb der Prophet. Okay, und laut Sahih al-Bukhari, 5000, also 51, 34, the Prophet, wie auch immer, married her when she was six years old, and he consumed his marriage when she was nine years old. Hisham said, I have been informed that I shall remain of the Prophet for nine years. Er versteht kein Englisch, er versteht kein Englisch. Ich kann auch Deutsch lesen, das ist irrelevant, ich kann auch Sahih al-Muslim... Nein, ich habe ihn doch gerade auf Arabisch, ich habe ihn doch gerade auf Arabisch gelesen, er versteht das am meisten, ist kein Problem. Er versteht, guck mal, guck mal, nicht alles in Sahih al-Bukhari und so und so ist richtig. Nur Koran... Das stimmt ja nicht. Das heißt Sahih al-Bukhari, das heißt Sahih al-Bukhari und alles was ist Sahih al-Bukhari und Sahih al-Muslim, ist Sahihal. Und das sagten alle Gelehrte, alle Gelehrte sagen, fahne, 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 kittabu, barte, 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 barte. Du hast jetzt Bibel, also Bibel, ja. Ich habe keine Bibel, ich bin kein, ich bin ex-Muslim, ich habe keine Bibel, ich rede nicht mit den Bibeln. Okay, die anderen haben Bibel und sagen, dass Gott ist Gottes Wort und das können Menschen nicht andere. Aber vier Füßen im Koran, das steht Bibel verfälscht. Da steht im Koran eine Aye, Surat al-Talaq. Kannst du mir Surat al-Talaq lesen? Lies mal bitte Surat al-Talaq. Kannst du die mir zitieren? Lies mal bitte Surat al-Talaq. Surat al-Talaq kannst du doch, oder? Also, ich weiß, das steht im Kind und so und so, TikTok-sportlich. Aber das Kind... Ja, aber wieso lügst du dann die ganze Zeit, wenn du sagst, ich weiß, das steht im Kind und so und so. Und du sagst, du kannst ja nicht heiraten, ein Kind. Wieso lügst du dann die ganze Zeit? Sagst du, nee, stimmt nicht, was bei der Hadith steht. Guck mal, wenn sie 13 oder 14 TikTok-sportlich... Das steht doch gern 13 oder 14. Guck mal, ihr Körper ist groß und sie kann... Mit 13 und 14 hat sie ihre Tage. Du verstehst immer noch nicht, hör auf zu lügen. Mit 13... hör mal zu, mit 13 und 12 hat sie ihre Tage. Du Jahel. Du Jahel. Du Jahel. Du Jahel. In 12 und 13 hat eine Frau ihre Tage. Du Jahel. Die braucht doch nicht zu heiraten, wenn sie das ist, dann ist sie kein Kind mehr. Er sagt zu dir, diejenigen, die keine... Diejenigen, die keine Mitzeskronen hatten. Verstehst du? Das heißt, das sind Kinder unter neun Jahre alt. Verstehst du? So. Das heißt, diejenigen, die nicht mal ihre Tage bekommt. Er hat nur gesagt... Ich erkläre dir etwas, okay? Hör mir zu, Bruder. Hör mir zu. Alvaro oder Alessio, Bruder. Kannst du aufschlagen, Sahih Al-Bukhari, 61,30 und ich lese auf Deutsch. Zeig ihm mal das. Und Sahih musste auch auf die Isak-Sulme. Ja, zeig mal, zeig mal. Weil er meint... Er weiß doch, Bruder. Er weiß doch selber. Ja, ich weiß es aber. Er weiß doch selber. Er lügt nur die ganze Zeit. Er weiß doch, dass sie... Wenn es 12 oder 13 ist, dann hat sie ihre Tage. Ich geb ihn, ich geb ihn auch. Guck mal, es ist normal. Wenn die 12 oder 13 ist, dann hat sie schon ihre Tage. Aber im Koran... Aber der Koran sagt zu dir, diejenigen, die ihre Tage noch nicht bekommen haben. Das heißt, diejenigen, die nicht ihre Tage bekommen haben, sind unter neun Jahre. Also neun Jahre, acht Jahre, sieben Jahre, sechs Jahre. Woher weißt du das unter neun Jahre? Weil Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim und Musnad Ahmad und alle sagen das. Die ganze Gelernte sagen das. Verstehst du? Ebn Kassir sagt ja auch das. Also Ebn Kassir ist Lügner. Und Sahih Al-Bukhari ist Lügner. Und Sahih Muslim ist Lügner. Und nur du, Abu Hassan, du weißt immer am besser. Ebn Kassir ist auch Lügner. Du kannst mir nicht erklären. Wer bist du, dass du mir erklärst? Ich lese Ebn Kassir, ich lese At-Tabari, ich lese Sahih Muslim und Sahih Bukhari. Bist du besser als Sahih Al-Bukhari, wenn er sagt kleine Kind, wenn es da drin steht, ein kleines Kind. Was kann ich denn nicht verstehen? Und hör mir zu, hör mir zu, du Typ. Sahih Al-Bukhari 61,30 und dann machen wir auch gleich Koran direkt. Ich spielte im Gegenwart des Propheten mit den Puppen. Und auch meine Freundinnen spielten mit mir, wenn Allahs Gesandter mein Wohnort betrat. Versteckten sie sich. Sie haben sich vorhin versteckt, aber der Prophet rief sie dazu auf mich, sich mit mir anzuschließen und mir zu spielen. Das Spiele mit Puppen und ähnlichen Bildern ist verboten. Aber für Aisha war es damals erlaubt, da sie ein kleines Mädchen war und noch nicht das Pubertät-Alter erreicht hatte. Da steht doch wortwörtlich, nicht der Pubertät erreicht wurde. Genau. Ihr war ein kleines Kind. Was willst du denn noch? Ja, ja. Ich schulde. Ich schulde. Ich schulde. Fert Al-Bukhari, Seite 143, Bund 13. Nochmal, um diese Aussage zu bestätigen. Von Zahra Al-Bukhari, Seite 6130. Wenn wir uns jetzt, wenn wir uns ja jetzt, jetzt Koranvers nehmen, Surah 64, Vers 5. Das gilt, weil Allah hat vergessen, bei den anderen Versen. Da hat vergessen ja die Frauen, die schwanger sind, bei Scheidung. Und die Frauen, die ihre Tage nicht bekommen. Und die Frauen, die nicht mehr bekommen, ihren Alter. Wenn wir schlagen, suchen 64, Vers 5 und eben Kathir lesen. Und egal, was wir hinterfragen, geht das gleich noch vor. Die Frau, die noch nicht in dieses Alter kam, wo sie ihre Tage hatte, die muss auch. Da muss er drei Monate warten, bevor er sie verlässt. Und Hallas ist kein Problem. Er kann mit der Schlafen. Man, er weiß ganz genau. Er hat schon bestimmt tausendmal gelesen. Und er weiß ganz genau. Jeder Muslim kann das. Jeder Muslim kann das. Und wenn ein Muslim sagt, Sahih Bukhari und Muslim sind, guck mal, Der ganze Koran ist widersprüchlich. Der ganze Koran ist widersprüchlich. Genau. Der widerspricht schon den Koran alleine. Schon das, wenn er sagt. Wenn er sunni ist. Komm mal, ich widerspricht ihn jetzt noch einmal. Wie heißt der Bruder? Makedo. 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 Weiß Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Was mit ihm und der Saaba passiert, wenn sie Allah folgen? Ja oder nein? Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Natürlich nicht. Ja. Also wenn du Allah folgst, wenn du den Gesandten Allah folgst, ja? Auf dem Koran, dann weißt du nicht, was mit dir passiert? Nein, ich weiß es nicht. Wie? Warum weißt du nicht? Also das heißt, du kommst in Hölle, wenn du Mohammed folgst. Hast du gesagt? MashaAllah. Jetzt sagt Fatah. Sikaro. Sikaro. Sikaro heißt das. Hä? Natürlich weiß ich. Er sagt zu dir in Vers. La a'lamu ma yuf alu bi wa bikum. La a'lam. Also Mohammed sagt zu dir. Ich weiß nicht, was der mit mir und mit euch machen. Und das ist, das ist. Und verstehst du was ich meine? Das ist Surah. Surah 46-9. Genau. Wie kannst du denn ein Prophet folgen, der weiß selber nicht, wo er hingeht? Verstehst du? Er sagt zu dir, ich weiß nicht. Das Geile ist, Buddha mach mal bitte Tafsir ibn Kathir auf, bitte. Weil das ist eine Widerlegung dieses Verses. Mach mal, er weiß auch selber. Mach mal ibn Kathir. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Allah weiß das. Ich weiß nicht. Ja genau. Aber warum folgst du? Ich sage, ich bin Muslim, aber ich sage nicht. Okay, aber Jesus weiß, was dir passiert. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zur Wahrheit außer durch mich. Wir kommen nur durch den Herrn Jesus Christus zur Wahrheit. Und Mohammed sagt, er weiß es nicht. Wenn du Allah folgst, er weiß, was dir passiert. Er weiß es nicht. Komm herzu. Und der Tafsir ibn Kathir widerspricht das. In dem Tafsir ibn Kathir sagt er, nein wahrlich, es geht darum, dass der Apostel Allah nicht weiß, was mit ihm passiert, während er lebt. Das heißt, er weiß nicht, ob er umgebracht wird oder nicht. Das meinte er. Das heißt, dieser Tafsir widerspricht das Surah. Aber, wenn wir gucken, Sari al-Bukhari, Band 5, Nummer 266. Allah, obwohl ich der Apostel Allah bin, weiß ich doch nicht, was Allah mir antun wird. Oh, du billah, shaitan imarim. Der Gesandte Allah weiß selber nicht mal, was mit ihm passiert. Und er war der beste Mensch und sünderlos. Habibi? Habibi, er hat euch das Koran gegeben, das Wort Gottes. Und er kommt nicht in Jannah? Warum weiß er es nicht? Jibril hat ihm doch das Wort Gottes gegeben, die Offenbarung. Und er weiß nicht, was mit ihm passiert. Jesus weiß er. Abul Hassan, bist du Araber, Abul Hassan? Bist du Araber, Abul Hassan, oder bist du Afghane? Nein, ich bin Muslime. Du bist Muslime. Aber woher kommst du denn? Araber oder Afghane? Woher kommst du? Verstehst du, warte mal. Verstehst du, ich, nicht? Verstehst du, ich? Ja, ich verstehe. Ich verstehe, egal ob ich Kurde, oder Arabie, oder Afghane, oder Deutsch. Geht ja, egal. Ich will nur mit dir auf die Abel, bei dir. Verstehst du, ich finde dir, auch bei ihr. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, ich verstehe Arabisch. Ja, ich verstehe Arabisch. Ja, ich verstehe Arabisch. Ich bin ein Kind. Da gibt es alle Tenaقض. Es gibt eine Sprache. 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 Nein, du bist ein Schöter. Und ich will die Sprache. Du bist eine Sprache. Ich zeige dir dein Koran. Wie ist alles lüge. Während die Sprache der Träume 69. Du bist eine Kurde und nicht arabisch. Du bist eine Kurde und verstehst du kein Wort arabisch. Du bist eine Kurde. Weischt eine Kurde. es gibt eine riesen fehler drinnen auf arabisch eine riesen fehler drinnen auf arabisch das ist eine grammatik fehler das ist eine tötungsfehler und 19 auch eine riesen grammatik fehler im koran zum beispiel gesagt zu dir alles gelesen hast du ein grammatik fehler gefunden ich habe hunderte grammatik ich zeige dir hunderte grammatik fehler im koran und das ist mal dein gehirn waschen vielleicht für dich besser weil du hast ja kein gehirn das ist das problem bei dir als ich habe nicht liegt und keiner hat ihn runtergeschmissen er ist geflohen der hatte der ist alleine der abgehauen der hatte keine ahnung der weiß ja gar nicht weiter deswegen er wollte nicht sehen ich wollte ihnen zeigen diese ganzen fehler deswegen habe ich ihn gefragt aber arabisch kennt weißt du aber ist bestimmt so eine gehirnlose weißt du so der versteht sowieso nicht aber es ist nicht halt koran ist fehler hast du gerade zugehört und hast du nicht zugehört aber eine sache muss man sagen der koran hat eines prophezeit und das über einen falschen propheten mit der herz der so wie er gesandt aller gestorben ist nachdem er von sophia vergiftet wurde sie selber verraten genau und er sagt zu euch auf meine arterie tut so weh ich könnte sogar den vers ist auch so und jetzt hier zeigen meine teorie tut so weh nach dem essen ziege weißt du dass das über eine bibel prophezeit wird ja komm mal was denkst du was haben die den koran gemacht die empfehlen das aus der bibel genommen und umgeschrieben und manche sogar genauso aufgenommen aber die haben das bitte gar ich glaube in den psalmen oder irgendwo ich muss mir hat mir sogar gesagt dass ein falscher prophet wenn er falsch predigt und nicht von gott ist dass er durch gift stirbt das ist der beste der ist der beste schmied musst du doch meinen sie haben doch gewechselt da ist das doch klisten schmied und dann haben sie es gewechselt und dann steht in der bibel ja ja aber bei denen steht ja der beste schmied pläne was liegt an ihrem geilen übersetzung der koran ist fehlerfrei ich sagte ja diese muslimen die haben schon ihre gehirnwäsche bekommen also die haben kein gehirn zum überlegen das ist das problem ja aber das was alles wo wir haben denn alles zeigen schwarz auf weiß und kommen trotzdem wollen sie verleugnen weiß man weiß was geiles in der bibel in der bibel steht nicht die augen sind sondern die herzen was haben wir genau die sagen die sagen zu uns wir haben das aus dem koran geklaut die bibel kommt jahre vor dem koran vor islam wie haben wir das geklaut jetzt einmal ehrlich ihr müsst doch die editor das in die lesen wert von wen geklaut die klauen alle alle profeten alles nennen die alle um ja und machen so als wenn das ihre eigenen das einfach alles lächerlich von das ist das ganze die machen aus david da wohnen weiter oder die haben wir haben sogar paulus im koran alles schöne gut warum haben sie sich nicht seh im koran ja mal hier sei ja den kompletten koran und den islam vernichtet bevor überhaupt zustande kam warum haben wir nicht doch die sagen bisher wäre ist also nicht aber die dürfen gar keine prophezeiung erwähne im koran die sich auf der bibel besteht um gottes willen immer noch dass sie ihn wirklich auch messias nennen und sie gar nicht wissen was messias heißt also der messias im koran macht ja gar keinen sinn jetzt mal ohne spaß das ist das dümmste was ich jemals gelesen habe wenn man wirklich mal drüber nachdenkt das ist doch doch messias auch ist dann ist sie aber sagt nicht drei aber aber guck mal das ist ja aber es macht doch keinen sinn wenn isa der messias ist was hat er dann halt müsst ihr ja du sagst es ist dieser ist der messia ja wenn du sagst mir sie ja weißt du was messias heißt also du widerlegst den ganzen koran du jahre ist der messia dann ist es doch der allah der der alles schafft wenn du sagst dieser ist der messia dann ist das ist der allah der der alles steht über alles steht aber wie soll man wie soll man dem wissen mit mit 1,5 so ein kuran ist der korrektur für eure bücher so du mein habibi meine schwester gesagt dass er wäre muslim genau und wenn er muslim wäre dann müsste wenigstens die herde aufgesagt haben und salla und so weiter gemacht werden und hat und pilgerfahrt obwohl es damals schon die kabel gibt dann ist die erlöser wer ist denn der erlöser ist nicht der gott allmächtige erlöser im koran nicht jähl du bist jähl denn wie erlöser sein ja komm ich begrüßte jahil mit der zeit von lohr du flüchtest zwei follower ist ein fäger kommt kommt mit der richtigen kommt rein und komm hoch der hat keine ahnung vom islam die ganze ist kommen wir dieser tik tok sind voll voll idioten also dieser tik tok ist nur überfüllt von diese leute die überhaupt keine ahnung irgendwas wir haben keine ahnung von ihrer islam und dann kommen sie wollen debattieren und einfach verteidigen und sie null gehören haben und null intelligent haben und null ahnung auch von den islam so und und wenn man so diese argument das ist mein account also kein anderer kommt habe mir das von der account und du folgst eine person was laberst du schick mir von uns posten habe hat er bitte immer aufzulegen du brauchst dich hochzukommen du bist ein jähriger und wir schicken wieso bis sogar hier kommst du zum betteln oder was gebe zahlt doch mal 10 20 euro kannst du dir tausend follower kaufen wo ist dein problem ich habe mich noch gar nur hier zum betteln sogar hier kommst du zum betteln reicht nicht diese art 4 was ihr kriegt ich will mal kurz mal kurz wenn wir jetzt in mir zum beispiel einiges jahr 23 abfährt machen wir ab 14 einfach das gehört nicht alles dazu holen ja doch ab 14 mitte nicht sind sie und die in jerusalem wohnen sind für mich wie gemorren warum sie spricht der herr der herrschern gegen die propheten ich gebe ihnen wärmut zu essen und giftwasser zu trinken wer von dem propheten jerusalems und ist gottlosigkeit ausgegangen ins ganze land also das heißt hier wird ja auch schon gesagt dass die alle vergiftet werden wir haben noch 70 leute bin ich leute alle tippen teilen ok irgendein muslim irgendeiner der sich behaftigen kommt auch zeigt mir dass der islam friede ist ich beweise ich das gegenteil mit euren eigenen büchern mit den koran selbst und die sonne kommt auch ich weiß es gar nicht schließen wir eigentlich wieder jetzt auf den islam gekommen eigentlich war es heute gar nicht stehen ja bruder dass das kam zu stehen wie ist der mensch wie ist der typ abu hassen abu hassen abu hassen abu hassen die ahnungslose der aber man schläfst du agnostiker bist du nicht gleich ab oder muss sagen muss sie kann was müssen du reden ein dollar was ich bin agnostiker dann widersprüche der bibel jetzt hat es hat probiert aber ich bin ich würde dass du zum herren finden dass man wohl nicht auch die bibel du hast du was du bist jetzt ist ich bin jetzt gerade erst mal meine ganze leute erst mal auszuholen auf diese noch wenigstens eine wahrheit mein bruder beschäftigt ist die wahrheit ist es gibt einen gott ist ein prophet und es gibt keinen so dass auf jeden fall die wahrheit und 100 prozent und weißt du wer dies prophezeit hatte 600 jahre bevor ich glaube er kennt sogar die verse alle die wir die wir immer nennen es gibt ja mehrere versen der bibel die schon davon die sogar sagen dass wenn ein engel kommt und falls er von geobredigt und egal ob mensch oder engel wenn anderes evangelium verkündet als das vom herrn ja egal ob menschen engel der soll auf alle ewigen verflucht sind dann das nicht der einzige versen es gibt auch noch immer mehr auch über den dass das der teufel eine engelsgeschalt aufnehmen wird und so weiter was wird der falsche propheten passiert wird wenn sie falsch predigen und das ist nur dass nur einige einige prophezeiung das nun bezug zu islam über 3000 prophezeiung gibt es in der bibel das lustige ist wenn die das mal lesen würden also diese ganzen mussten wir die auch checken dass das der islam da eigentlich schon zerstört wird bevor überhaupt er kam online es hat es wieder hier drin hier wird sie nicht hochkommen es hat das können wir uns sparen das ist für dich besser und warum diese diese der ja der kommt jetzt noch ab oder was ich weiß ich habe kommt jetzt hoch und sagt ja ihr seid alle kuffar und ich muss hier die dauer ist dass dieser philosoph nein ich bin philosophia dieser philosophie ich verwechsel nicht mit niemand anderen ich kenne sie gar nicht der philosophie ist hier geblockt mit vier accounts also was hat man ja noch nicht wieder hoch ich meine war dieser der den nie nachdenkt aber ich denke nach so ne dann habe ich schon widerlegt wenn ich nicht der hat hier hier den sicario gefragt warum er nicht mit seiner mutter du weißt schon was soll das gar nicht zitieren nur weil er nicht was ihn davon abhält weil er kein glauben hat und das umdreht kommt einfach fragen ja die stellt das nur ab weil du den islam glaubst du da was ansonsten wird direkt machen oder was so krank man natürlich gibt es prophezeiung weil hier auch deshalb wurde der geblockt müssen wahrheit in der bibel stehe ich bin euch ehrlich ich habe kein problem mit viel über sonst was ich habe nur ein problem mit dem vatikan und dem papst was warte mal warte mal ich bin agnostiker und ich habe auch mit dem papst nichts zu tun aber was habt ihr den papst getan eigentlich kannst du mir das denn es gibt videos wo er nackte kinderfüße küsst ich bitte dich das ist immer mal an nehmen wir mal an der hat auch die füße gewaschen und zwischen die ganze leute war schon weißt du dass ein tradition bei denen aber ja und die füße küssen ist eine tradition das ja aber das macht ja in der öffentlichkeit und in öffentlichkeit wo die alle da sind und die kameras und so das hat die ganze welt gesehen das ist ganz normal aber wenn ein scheich eine siebenjährige hatte dann rastet ja aus oder was kann man sagen aber warte 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 gleiche das mal das mal ist die kann mit dem reden die kann ich alle gleichzeitig gehen lassen lassen dass man sie kann oder du bist ja euphorisch alles gut ich küsse dein herz aber das war sie kann mit dem sagen ist pädophilie aber wenn ein popst die kinderfüße küsst ist alles gut ich frage dich hast du kinder ja küsste nicht ihre hände und ihre füße ja jetzt sind ja meine kinder nein erwarte mal bist du nicht ihre hände und ihre füße haben deine geschwester kinder kleine babys küsste nicht ihre hände und ihre füße ja aber das ist aber nicht aber 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 treibst du machst du sex mit denen mit deiner kinder weil die kleinen sind ich habe dich was gefragt gerade du hast du vergleichst du vergleichst aber wer macht denn die musik du vergleichst einer der sein seine kinder kleine kinder die füße küsst vor allem leute vor vor den medien vor allem der zeigt das als die für die füße von der saskel ist du hast du du bist die kinder von deiner füße von deiner kinder ich habe die füße von meine kinder geküsst so aber du vergleichst das mit einem pdf dass er ein 63 jährige ein 53 jähriger ein sechsjähriger heiratet das war genau wie selber ja der papst hat die füße geküsst aus respekt ja wohl so macht so hat es jesu sein dass wir waschen aber jetzt so habe ich so wie zu dass ich an das mohammed sallallahu alaihi sallam hat euch an ihre puppe punkte küsst ja was ist das für ein vergleich beim bruder nein ich gebe dir was ich habe mich nicht oder ich bin ich nicht wo dann immer so was man auf hat mohammed nicht der hat mohammed nicht der puller von hossein gelutscht und gewünscht und geküsst was ist das ist das ist nicht der puller und die von rufen ich habe sein gewissen ich habe ich zeigte ich habe du wirst du willst den hadith sehen willst du den hadith sehen weißt du du hast ja keine keine argumente ich sag dir alles was was ich schwarz auf weiß in deiner bücher steht in deinem buch steht diese tafsir hadith al hadith sagt wo mohammed der puller von von hossein geküsst genommen hat im mund und hat den geküsst so er kommt man diese kommentar geschrieben du bist ein lügner ein lügner marouche zeigte ihn wurden aussehen dem der puller von von also mohammed wurde der puller von hossein genommen hat ich muss gerade wirklich lachen kommen der eine heißt allah steht da einfach nur muslim es ist so lustig war der bruder kommt zur wahrheit weißt du ich habe 40 jahre lang den islam studiert von a bis z ich kann dir ein hadith nach den anderen holen und alle sage ich wurde kein bei fad ist ich würde nur von den von den zwei ersten ddd schlimmsten was es gibt ja also wenn du damit anfängst ich kann dir alles zeigen weißt du dass mohammed von von schwarzen leute geritten wurde von kaum muss man ja du kannst du kannst du kannst du kannst selber warte doch mal ziegert da komm nicht dazwischen kannst du muss nach med hast du schon mal von muslim gehört ahmet bin handball kannst du nicht ahmet bin ahmet nur haben wir bist du bist überhaupt zunni oder die schiite ja dann gleich siehst du wieso hamdulillah ahmet bin handball ahmet musnad ahmet der erste buch also der erste buch nummer eins seite 399 seite 399 da waren da sind so eine schwarze menschen die haben mohammed durchgeritten bis frühmorgens das ist ein ganzer hadith kannst du ihn zeigen ich schreibe mal bitte musnad ahmet mal ruhig musnad ahmet kannst du den zeigen oder geht nicht musnah auch mal musnahs ahmet also interessiert es nicht dass männer durchgeritten würden werden ist das denn nicht männer nicht männer der profil nicht männer sein profil findest du auch schön durchgeritten sein der profil ist die schwarze durchzulesen wie männer durchgeritten aber der kran das ist ein versiegelten ein kopf macht das nicht lange in den koran weil der durchschnittlich der kran das porno sind dann magst du das wenn die fliege ich sehe ich sehe den koran ist ein porno von bisher war sehr viel fantasie in einer sexualität ich zeigte ich zeigte die fantasie hat mohammed gehabt die kleine kinder die ich erzogen haben deine 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 mohammed hat deine fantasie mit kindern zu schlafen haben auch von seine sohn zu glauben ist mit ihr zu heiraten in der schlau und jede frau und jede frau die sich anbietet zu heiraten das ist der mohammed wer hat den fantasie der mohammed hat fantasie er hat mit männern geschlafen verstehst du die kam nackt raus wenn jemand in die tür an die tür geklingelt hat kann man nackig vor der tür raus so wurde geregnet hat ist herausgegangen hat er sich deine ganze klamotten ausgezogen nackig und hat in den regeln getanzt das ist der mohammed wer hat der fantasie er hat doch fantasie ich lese nur ich lese nur die fantasie aber ich finde es sehr schön du erzählst das ja so ich bin der nicht schön ich zeige mir nur was er alles drauf verstehst du ich finde ich habe alles gemacht hat noch nicht du kapierst immer noch nicht ich lese das andere männer durchgeritten werden er kann ja noch nichts wenn das so stark stehen was kann ich was kann ich denn dafür wenn da drin steht da musst du deine bücher im verbrennen oder einfach im müll schmeißen ich habe dir gerade die quelle gegeben du gehst selber prüfen lesen muss naja kapitel 1 ich gebe dir genau die quelle schreibt er bei dir damit holt ihr stift und papier muss naja kapitel 1 ich gebe dir sogar die seite seite 399 also 399 die seite liest du die seite und danach kommst du hier hier und dann sagst du danke sicario du hast die wahrheit nicht aber ich habe einen schwarzen nachbar vielleicht mit zu seinen telefonnummer ja 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 würde ich gerne nehmen damit ich dir denn den mohammed dann gebe vielleicht weil seine städte drauf verstehst du wieso haust du von dem thema ab wieso haust du immer von dem thema ab ist kongolese möchtest du ihn kennenlernen also du kannst also du kannst dich gerne mit ihnen aus also das heißt du hast schon mal probiert ja deshalb würde ich ihn dir auch empfehlen ach so deswegen habt ihr gehört habt ihr gehört jungs hat er schon probiert super super also ich finde das ist doch schön dass wir ich finde dass wir beide die selben vorlieben haben leider nicht ich stehe auf frauen im gegensatz zu dir mein lieber aber aber ich hätte jetzt darüber wie männer durchgeritten werden das macht ja geil wie ein mann durch ich habe ja diese gute nachtgeschichte damit du da ich wusste dass du da bist deswegen habe ich denn diese gute nachtgeschichte erzählt damit du gute träume hast aber möchtest du nicht mal durchgeritten werden wir haben wenn du da wenn du das wenn du da vor die lege vorliebe hast dazu wie du vorhin gesagt hast es ist deiner ding sei ich habe dir gesagt ich reite ich reite lieber frauen aber wenn du da geritten willst ich habe mein pferd ich habe mein pferd ich habe mein pferd ich habe mein pferd ich auch durch es ist ein problem der sucht ein 1 60 aber nicht zu suchen du bist doch neben ihn der wocht und kleiner pädagogik aber seine religion kommt von denen ist er ist der durch oder was aber habt ihr gehört wir haben dass er schwule ist habt ihr habt ihr selber gehört ja sehr schön der ist so durch und alle muslime sind durch alle alle keiner von denen hat gehirn junge keiner von denen hat irgendwie ein bisschen gehirn im kopf und alle behinderten gehört ich weiß nicht irgendwo in dem buch was ich hier habe muss das eigentlich auch stehen diese könne ja es ist noch kaum so wenn du baumust liest dann weißt du kannst genau ist das kann ihn bis morgen früh ich kann ihn bis morgen früher diese geben wo einer schlimmer als der andere ist einer schlimmer als der andere ich habe die alle in meinem kopf das problem habe ich die alle frage habe ich alles in meinem kopf ich habe keine deutsche dinge sei er kann ich ja sie sagen wie geht es dir meine liebe ganz gut bruder wie geht es dir alles gut alles gut siehst du diese muslime katastrophen wie ich wie ich die hinter gruppe und ich brauche jeden tag ein neuer kommt schreibt mir mal nein er ist nicht geschickt ihn an dieses bild dann kannst du es mal kurz zeigen ja wie soll ich das schicken ja dann gibt es nämlich endlich und dann kannst du es zeigen hast du telegram nein habe ich nicht junge wer nutzt denn snapchat warte mal ja einfach jetzt nur so kurz kurz damit die beste verstehen die leute hier ist auch arabisch damit keiner urteilen kann ja auch deutsch hoffentlich auch oder weil er bringt ja nichts nur arabisch ist natürlich ist es ist auf englisch aber das kann man sehr gut rauslesen aber bei diesen türken hat man voll gemerkt dass der voll was gegen araber hat das ist so dumm weil aber haben seine religion gegründet also sie kommen das schon eben sein auch arabisch alle türken haben was gegen aber ist normal das ist normal aber wer macht den türken ein jetzt kein nein an einer keine sind die dann bitte 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 auch so das wird der stream gleich wenn man hier natürlich redet dann schließen sie mal schaust du hast du das nicht beschrieben generell ich mag so was auch generell nicht weil du kannst nicht verallgemein und es gibt auch super türken dass wir nur weil die der großteil verwirrt ist also nicht dass alles so jahrhundert ich habe ja türkische bruder der ist selber christ es gibt aber auch genügend korrekte muslime sind unwissend sie müssen zu weit erst mal finden und er wird sich den zeigen und egal wann du ihn annimmst daher ist vergebend nicht über allmade es mich all vergeben also dafür nicht in ihrer oder sonne das gibt es muss ich lass uns teilen und kriegst man mit dem konnte man nicht reden allein schon dieser aussage in diesem vergleich wurde gesagt hat ja der füße von kinder und ich will doch mal nicht auswendig machen ich benutze es nicht gefühlt einmal im jahr chill mal deine nackens junge okay okay ich habe das eine komische nummer ja ich hab dir geschickt mich die 30 marken versuchen auf welchem handy ich überhaupt selbst habe also guck mal selbst als ich als agnostiker wenn er wenn ich so sehe der küsst die füße von kindern oder hin und her weißt du es für mich war auch am anfang anseln sagt aber er zeigt doch vor die ganze menschheit das wird das sind kamera sie da filmen und so und der füße und küsst die füße und so als es normale vor vor allen irgendwie was verboten so und ich sehe ich habe ihnen auch gesagt gerade küsst du nicht die füße von deine kinder ja gesagt ja das sind aber meine kinder ich habe gesagt küsst du nicht die füße von den bruders kinder wir sind doch nicht deine kinder ja okay das ist ja nichts verwerfliches daran aber wenn ich das was ich gesagt habe ja was was links macht dann ist was anders verstehst du ich wollte sagen ich hätte das ich argumentieren lassen wenn jetzt ja ich will das gar nicht sagen ich kann also nicht bin aber wenn er andere körperteile geküsst hätte dann hätte ich gesagt ja okay dann ist es eindeutig sowas ja aber aber wirklich man ist nicht nur bezeigend marus hast du mich geändert ich habe nicht geändert ich sehe hier keine erdung was ist denn diese nur leben welche du willst du bist diese mussten dachmann sehen das problem ist so wie sie kann das sagen macht endlich bist du bescheuert dass sie den hat zu schreiben ja dann kann ich mich nicht das problem soll ich mich erden habe ich einfach sein halben haupt wenn sie brauchen soll ich mich erden guber hier unten geschrieben ja genau mussten hat ahmad ja der erste buch also es gibt kapitel kapitel 1 kapitel 2 kapitel 1 der erste kapitel genau seite ich sage dir auch welche seite kannst du gleich vorschlagen seite ich habe ich habe alles gut ich habe akzeptiert schickt mir jetzt schickt mir das ist ja für für nur extra für dich nur nur bist du muslim ich glaube schon ja nur bist du muslim kannst du antworten bitte ich schreibe dir erstmal gottes sich zurück also die ist kein muslim da muss ich mir das von meinem einen snapchat auf das andere snapchat schicken was er heißt er heißt sie doch mal hol die hoch und diese nur nur hoch ich hoffe ihr fliegt nicht raus wenn ich jetzt raus gehe ja also wenn er ausliegt dann gibt mir modi gibt man modi ich bin doch nicht öfters raus bei mir sind fehler auf dem handy leider aber geben wir uns der modi du musst alles geben voll modi poka poka eine frage kannst du gut englisch lesen nein absolut nicht ich bin nicht die richtige ansprechpartnerin das ist man kann es auch übersetzen dass ich ein problem aber leider schlecht sehr schlecht ein englisch oder egal ich kann lesen warte warte ich kann das auch lesen ja wer dann der moment so muslim bleibt drinnen ist das jetzt von denen das ist der ganz unten erwartet das bisschen abgestütten oh man wie in da ich das jetzt so muss ein anderes bild davon machen ein screenshot davon von der weiteren sicht dann sieht man das komplett du machst ein weiteres foto vom foto kann man das am besten lesen ja aber normal ist müsste das auch so gehen das problem ist dieser eine geht nicht mehr oder schicken ich schicke sie richtig ich krieg hier noch die krieg sie ja warum warum ist das auch uns guck mal das ding ist ich habe hier eigentlich ein filter mit dem passen die bilder aber der geht nicht mehr die letzte zeit ich verstehe das nicht der geht seit zwei tagen nicht mehr macht gar keinen sinn ich habe dich schon geschickt nehmen aber das dann sieht man das so wenn ich nicht möchte wo warst du dass du den gefunden hast ich hätte mal das verlob geben deswegen so probieren wir mal ob das jetzt funktioniert wenn ich habe ich ein anderes bild dann geht das zu 100 prozent nur schon ein bisschen gelegt ist aber nicht schlimm egal eiserte messen java war sagt ist auch ein tang wo he said his lip meaning dead und hassan lieben al-ali piece upon him and tongue and lips that have been sucked by the messenger ja das ist aber lips bruder der hat doch alles gemacht der clips und den geküsst er hat fatima zwischen ihre brüste geküsst also in der brüste geküsst also der hatte viele schöne werden was mit dem das mit den küssen mit der zunge habe ich aber das problem stehen den als die karriere nennt jetzt finde ich einfach nicht so wenn ich den so ein wegen gibt es auch aber dass das ist gehen auch dieser das ist diese adi das vor allem ist die arabisch übersetzte schreibt euch das und nicht schreiben wir jetzt hier bei mir sind acht mal das macht das für kapitel 1 kapitel 1 seite schreibt mal seite 399 es ist auf deutsch manchmal dumm weil diese grad diese krassen quellen die verstecken die auf deutsch glaubt mir aber ich habe schon mehr quellen manchmal echt schwer gefunden weil die die einfach verschwinden lassen irgendwie ich weiß nicht wie das machen da musst du unter sunnah.com gehen und versuchen da zu finden nicht gibt es nicht es gibt nur überlieferung muss dann acht mal ist er weil er ist sehr 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 der ist der ist da hier weil ich hab meine fatwa extra davon gelesen weil ich wissen wollte weil leute zu mir gesagt haben wer bin ich der wenn ich sei aber der ist da hier ja genau ist one of the most famous and important collection of reports of the sunnah of the prophet muhammad ist es ist nicht authentisch bist du bist du schwierig hallo chill mal nicht immer so dass ich nicht immer so triggern junge chill doch man sagt es gut ich will nur sagen vielleicht wurde sie auch in die irre geleitet von am war kann er sein weiß man nicht mussten hat auch mal volumen 1 habe ich jetzt hier vor mir warte mal wo das buch pdf hast du gefunden ja ich habe so wenig ich habe es hier auf englisch ich weiß von paradise.com warte mal ich glaube ich krieg das jetzt hier als pdf ich muss mal gucken mir ist aufgefallen ich habe so ein abo gemacht bei skript aber wie das heißt da sind auch kommen auch so viele bücher ein verladen von denen umsonst dass ich finde das jetzt ich finde das jetzt vertrauen ich vertrauen mir ich hab's schon warten ich hab's schon alles gut ich muss jetzt nur die seite finden hast du ich wünsche ich bin schon drauf wieso selber diese mit englisch mit englisch und arabisch daneben damit authentisch wie möglich also ich habe ich hier bei mir alter berg von zu viel habe ich auch könnte ich auch direkt ihn schicken das habe ich ja schon lange aber ja jetzt habe ich auch kein problem mehr das habe ich habe sollte alles gut brauchst nicht mehr suchen dass ich habe hintergrund ist weiß oder ich hab's alles gut ihr zeigte eine sekunde 7 98 so doch nicht oder also ich habe jetzt hier die seite 399 vermutet auch mal 1 jahr hat ich mache das jetzt auch ich zeig es euch jetzt bin ich mal andere sachen wir haben wir helfen wir haben wir kommen zu uns und du hast mich gefragt was wir möchten und du kannst auch habe ich gucken ich werde einfach ich werde den hat die ich demnächst einfach ich werde so lange so ein bisschen gefunden habe dann mache ich zeige ich den nächster werde ich mir den dick screenshotten dann können wir den jedes mal einblenden und das ist der beste von mussten das ist das beste was gibt ich habe ich kommt das sofort aus sagte steht das sofort aus ja das kommt das ist das problem in deutsch und englisch findest du manche sachen nicht einfach so englisch muss unbedingt auf englisch auch da sein besser aber wieso kommt er nicht das was da zeigen das ist krass schreib mal was an das schreibbar kaum also wir werden da du musst mich hätten das gespielt er schreibt mir war das was er gerade gesagt hat mit normalen buchstaben du kannst das auch schreibt mir das mal oder wie das heißt diese schwarzen da auch drin aber ich muss mal gucken der müsste darin steht der mission einer last täuschung aufstehen die da die oder also diese sache daumen hoch schreibt mir mal dieses kommen oder wie das heißt in deutsch buchstabler natalischen buchstabend hier rein hier du kannst es doch ich werde das ich werde das komplett suchen ich werde die ganze zeit such bis diese zwei sahen gefunden habe und dann werde ich demnächst hier mal bin das musst du unbedingt musst du unbedingt so also bei jakobus ist schon mal raus so 1000 mal rausgeholt ja der zeigt zeigt ihr mal sachen die er mir aber nie schickt ja ja bei mir auch bei mir auch ich habe da selber gefunden mit alter war das ist von ibn masoud kann es geht ja alles das hat über das überliefert weißt du überliefert das ist das problem ja wir sind in wir sind bei kalamohabu.com das ist ja musste achmad vol.1 dass er ein anderes buch meint jetzt das andere dann meinte das mit den schwarzen das ist schon das ist schon richtig aber wie gesagt das ist das überlieferung von ibn masoud hier ist schrach ibn zud hadith ibn masoud ich guck mal ob da irgendwo die nummer da gibt dann kann ich euch die nummer gleich mitteilen es steht zum beispiel auch ganz auch musnah dach mit 334 gebe 332 bis 334 332 bis 334 versuch mal wir holen das rüferloch heute ich versuche das mal auf anderem weg zu finden auch keine ahnung leute ich suche das wie gesagt von anders da ich werde das schon finden aber ich habe jetzt auch keine lustige ganze stream zu hängen die sachen also ich finde hier irgendwas auf arabisch aber das ist sowieso auf arabisch habe ich ja hier sowieso schon links ich habe auch noch verschiedene das andere ist auch das machen die auch extra dass das nicht finde ich sagte dass das ist wirklich so weil bei allen anderen hat einfach irgendwas eingeben was da passiert hier kannst du eingeben was du willst auf englisch und auf deutsch und du findest es fast überhaupt nicht erst so was von extra wir machen das mit extra aber auf arabisch findest du sofort wenn ich der schreibe muss dann dach kommt sofort ja egal leute lassen jetzt wirklich ich krieg sonst noch die krise ich habe ich mache das dann auch immer selber suchen möchte ich guck mal nebenbei dem buch was ich hier habe weil ich irgendwie bin ich immer noch der meinung dass das irgendwie auch drin steht ich meine ich habe das hier gesehen pakt von oma habe ich hier nur mit verkauft grundstück im himmel wo mit geld wo man betötet einen gläubigen rechte und rechte der schulen und lesben im islam hat steht hier auch ratten waren früher einmal juden sei albukhadi buch 54 hat die 524 bei liefen überliefert von abu huraira der prophet sprach ein clan der kinder israels ging verloren kein mensch weiß was sie getan haben allerdings kann ich erkennen dass sie von alarm mit einem flug belegt wurden und der einst in ratten verwandelt worden sind denn wenn ich die milch eine kamelstute einer ratte da lege wird sie diese nicht trinken doch lege ich die milch eines schafs einer ratte da so wird sie diese trinken ich erzähle dies kalb der mich fragte hast du das vom propheten gehört ich brauche ja kalb stellte mir die gleiche frage mehrere male so sprach ich zu karl lese in der lese ich die torah soll heißen ich sage nur das was der prophet gesagt hat okay so bescheuert alles ja wo ist es und die propheten allahs haben die besten genitalien auch lustiges kapitel das alles nicht mehr normal mohammed von teufeln besessen ja ich glaube rein theoretisch hier könnte das irgendwo sein in diesem kapitel ort mal kurz er weiß ich hier beim durchgehen sachen wieder lese ja aber ich werde das hier nicht finden ich glaube das steht hier doch nicht drin ja also es ist in all tabarani nicht in achmad hussein achmad wenn ich es oder messen doch wie putin muss die nächste part in kissing das penis rettet bei alter barri ist chain of generation ist gut brauchst du krille ja kannst du mir schicken gibt es nicht man findet den text war für die arabische schrift dazu es wird nun gesagt leitet bei alter barri jetzt chain of narration wenn ich jetzt ganz alter barri durchgucken würde damit ich das raussuche da werde ich doch schon ein krasser hey bitte bitte leute also hobbylos bin ich auch nicht steht mal aha warte mal oder was ist das für eine schrift alter ich muss arabisch wenn ich das heraus bekomme ich gucke ein bisschen das buch ein ja wir haben aber gleich wie gesagt aufzusuchen ich werde da jetzt noch einmal durch wenn ich es in der zeit finde es gut wenn nicht alles egal kann jetzt auch nicht den ganzen stream hier suchen und suchen ich werde einfach jacobus feine soll mir das schicken auf jeden fall durch ich habe jetzt die ganzen sklaven roti für mich auch nicht weiter bittet ab und bar kaum seine freilassung warte da mache ich mir aber ein mann lesezeichen weil das hat mich das letzte mal jemand gefragt man ist da hoch aber ich gehe zu einem schwarze steht hier das nicht immer dabei du musst dir vorstellen ich habe die lieferungskritte ja dass das authentisch ist ich habe ich habe die die liebe von sarri albukhari muhammed ibin asiat der meda okay der ist nicht der bayer ich bin hat ja als überlieferungskette ist da aber ich weiß dass sie habe ich auch leben ist das problem ist die sagen nicht nicht wo das rauskommen ja also ich habe sogar gab es schrift als auge messen top of the pudding husten legs apart in kissings penis ok bei alter barri ist gut also er hat eine gute überlieferungskette es wird ein alter barri erwähnt aber sagt nicht wohl alte barri was bringt mir das bitte leute das probleme mal so in der wahrheit angeblich ist dass man alle quellen verstecken muss ja ja also gott sei dank das war nicht schwer zu finden ist okay das mit dem schwarzen das mit den jeans das würde man auch noch das ist es schon aber ich glaube ob man hat da hat das ob man hat das 100 prozent ist auch eine grammatik sache gab es ich guck mal ob ich das finde ich warte mal wenn ich wüsste wie dieses so geschrieben wird auf deutsch also das normalen buchstaben damit ich das auch nicht nur ich weiß nicht geschrieben wird versuch mal so keine ahnung versuch mal mit so mit mit es keine ahnung wie auf irgendwelche ich frage einfach morgen jacobus hat die beiden quellen dann zeige ich dir morgen ganz einfach gesagt bringt jetzt auch nicht so mehr jetzt ganzheit hier suchen ja wir sind immer noch 60 leute die müssen sind sich die ganze zeit beim ok ich gucke noch eine eine quelle nach wie ich jetzt hier gefunden ja dann guck aber wie gesagt ich hätte mir jetzt nicht die ganze damit die alles gut ich weiß dass die kregen gibt ich habe schon alle mal gesehen aber ja ja nicht gespeichert also mal ist das wird erwähnt bei alter barri und es ist voll authentisch laut den islamischen schulen ok also ist herr lief nicht da es ist herr lief sahib sahib ich hatte sogar mal eine fatwa gegoogelt weil einer gesagt hat der werter hieß und in dieser frage ist nicht da ist das scheiße ich kann mich gar nicht groß machen ich habe den übersetzt auf von dings auf gesagt über also sowieso dings haben wir das schon aber das problem ist halt nicht so die ist in einem buch in einem buch und das buch heißt also schon gucken wir ja schon wieder weiter leute genau also weiter hat die manchmal alles aber die erleben abu bakar 299 schräg durch 9 ich musste buch und hallo gottes ding an euch alt was mich erschreckt wo kommt es hier gottes wegen gottes hallelujah hallelujah ich bin so ich suche ich suche wo kommt die rennen das ist fast kvk ich habe es gefunden nicht okay zeigt 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 dass dass wir sehr nett Der hat den Koran zitiert in dem Moment. Hat man aber den hatte ich mir sogar gespeichert, ich glaube, den hat mir Jakobus mir schon mal geschickt. Warte mal kurz, siehst du, und jetzt musst du das auch von Englisch auf Deutsch übersetzen. Zeig mal, mach dich mal groß, mach's groß, ist das das? Ja, da haben wir die Brille, hallo, und früher bis zum Heck nicht chillt auch mal machen. Ich war direkt immer doppelteilen, merkst du es nicht? Ja, mir das, ja, damit ihr das zählt, ich muss das jetzt aber Stück für Stück übersetzen, weil das zu viel Text, das geht nicht alles in dem Besitzer, glaube ich. So, kopieren. Ich glaube, ich bestelle einfach dieses Buch, ja. Mach mal all so weit auf Imam al-Hayatim. Bist du hier nicht auf Deutsch, bringt dir rein gar nichts? Ja, das komplette Buch ist auf Arabisch, mashaAllah. Natürlich, die gibt es nicht auf Deutsch, deutsche Bücher, kannst du vergessen. Ja, ja. Oh, was macht der hier, warte mal. Übersitzender nicht. Alles gut, alles gut, warte. Ich gucke mal, heberisch. Das hier ist der Anfang, Anfang schon mal. Also, der Gesandte Allahs Feuer und Flamme sei aufgeführt, die Isha, warum das ist, durch. Dann dreht er sich durch und fragte nach mir, er nahm meine Hand und wir machten uns auf den Weg, bis ich das weite Tat von Mekka, bis das weite Tat von Mekka erreichte. Er zog eine Linie für mich und sagte zu mir, bleib innerhalb dieser Linie und überschreite sie nicht, denn tatsächlich werden einige Männer zu dir kommen, aber sprich nicht mit ihnen, denn sie werden nicht mit dir sprechen. Und wenn du es tust, wenn du die Grenze überschreitest, wirst du umkommen, also bleib ich drin. Ne, also blieb ich drin. So ging der Gesandte Allahs Feuer und Flamme auf ihm ein wenig weiter, so weiter man einen Stein werfen konnte oder noch ein wenig weiter. Während ich in der Schlange saß, sahen einige Männerfiguren, zum Beispiel Jinn, kamen zu mir, die sowohl hinsichtlich ihrer Haare als auch ihres Körpers so aussahen, als wären sie schwarze Menschen. Das heißt, dunkle Menschen, etwa aus Nordafrika oder Indien. Was ist das für ein Quatsch, Mann, ja? Sie trugen keine Kleidung, aber ich konnte ihren Intimbereich nicht sehen und sie waren groß und hatten wenig Fleisch. Das heißt, schlank, so, warte, jetzt kommen wir gleich zu den wichtigen Teilen. Genau, wird immer wichtiger. Marusch, äh, Bruder, Marusch, kannst du Arabisch lesen? Nee. Marusch, kannst du Arabisch lesen? Nein. Wer meiste, ne? Von Marusch. Ja, Marusch. Ja, Marusch. Das ist der... Aber lass uns das jetzt... Lass uns das jetzt fertig machen, bitte, Leute. Ja, ja, mach dir das fertig. Ich fand es so lange wie sucht, es will ich es auch vorlesen. Dann kehrten sie zum Gesandten Allahs. Feuer, flamme sei auf und zurück und begann in den Gesandten Allahs zu erklippen. Denn der Prophet Allahs begann ihnen den Koran zu reduzieren und zu kamen auf mich zu, umzingelten mich und stellten sich mir in den Weg. Ich hatte Angst vor ihnen, also habe ich mich hingesetzt oder so. Warte mal, hier haben sie, guck mal, hier haben sie auf Deutsch erklimmen geschrieben. Auf Arabisch steht es geritten. Die haben ihn richtig durchgeritten. Aber weißt du, was das Problem ist? Das ist... Mh... Climbing kann man auch so ähnlich übersetzen, wie du gerade gesagt. Und so ein bisschen, also sind auf ihn drauf gestiegen. Weißt du, wie ich meine? Mh... Als es dämmerte, machten sie sich auf den Weg. Dann kam der Gesandte Allahs und stellte sich mit mir in eine Reihe. Es sah... Er sah schwer und voller... Das hier sah ich dich. Und was hat ihm denn wehgetan, Herr? Ihr wisst genau, von mir. Schwer und... Also die Armutarbeit. Bis auch, glaube ich, der kam richtig kaputt. Und der war richtig... Weißt du, von denen, was sie... Da steht auch, der kam sehr schwer und kaputt. Ja. So viel, wie sie ihn geritten haben. Steht das weiter so? Das setzte er Schmerzen, weil sie ihn überragten. Ja, er war überragten, weil sie durchgeritten haben. Er sagte, ich fühle mich müde. Oder Worte in diesem Sinne. Also legte der Gesandte Allahs seinen Kopf auf meinen Schoß. Auf seinen Schoß, genau. Der Gesandte Allahs schnarchte, wenn er schlief. Ja, habt ihr gelesen? Also, Mohammed wurde schon durchgeritten. Jungs. War das jetzt der Diener, der war schön. Ja, das Problem ist mein Bruder. Das ist nicht das, was sie gesucht haben. Und Marusch, ich habe die geschickt. Ich habe das, was sie gesucht haben. Also habt ihr nicht das, was sie gesucht haben? Wo er den Penis küssen? Nee, das ist nicht so. Ich habe die geschickt, Bruder, die gibt es auch. Aber der ist noch besser. Ja, der Dingsser, dass sie ihn... Ja, klar, der ist gut. Aber den kennen nicht alle kennen. Ja, aber der ist sehr gut. Aber den, den ich jetzt habe, wenn ich geschickt habe, bei Marusch, das ist ein Gegner der Muslime. Ja, tief geht ja noch ultra lang weiter. Was steht denn hier noch von Mist? Die kamen nochmal. Er hat geschlafen, der Profit, dann kamen die noch mal zu dem anderen, der dabei war. Er hat aber nichts gemacht, weil er im Kreis haben die nichts gemacht. Genau. Der war im Kreis und der sollte von diesem Kreis gar nicht rausgehen. Wirst du? Sonst hätten sie ihn auch noch durchgenommen. Deswegen, die hat er Angst gesehen. Also ist es, da musst du auf Arabisch lesen. Arabisch, Alkohol. Oder, wo das steht, Maha, Iman Ahmad, ja. Die Claire Zahie, bei Ahmad Shakir. Alt-Türme, die Claire Hassan Zahie, bei Al-Albani. Das ist komplett, das ist, wo das Fex kennst du Fex, wo er das vorgelesen hat, ne? Oder von dem Buch aus, mit Jakobus, wurde er gelacht, der hat doch korrigiert, weil er kann ja, er habe mich dann doch korrigiert, ne? Diese Kreis, er wurde mit, von den Jeans, ja, ich weiß nicht, mit großer Sibbe, wurde durchgenommen, durchgenommen, oder? Das ist doch was, äh, man richtig gereitet, aber richtig schön gereitet. Und dann geht er... Hey, hallo, Jimmer, trägt sich das Wort nicht. Oder, blöd mal, einfach hier geschickt hab. Ich höre immer noch neue Sachen. Das ist tausend eine Nacht. Ich habe noch so lange gesucht, ne? Wie gerade, ich habe hier alles auf dem Handy, was wir die ganze Zeit suchen, merke ich Gott. Ich habe hier auch, ich habe hier auch das mit, äh, mit dem Grün und Plau schlagen, was das. gesucht habe habe ich ja auch sortieren ich habe so viel quellen man ja ja das fühle ich das fühle ich das fühle ich so sehr habt ihr gar keinen überblick mehr damit ja das musst du ihnen zeigen und das lesen dieses buch diese übersetzung dieses buch wo man von höchsten ausgeht dass er deswegen küsst das gibt es vom buch her gibt es keine englische buchübersetzung die ist operabel für das komplette buch ist operabel es gibt davon englische sätze wo das rauskommen wird aber das ist die quelle selber das bräuchte zeigen kann es ja auch so vorliegen hat es ja selbst ja näher bezeichnet man ist es dass ich will nur gucken dass das ist und dann meistens machen muss ich brauche nur bestätigung was muss hier bestätigen er damit die gleich zeigen sagt einfach ja oder nein mein bruder ich habe gesucht wie ein löwe ich musste meine seele verkaufen ob diese seite zu finden haben wir wieder eine stunde jahr über diesen mist islam geredet wo ich gar nicht mehr reden wollte heute ja eigentlich auch nicht heute ist der herr jesus christ aufgestanden möge die gerade mit uns sein gelobe seit dem herr jesus christus amen ja nach eurer ziel weil sie ja froh ist an und hier schon nicht ich gehe auch heute in die kirche besicht habe ich habe gar nichts schlechtes gesagt hast du nichts gehört nee ich habe nicht verstanden deswegen ich habe es nur für die albanische flagge so dann bin ich das jetzt einmal das das letzte zum islamisch das ist extra vol 9 das ist das nicht stimmt wie sie das ist die cario zu klein das weiß ich jetzt schon ist zu klein oder wieso kannst du das ich kenne die nicht lesen ist viel zu klein und was handelt sich das und diese müssen das ist immer sehr richtig das buch es gibt mehrere sachen die bei einmal werde zunge da rein kostet ja die zunge das haben wir schon das haben wir genau dann küsse sein puller und eine andere sache ist von fatima wo er zwischen ihre brüste dann halt immer ja ja aber da steht das das mit fatima ist auch hier drinnen und deswegen muss sehen auch gleich dann ist das der richtige buch ja dann ist das der richtige aber diesmal bitte für die leute der lese würde ich nicht sehen kann jetzt sagt jeder kann zu klein oder in grüster bieten ja du sagst die ganze zeit ikra ikra du musst vorstellen ich kann die leute auf uns die ganze zeit ja aber die haben ja schon die haben schon da sind da die quellen man die sind auch nicht doof die leute die da unten die wissen ganz genau dass sie da bestimmt alles was ich sage kann sie nach kontrollieren jetzt hast du schon rausgeholt mit rauben so haben sie auch gelesen dass das wichtigste ist wo muhammad geritten wurde ist es natürlich das schönste von allem die kannst du so geben die anderen mit küsschen wenn er sagt das und das was ich ihnen gerade gegeben habe den kontra das ist auch wichtig dass er den puller von hussein ein bisschen ja ja egal ich habe ich habe ja die überliebungen sehen müssen gut du hast sie da da brauchst du nicht so viel ist die leute wissen bescheid mensch aus zu keine längste hier wichtig ist dass die leute selber suchen wir müssen doch nicht jedes mal für die alles rausholen oder sie ist weiß was ich gerne sagen und dann können sie selber suchen messen ja es ist es gibt es gibt maneten wir sagen also war 17 laut einer islamischen rechnung dings an oder k jesus ist gott ich habe ich weiß dass der jahr ist schon lange mit diesen accounts unterwegs sind ja auch alle schon gesperrt ach so maria du hast also christus christmas noch drin wird gefragt mit den stickern und so das geht mit abo also wenn du 3 29 fürs abo bezahlt konnte diese ganze dinge daran posten supporte den müller und abo geht das nicht so du weißt du hast du hast nicht gefragt sie gerade eben ja christus kind immer ein bisschen support support ist kein mord hbb so immer ein bisschen was für vor allem was für frau ab was kann ich dafür ich kann ja auch nicht ohne abo einstellen das hätte ich einfach noch mal gegeben so geht aber oder kann jesus für wissen bescheid ich war gestern noch mit salen live bei uns das ist schon 4 uhr ich gehe jetzt schlafen wo ich schon freude ja oder so dann wünsche ich euch einen schönen abend oder schönen morgen mit jedem so bruder bis morgen oder einiges in der nachbruder der sympathisch der kommt auf jeden fall noch zur wahrheit ja aber aber er ist ein intelligenter mann der muss das alleine finden ich meine das problem ist ihm sagt dass jeder ständig wir müssen aufpassen dass es nicht in irgendwann näher und er ist dann nicht ließ verstehst du ich meine weil wir sind nicht besser wir gehen ständig damit nerven richtig aber wenn wir aus der bibel lesen weil wir lesen ja das öfter aus der bibel wer weiß mein bruder wer weiß wir müssen für ihn beten was bist du für orthodoxy ich bin ex-orthodox was bist du jetzt ich war bis jantische orthodox ich bin aber jetzt bin ich ich glaube den herrn jesus christus und das wort gottes bis jetzt okay ich bin keine katholiken heretiker wenn ich nicht heretiker das wort das wort heretiker korrekt weil du von der kirche da du kannst ja trotzdem gläubig sein das heißt nicht kaffee redet das wurde orthodox ich glaube ich gehe heute zu kirche ist aber dass du einfach von der kirche lehrer abweist das heißt ja nicht dass du das so unglaublich ist junge lehrer 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 ist das aber ich gehe trotzdem noch der 76 bücher also aufpassen 66 bücher ist ja jeder 76 auch so ok ich habe wirklich verstanden also alles gut das ist ja wenigstens etwas bist du es gehen da übertreibend ist die ganzlage beste hier extra noch mal hatte die ist drin mein lieblings katholik 76 76 ist ja komplett los sag mal welche welche hast du noch im kanon die wir nicht haben hallo bitte hol dir mal hoch gibt mir keine antwort ja dann gibt mir einfach keine antwort ich kriege mich einfach das ist schon crazy wer ist bei mir oben und ignoriert mich und er gibt mir nicht mal antwort also du hättest mit mir wird sich mal gefragt ja welche drei bücher ihr habt die wir nicht haben junge welche drei bücher mit ihnen nicht haben wir haben 73 und ihr habt 76 also also wie welche habt ihr denn die wir nicht haben oder nach der orthodox season 76 bücher noch einmal ich glaube die 66 bücher aber ich gucke auch immer die kommentare aua 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 guckt doch selbst nach was soll ich als dicker machen poka was meinst du machst du bist du nicht bis an dich also so ok sagt er so ich habe zwar hier bezahnt sich auch als dicker heißt nicht dass ich das bin ich hatte auch syrisch orthodox als dick aber der hat sich irgendwie von selber gelöscht ja jetzt mal jetzt mal wie talk ich habe noch einiges zu bedeuten spaß leute spaß das ist ja schon lustig aber ich glaube das zu hart ich könnte ja eigentlich mit mohammed dem prophet irgendwie machen in irgendein bild dass das kann ich schon machen oder mit dem fliegenden burak oder so habe ich mir schon überlegt das mit burak ja das kannst du machen das ist noch gut aber leute ich gleich noch was lesen irgendwas sinnvolles machen wir haben jetzt wirklich eine stunde verschwendet und schön hier die ganze zeit nur um ohne sinn und zweck wenn ich ehrlich nur könnte aus der bibel so schön lesen wo steht eine stunde verschwendet der die graubische buch ab 10 15 20 25 30 sinnvoll wäre eine debatte jetzt ja christus kind komm hoch ich hab noch zwei frei ohne nicht eine debatte nein keine heute mehr wirklich kann die debatten ich war bei haben die ich hab die wirklich wir lassen nicht mal aussprechen ich war da extra zwei stunden drin am ende kommen die minute frage aus 101 widersprüche 100 zu antworten sind die dumm ich weiß gar nicht überhaupt hingehst also ich weiß gar nicht warum das machst du das ding ich habe gesehen da war ein bruder ich bin der spontan reingang da war ein bruder und wissen es geht um die gesetze das herrn ist christus warum folgen die tora und da hat der paulus etwas gesagt wir sind zu unnutz und nach bis 110 ist das auch so dass ich bezieht auf den alten mund wenn wir unsere kapitel sie versuchten sagte dass die gebote heilig sind gelater kapitel 6 vers 2 jesus christus ist das gesetz da musst du dir da rausholen fertig aber geht doch dann habe ich raus kohlen dann habe ich die überzeugen sich dumm ich rede ich sage mit zwei minuten eco fährt nicht um mich und die brüder die spenden mehrmals wieder aber ich habe ich habe gut plus gemacht die habe mir 500 gesendet und so das problem ist guck mal wir können nämlich auch ohne die reden wenn die irgendwann wenn es ihnen gar keine diskussion mehr gibt oder die nicht mehr kommt das problem ist aber bei denen die können nicht von uns reden weil die können ja ist gar nichts reden weil die wisst die wissen ja gar nichts oder beziehungsweise wenn die bei der schrift reden würden und da wie wir wenn wir zum beispiel bibel lesen müsste ja ständig erklären ja ja da steht jetzt zwei jahre und töten und arbeiten weiß ich mein das ist der unterschied ja 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 ich bin gar nichts als offenbarung ich gebe den dritten mosebuch wieso paulus nicht geheiratet hatte und seine dies damit aufgehört hatte alles ist unmöglich aber nicht dumm und gehen aus dem weg dann wechseln thema und dann auf einmal zeigen die elia aber ich bin drin geliehen bis sie mich gekickt haben ich habe die so ausgelockte wende ich habe einzigen fehl gemacht gegen diese trotzdem haben die nichts geschaffen die könnten nichts widersprechen nichts widerlegen und alle 200 muslimen da drin waren kofer das macht eure augen auf andy warst du das letzte dabei als der eine kam mit dem jakobus evangelium warst du da hier drin jakobus evangelium was habe ich verpasst immer was hier drin ja nein leider nicht okay passt mal auf ich zeige euch das mal kurz das ist ja ist ja ist ja für uns kein kanon das ist apokryphe ja das ist für uns ja apokryphe ja aber passt mal auf wie der gelogen hat da war so ein typ der hat gesagt ja maria war acht als die ich meine kannst du bitte stunden lang ich rede oder was vorlesen das wäre cool guck mal da hat er jemand gesagt die wäre zwölf gewesen bei der empfängnis oder was weiß ich dann kommt hier und dann steht hier steht das auch zu trimmeln fast auf welchen zu sagen haben hat ich muss das gerade nur finden das steht irgendwo hier gesagt in kapitel 8 ja steht drin dass maria quasi mit zwölf jesus bekommen oder so hier steht als sie aber zwölf jahre alt war fand eine beratung der priester statt die überlegten sie maria und so weiter sie geht zum tempel sachen das könnt ihr hier kurz überfliegen wenn ihr wollt so und dann pass auf wo es um wirklich um die die schwangerschaft geht das kann ich sogar komplett vorlesen dieses kurze kapitel da steht und sie verarbeitete den purpur und den scharlach und gab es den priester ab der priester namens und segnete sie mit dem wort maria gott der herr hat deinen namen groß gemacht und du wirst unter allen geschlechtern der erde gesegnet sein da griff maria freude und sie ging hin zu elisabeth ihre verwandten und klopfte an die tür als elisabeth das hörte ließ sie den scharlach fallen lief zur tür öffnete ihr und segnete sie mit den worten woher geschieht mir dieses dass die mutter meines herrn zu mir kommt denn siehe das kind in mir hüpfte und segnete dich maria aber dachte nicht an die geheimnisse die der engel gabriel zu ihr gesagt hatte die mir blickte sie zum himmel und sagte wer bin ich denn dass alle frauen der erde mich selig preisen sie blieb drei monate bei elisabeth aber tag für tag nahm ihr leib zu da bekam maria angst und ging fort in ihr haus und verbarg sich vor den söhnen israels nun war sie 16 jahre 16 jahre als ihr diese geheimnis wollen dinge geschahen und dieser jahre hat mir einfach gesagt nur weil hier die zahl 12 vorkommt ja auch die hat mit zwölf jesus bekommen er habe ganze geschrieben der hat in den chat gespammt guckt jakobus evangelium kapitel 8 kapitel 8 kapitel 8 die können nicht mal lesen mann die sind das ist noch zu schwer hier zu lesen dass sie gar nichts mit zur angerschaft steht und dann einfach ein paar kapitel runter zu gehen und hier zu gucken dass hier 16 steht man er ist auch krank das kann mir doch keiner mehr 10 also dann die evangelium lesen ja endlich schreiben daniel evangelium lese ist auch gar nicht in das war christus kinder gottes segen rosa wiber er geht es ihr schwester jetzt gottes englisch was sagen die evangelium ist also bestimmt auch wieder in apokrys und griff am zeug weil ich wie wie kam es der jacobus evangelium wer hat das verfasst bitte dass das gibt es dass das ding ist das war früher sehr bekannt sogar also wirklich jetzt das war die ganze zeit ja was denn christus ging gibt es das jetzt ist das ein apokrys oder was ist das dass das daher vergeben ich habe so nie gehört ja ich kenne thomas und diesen ganzen zeug aber das dann den kenn ich gerade nicht das ist früher sogar in vielen viele leute haben das früher sogar angenommen und so ein mist da steht jetzt auch an sich nichts mega verkehrtes drin also da stehen ein paar sachen drin die so ein bisschen uns widersprechen als auch der bibel deswegen ist es auch fantasy wie typisch an die schon sagt aber da steht jetzt nichts drin was jetzt so krass gegen alles sprechen würde weißt du sehr aber dennoch das steht ja in keiner bibel natürlich das ist da ist mäßig aber ich meine nur das ist jetzt nichts selbst wenn die damit kommen würden weil es selbst wenn wir sagen wir würden das annehmen so aus spaß ich meine leute haben angefangen hat die für zu machen überwiebeln überlieferungsquelle gebrochen ist da ich kenne das nicht warum kam ein muslim rein hat gemeint lest mal daniel fang geben was da das christus kind ist auch wegen etwas glaubt mir mir geht es auch gut los da gibt es auch so ich wie gesagt ich mache jetzt auch das sinnvoll ist ich suche mal was kurz raus ich muss mal kurz gucken wie lang das hier ist dass das entscheidet das auch oder leite können schreiben sollen wir justin der märz hüller lesen erste apologie oder sollen wir weitermachen in deuteronomium also oder will ich etwas so beben hat gesagt heute no minister bibel ja ja weil ich habe hier kein zweitgerät deswegen wenn muslime in den stream reinkommen und die sagen die haben die bibel gelesen ach so meinst du du nennst dann extra in fantasy namen und die sollen dann aber ich verstehe okay aha jetzt weiß ich jetzt weiß worauf sie hinaus will ich hab das euch immer auf dich oder so gesehen gibt es da die evangelie an die schreibt dings justin kann man noch irgend also justin kann dann irgendjemand sich noch daran beteiligen damit schweiß deuteronomie ist hin weil das ding ist wir machen ja die bibel weiter spätestens abbohren aber die frage ist jetzt ob wir dazwischen schieben oder nicht ich habe mir 35 leute nur einer schreibt antwort ich manchmal die krise ja das problem ist ich erklärt jetzt sind aufgrund den verlauf ich bin so müde ich weiß was ich rede wir machen drin da war sein muslim deutsch blamiert weißt du ja da waren 73 leute drin und dann haben wir diese quelle gesucht und sind alle eingeschlafen diese eine stunde gesucht haben ja das problem ist aber kommen die schreiben ja hier noch ein paar und die geben nicht mal antwort auf die frage habe gesagt ob die justin der märtyrer ließen soll ja wenn du lachst hörte mich nicht junge mag die stunden sonst rass ich gleich aus hier leute chillt mal äh chill mal justin lesen der märtyrer also kirchenvater oder sollen wir deuteronomien weitermachen weil deuteronomium kann ich auch morgen ok jetzt schon die zweite ok dann machen wir das einfach gut weil fünfte bruchmusik kennt ja eh jeder dann machen wir morgen da weiter gut so die google hast du noch was zu sagen oder nicht falls falls was damit kannst du sagen danach musst du jetzt erstmal stumm bleiben weil ich ja dann lese christus kind wir haben doch ignatius gemacht ich habe ignatius gestern zweimal sogar gemacht und ich kann ich noch mal ignatius lesen dann lese ich gefühlt drei tage ignatius die bohrmann was doch dabei kurzzeitig oder nicht ich habe gestern clemens gemacht ich habe sogar den ersten clemens brief gelesen und den zweiten clemens brief der ja nicht authentisch ist das kann sein also gut ich mache dann justin ja wir machen dann die erste apologie dann origines doch genau warte ich muss mal kurz oh nein warte okay ich mache nicht die erste abholt ich sehe gerade wie viel kapitel das hat wartet mal wartet man wartet man er hat ja noch was wir haben ja noch eine andere quelle hier drin von ihm wartet mal kurz ich sehe gerade das hat hier 68 kapitel wenn ich auch nicht mehr fertig mit einem moment kurz versuchen ich suche kurz wir müssen nämlich auch von dem brief oder sowas haben dann ist ich die da machen wir die apologie irgendwann anders wenn wir eine zeit haben ich kann zwar schon bis sieben uhr oder so machen aber ich glaube für soviel kreuz locker bis acht ja ich möchte was du meinst alex aber dann verpassten die leute die gestern nicht dabei waren das macht der kann sind dann ich sage nur coach warum kommt denn keiner hoch ich kann sie wenn ich jetzt was vorlesen dass dann die leute um sind wir haben alles einmal ist in der märte dialog mit den juden wir haben einmal die das die erste apologie und wir haben einleitung zu ihm nein das woche die erste apologie ist so lange macht kassel nur hälfte dies und dann morgen weiter liest kriegen wir nichts mit haben wir warum ist das hier alles warte was alles auf englisch das ist schlecht mehr anzeigen zweiter apologie haben wir auch hier natürlich dies auch mega lang warum habe ich die anderen briefe nicht auf deutsch hier war der erste blogie riefe des marcus aurelius wo finde ich die uns dass diese blöd unterteilt also da ich guck mal das ist blöd guck mal wir haben hier zwei epistle of adrian in behalf of the christians fragments of the lost work of justin das ist so government of gott also wir haben hier mehr sagen die sind alle auf englisch na gut das ist blöd also wir haben nur ich guck mal wie lange das mit den jungen geht dann guck ich dann lese ich das einfach oder zehn jahre zum ausgehen so junge ok 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 wir fangen einfach mit dem an was am anfang machen wollte ja wenn aber die erste apologie junge junge wie lange also ne einfach mit der ersten apologie apologieren fertig weil das andere das hat über 140 kapitel das ist das können wir vergessen so ich fange an leute an den kaiser titus elius hadrianus antonius pius caesar augustus an seinen sohn verissimus dem philosophen an lucius eines philosophischen caesars leiblichen und des pius angenommenen sohn den freund der wissenschaften an den heiligen senat und das ganze römische volk kriegte ich justinus sohn des priskus und enkel des bakrius aus flavia neapolis in der syrischen landschaft palästina für die leute aus jedem volk stammen die mit unrecht gehasst und verleumdnet werden zu denen ich auch selbst gehöre folgende ansprache und bittschrift so alle griechischen handschriften des eusebius und dessen lateinische von rufin und syrisch übersetzung aber die handschrift des justin vielleicht ist mir der letzteren des zu wer ist da blöd ist hier steht viel auf warte mal kurz das ist bestimmt der letzteren des hier steht irgendwas auf griechisch kann ich lesen zu wer ist sie muss zu ziehen also zu übersetzen pius augustus und an seinem philosophischen sohn des tesers ach so ne das sind die ok das ist ein bisschen blöd was die erklärung die brauchen ja nicht wir hätten das so doof unterteilt okay jetzt habe ich fangen wir an dass die wahrhaft frommen und weisen nur die wahrheit ehren und lieben und dass sie es ablehnen hergebrachten anschauungen wenn diese falsch sind zu folgen gebietet die vernunft denn nicht nur verbietet die gesunde vernunft denen nachzufolgen die etwas unrechtes getan oder gelehrt haben sondern der wahrheitsfreund muss auch auf jede weise wenn der tod ihm angedroht wird das bekenntnis und die ausübung des rechten seinem leben vorziehen ihr nun hört allen allen halben dass ihr fromme und weise wächter des rechtes und freunde der bildung genannt werdet ob ihr es aber auch seid wird sich zeigen denn nicht um mit dieser schrift euch zu schmeicheln oder zu gefallen zu reden sind wir gekommen sondern um zu fordern dass ihr aufgrund sorgfältiger und verständiger untersuchung das urteil fällt um ihr durch vorgefasste meinung oder durch die rücksicht auf abergläubige menschen und ohne in unvernünftiger leidenschaft und nach alteingewurzelter verurteilung gegen euch selbst das urteil zu sprechen denn wir sind überzeugt dass uns von keinem irgendein übel zugefügt werden kann es sei denn dass wir als vollbringer einer übeltat überführt oder als schlecht erfunden worden sind ihr aber könnt uns wohl töten schaden aber könnt ihr uns nicht damit man aber dieses nicht für ein unsinniges und keckes gerede halte verlangen wir verlangen wir dass die anschuldigung gegen sie geprüft werden und dass sie wenn jene sich als begründet herausstellen nach gebühr bestraft werdet wenn die wenn man aber nichts nachweisen kann so verbietet die wahre vernunft auf ein übles gerücht hin unschuldige menschen unrecht zu tun oder vielmehr euch selbst wenn ihr nicht nach vernünftigem entscheid sondern nach leidenschaft die dinge zu verhängen beliebt denn für eine angemessene ja für die einzige rechte forderung wird jeder vernünftige die erklären dass die untergebenen von ihrem leben und von ihrem denken eine rechenschaft ablegen der man nichts anhaben kann dass aber ihrerseits auch die machthaber sich 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 abgabe ihres urteils nicht von gewalttätigkeit und willkür sondern von frömmigkeit und wahrheitsliebe leiten lassen denn nur so werden sowohl die regierenden als auch die regierten des glückes teilhaftig sagte doch auch irgendwo einer der alten wenn nicht regierende und regierte philosophen sind können die staaten nicht gedeihen unsere aufgabe ist es also in unser leben und in unsere lehren allen einsicht zu schaffen damit wir nicht für solche die erfahrungsgemäß mit unserem verhältnis unbekannt sind und aus unwissenheit fehlen selbst die strafe auf uns laden eure sache aber ist es uns wie die vernunft es fordert anzuhören und auch als gerechte richter zu erweisen denn seid ihr einmal unterrichtet so wird euch für für der hin keine entschuldigung bei gott mehr zustehen wenn ihr nicht gerechtigkeit übert eine namensbezeichnung ist weder ein gutes noch ein schlechtes kriterium wenn man von dem namen zugrunde liegenden handlungen absieht übrigens soweit es auf den uns beigelegten namen ankommt sind wir die trefflichsten leute wie wir es aber nicht für recht halten auf den namen hin wenn wir als übeltäter erfunden werden freisprechung zu verlangen so ist es hin wiederum auch eure sache wenn wir weder in unsere namensbezeichnung noch in unserem verhalten als übeltäter befunden werden darauf hinzuarbeiten dass ihr nicht solche die nicht überführt sind ungerecht bestraft und so selber straffällig werdet denn aus dem namen kann vernünftigerweise weder lob noch strafe erwachsen wofern nicht aus den werken etwas tugendhaftes oder schlechtes erwiesen werden kann alle die vor euch angeklagt sind bestraft ihr nicht ehe ihr schuld erwiesen ist bei uns aber nehmt ihr schon den namen als schuldbeweis an obgleich ihr soweit ihr nach unserem namen urteilt vielmehr unsere ankläger bestrafen müsstet denn wir werden angeklagt christen zu sein das brave aber zu hassen ist nicht recht und wiederum wenn einer der angeklagten zum leugner wird und einfach mit dem munde erklärt er sei es nicht so lasst ihr ihn gehen also hättet ihr keine verschuldung ihm vorzuwerfen wenn aber jemand bekennt es zu sein dann straft ihr ihn wegen des bekenntnisses es wäre aber eure pflicht sowohl das den bekennenden als auch den des leugnenden wandel zu prüfen damit aus seinen taten seine schuld und unschuld sicher gebe denn wie manche die von ihrem lehrer jesus christus gelernt haben ihn nicht zu verleugnen wenn sie verhört werden werben wirken auf dieselbe weise geben die welche einen schlechten lebenswandel führen denen welche ohne dem dazu hinneigen allen christen gottlosigkeit und ungerechtigkeit nach zu sein dazu anlass mit rechts war geschieht euch das geschieht auch dass dies nicht eignen ja doch auch manche sich den namen und das äußere von philosophen an die in keiner weise etwas tun was diesem vorgehen entspräche ihr wisst wohl dass auch solche von den alten die in ansichten und lehrsätzen einander widersprechen mit dem gleichen namen philosophen bezeichnet werden von diesen haben einige atheismus gelehrt und den zeus samt seinen kindern stellen die dichter als voll lustig da die welche ihren anschauen folgen werden von euch nicht daran gehindert vielmehr setzt ihr preis und ehren denen aus welch die götter in schön klingenden worten verhöhnen das so warte kurz ist einfach so zum chillen hochgekommen oder ob jetzt was sagen ich wollte fragen was oder was hier abgeht aber lesen justin der mörder erste apologie justin der jude justin warum nicht geistlich ist was ließ doch was geistlich ist ich habe doch schon die knurz ist und so ist es gelesen oder was meins mit geistliches basilius der heilige große der schreibt sehr viele geistliche werke also über das geistliche leben wie wir wandern sollten in der liebe und dies unmöglich ist also einfach ein christus handeln ja also das ding ist ich will so eigentlich dies ja momentan bibel aber ich will halt so nach und nach immer so kircht vierte einstreuen wir machen jetzt drei nach ich habe zum beispiel ignatius gemacht von antiochien dann haben wir clemens von rum gemacht den ersten brief der jahre ist und den zweiten der da ist es mäßig und jetzt wollte ich justin machen also ich will dass der reihe nachbauen ist immer so ein bisschen einstreuen papier überliefert den zweiten korinther brief genauso wie auch die politik seiten clemens ja weil also bei meiner recherche bin ich darauf gestoßen ist das also von mir aus kann das sein dass der auch echt ist aber ich bin drauf schluss dass das homilie ist oder wie man es nennt naja man ist schon in einem vertrauenswürdiger brief ja gut dann ist ja doch nicht so nötig dass wir ihn gelesen haben ich habe noch zum bonus heute gesagt der ist da jetzt hier einfach mitgenommen bevor der raus ist naja egal ein gut ich mal weiter bruder ja wie ist das nun in bezug auf uns die wir gelogen kein unrecht zu begehen und solche gottesleugnerischen ansichten nicht zu hegen stellt ihr keine genaueren untersuchen an sondern strafet uns unvernünftige der leidenschaft und vom stachel böser dämonen getrieben ohne überlegung und unbekümmert denn es soll die wahrheit gesagt werden vor alters hatten böse dämonen die gestalten angenommen hat vor alters hatten böse dämonen die gestalten angenommen hatten weiber entehrt knaben geschändet und den menschen schreckbilder vorgezeigt so dass die welt die vorgänge nicht mit einsicht unterschieden verwirrt wurden von furcht berückt und verkennen dass es böse dämonen waren nannten sie jene götter und legten den einzelnen namen bei den einen jeder der dämonen sich selbst gab als aber sokrates mit wahrer vernunft und nach genauer prüfung diese dinge ans dicht zu bringen und die menschen von den dämonen abzuziehen versuchte haben die dämonen es durch menschen die an der schlechtigkeit ihre freude hatten dahin gebracht dass er als gottesleugner und religionsfrevler hingerichtet wurde indem sie vorgaben er führen neue götter ein und gleicherweise setzten sie gegen uns ganz dasselbe ins werk denn nicht allein bei den kriechen wurden durch sokrates vom logos diese dinge ans licht gebracht sondern auch bei den barbaren von demselben logos als er gestalt angenommen hatte mensch geworden war und jesus christus hieß diesem folgend erklären wir dass die geister die solches getan haben nicht nur keine richtigen gottheiten sondern böse und ruchlose dämonen sind die nicht einmal dieselben handlungen aufweisen können wie die nach tugend strebende menschen daher heißen wir gottesleugner wir gestehen zu in bezug auf derartige falsche götter gottesleugner zu sein nicht aber hinsichtlich des wahren gottes des vaters der gerechtigkeit und der keuschheit und der übrigen tugenden der mit dem schlechten nichts gemein hat ihn und seinem sohn der von ihm gekommen ist und uns die diese dinge gelehrt hat auch das herr der anderen guten engel die ihm anhangen und ganz ähnlich sind und den prophetischen geist verehren und beten wir an indem wir ihn mit vernunft und wahrheit ehren und jedem der ihn kennenlernen will wie wir ihn kennengelernt haben neidlos mitteilen aber wird man sagen schon manche sind gefasst und als missetäter abgeführt worden denn viele verurteilt ihr oft wenn ihr jedes mal den lebenswandel der angeklagten prüft aber das tut ihr nicht wegen der früheren verurteilten im allgemeinen geben wir die tatsache zu dass so wie bei den griechen die welche beliebige lehren aufstellten durchweg mit dem einen namen philosophen bezeichnet werden wenn auch ihre lehrsätze einander widersprechen so auch die welche bei den anderen völkern weise waren und den ruf kamen eine gemeinsame benennung haben sie werden nämlich alle christen genannt daher fordern wir dass man bei allen die euch angezeigt werden die handlungen untersuche damit der welcher überführt wird als verbrecher abgestraft werde der aber welcher als unschuldig erwiesen wird freigelassen werde als ein christ der kein unrecht tut wir wollen nicht verlangen dass ihr die ankläger straf denn sie haben genug an der ihnen anhaften bosheit und an der unkenntnis des guten dass wir aber dieses zu eurem besten dargelegt haben erkennt daraus dass es ja bei uns stünde zu leugnen wenn wir verhört wenn wir verhört werden aber wir wollen nicht mit lügen leben denn in der sehnsucht nach dem ewigen und reinen leben streben wir nach dem zusammensein mit gott dem vater und schöpfer des als und eilen zum bekenntnisse da wir überzeugt sind und fest glauben dass dieses leben diejenigen erlangen können die gott durch werke bewiesen haben dass sie ihm nach anhangen und nach dem aufenthalte bei ihm verlangen wo keine schlechtigkeit pein verursacht dies also ist es kurz gesagt was wir erwarten und was wir von christus gelernt haben und lehren platon hat übrigens in gleicher weise gesagt dass radamintis und minus die ungerechten wenn sie vor ihnen erscheinen bestrafen werden die aber sagen dass das gleich geschehen werde durch christus und dass sie in ihren ursprünglichen leibern mit ihren seelen eine ewig währende strafe erdulden werden nicht nur eine tausendjährige wie jener annahm will man das für unglaublich oder für unmöglich erklären so geht doch dieser irrtum und nur uns nicht einen anderen an solange wir nicht eines tatsächlichen vergehens überführt werden aber wir ehren auch nicht mit vielerlei opfern und blumen gewinnen die welche menschen gebildet in tempeln aufgestellt und götter genannt haben denn wir wissen dass diese dinge unbeseelt und tot sind und nicht gottes gestalt haben wir glauben nämlich dass die gottheit nicht die gestalt hat in der man sie zum zwecke der verehrung abgebildet hat dass sie viel mehr namen und formen jener sichtbar erscheinbar erscheinbar bösen dämon haben denn was braucht man es auch da ihr es wisst zu sagen zu was allem die künstler den stoff durch behauen schnitzen gießen und hämmern verarbeiten selbst aus gemeinen gefäßen bildet man oft indem man künstlich form und aussehen verändert so genannte götter wir finden das nicht nur widersinnig sondern glauben auch dass es zur verhöhnung der gottheit geschehe die da sie doch eine unaussprechliche herrlichkeit und schönheit besitzt nach vergänglichen und der erwartung bedürftigen dingen genannt wird und dass ihre verfertiger niederliche leute sind und um nicht alles aufzuziehen jegliche schlechtigkeit an sich tragen wisst ihr wohl sogar ihre jungen sklavinnen die mit ihnen daran arbeiten verführen sie welch ein blödsinn zu sagen dass zügellose menschen götter zur anbetung bilden und umbilden und für die tempel wo sie aufgestellt werden solche menschen als wächter anstellen und dass man nicht ein sieht dass es ein frevel ist zu denken oder zu sagen menschen sein der götter hüter wir haben aber auch die lehre empfangen dass gott keiner materiellen opfergabe von seiten der menschen bedarf da wir ihnen ja selber alles spenden da wie soll da wir ihnen ja selbst alles spenden sehen dagegen sind wir gelehrt worden und glauben fest dass er nur jene in gnaden annimmt die das ihm innewohnende gute an nachahmen enthaltsamkeit gerechtigkeit nächsten liebe und was sonst gott eigentümlich ist ihm der mit keinem ihm erst beigegebten namen benannt wird wir sind ferner gelehrt worden dass er im anfange weil er gut ist alles aus formloser materie den menschen wegen erschaffen hat wir haben die überlieferung dass diese wenn sie sich nach seinem ratschluss in werken dessen wert erweisen des umgangs mit ihm gewürdigt werden und mit ihm gemeinsam herrschen nachdem sie unvergänglich und leidenlos geworden sind denn so gewiss er sie im anfange als sie nicht waren geschaffen hat ebenso gewiss werden so glauben wir die welche das im wohlgefällige erwählen wegen dieser in dieser wahl der unsterblichkeit und des zusammenwohnens mit ihm gewürdigt werden denn dass wir im anfangen ins dasein gerufen wurden war nicht unser verdienst dass wir aber dem nachstreben was ihm lieb ist indem wir es mit vernunftsplänen vernunftskräften die er selbst uns schenkte frei wählen dazu leitet er uns an und dazu führt er uns zum glauben und wir meinen dass es im interesse aller menschen liegt dass sie von der erkenntnis dieser dinge nicht abgehalten vielmehr zu ihr hin geführt haben werden denn was die menschlichen gesetze nicht zu wege bringen konnten das hätte der logos daher göttlich ist bewirkt wenn nicht die bösen dämonen viele lügen und gottlose beschuldigungen verbreitet hätten indem sie sich verbündeten mit der dem jedem menschen innewohnten zu allem bösen neigenden und ihre natur nach viel gestalteten lust beschuldigung von denen uns doch keine trifft und so habt ihr auch als ihr hört dass wir ein reich erwarten ohne weiteres angenommen wir meinten ein irdisches während wir doch dasjenige bei gott meinen wie sich auch daraus ergibt dass wir wenn wir von euch verhört werden eingestehen dass wir christen sind ob schon wir wissen dass auf dieses geständnis die todesstrafe gesetzt ist denn wenn wir ein irdisches reich erwarteten würden wir doch wohl leugnen um nicht hingerichtet zu werden und wir würden verborgen zu bleiben suchen um zu erlangen was wir erwarten weil wir aber unsere hoffnungen nicht auf die gegenwart setzen kümmern wir uns um die henker nicht zumal wir auch sowieso sterben müssen ihr habt aber in der ganzen welt keine besseren helfer und verbündeten zur aufrechterhaltung der ordnung als uns die wir solchen lehren wie dass ein betrüger wucherer und menschen mehr da so wenig wie ein tugendhafter gott verborgen bleiben könne und dass ein jeder ewige strafe und ewigen heile nach verdienst seiner taten entgegen gehe wenn die menschen insgesamt zu dieser überzeugung kämen so würde niemand für die kurze zeit dem laster sich hingeben weil er wüsste dass er die ewigen strafe im feuer entgegen gehe sondern man würde auf alle weise sich zusammennehmen und mit tugend schmücken und der göttlichen belohnung teilhaftig zu werden und von den strafen frei zu bleiben denn diejenigen welche jetzt wegen der von euch aufgestellten gesetz und strafen einerseits bei ihrem vergehen unentdeckt zu bleiben suchen einerseits aber doch verbrechen begehen weil sie sich der möglichkeit bewusst sind dass sie vor euch die ihr menschen seit unentdeckt bleiben können die würden wenn sie unterrichteter und überzeugt wären dass vor gott weder eine handlung noch auch ein gedanke verborgen bleiben kann schon um dessen willen was ihnen bevorsteht auf alle weise in schranken bleiben wie ihr auch zugestehen werdet doch es sieht so aus als besorgt ihr es möchte doch es sieht so aus als besorgt besorgtet ihr es möchten alle das rechte tun und die hätte dann nichts mehr zu bestrafen das wäre ein standpunkt der wohl henkern anstände nicht aber guten fürsten wir sind übrigens sicher dass auch dies wie wir vorhin angedeutet haben vom bösen geistern eingefädelt wird welche auch von denen die nicht nahe der vernunft leben weihrauch und opfer und verehrung verlangen aber euch die ihr nach frömmigkeit und weisheit strebt haben wir kein unvernünftiges handeln vorausgesetzt zieht aber auch ihr den unvernünftigen gleich des herkommens der wahrheit vor so tut was ihr könnt denn nur so viel vermögen auch die herrscher denen der wahn höher steht als die wahrheit wie die räuber in der wüste dass ihr aber mit euren opfern kein glück haben werdet bezeugt der logos der königlichste und gerechteste herrscher dem wir nächst gott seinem erzeuger kennen denn wir alle sich träumen von ihren eltern armut oder krankheit oder schande als erbe zu übernehmen so wird auch der verständige sich nicht dafür entscheiden was der vernunftsgeist ihm zu erwähnen verbietet dass das alles so geschehen werde hat sagt dass das alles so geschehen werde hat sage ich unser lehrer jesus christus der sohn und gesandte gottes des vaters und des herren des weltalls vorausgesagt nachdem wir den namen christen erhalten haben dadurch werden wir auch voll zuversicht in bezug auf alles was er uns gelehrt hat weil er ist sich weil es sich herausstellt dass tatsächlich alles in eintrifft was er als zukünftig vorhergesagt hat denn das ist gottes werk vor dem geschehen vorherzusagen und dann es so geschehen zu lassen wie er vorher gesagt wie es vorher gesagt worden ist wir könnten nun hiermit schließen ohne etwas weiteres hinzuzufügen in dem bewusstsein dass wir gerechtes und vernünftiges verlangen weil wir aber wissen dass eine im irrtum befangene seele nicht in kurzer zeit sich anders besinnt haben wir uns gerne entschlossen um die wahrheitsfreunde zu überzeugen noch einiges beizufügen wissen dass es sei nicht unmöglich dass vor der wahrheit der irrtum des feldräume dass wir nun nicht gottlos sind da wir doch den schöpfer dieses als verehren und wir gelehrt worden sind behaupten dass er keinen schlachtdrang und räucheropfer bedarf jetzt hier sind schon wieder diese opfer ja ich schon die woche fünf millionen mal gelesen habe bedarf und die wir ihn bei allem was wir zu uns nehmen durch gebet und dankssagungs wort so viel wir können lob preisen indem wir als die seiner alleinwürdige ehrung nicht die kennen lernten das von ihm zur nahrung geschaffene durch feuer zu verzehren sondern die es uns und den bedürftigen zugutekommen zu lassen ihm aber zum danke in worten huldigungen und gesänge in bord zu senden für unsere erschaffung und für alle mittel zu unserem wohlsein für die mannigfaltigkeit der arten und für den wechsel der jahreszeiten und die wir bitten empor senden dass wir wieder in unverlänglichkeit in unvergänglichkeit entstehen durch den glauben an ihn welcher vernünftige wird das nicht einräumen und dass wir außerdem den der unser lehrer hier gewesen und dazu geboren worden ist jesus christus der gekreuzigt wurde unter pontius pilatus dem landpfleger von judäa zur zeit des kaisers tiberius den wir als der sohn des wahrhaftigen gottes erkannt haben an die zweite stelle setzen und dass wir den prophetischen geist an der dritten stelle mit fug und recht ehren das werden wir zeigen denn darin beschuldigt man uns der torheit in dem man sagt dass wir die zweite stelle nach dem unwandelbaren und ewigen gott dem weltschöpfer einen gekreuzigen menschen zu weisen das sagt man weil man das darin eingeschlossene geheimnis nicht kennt indem wir dieses erklären bitten wir euch recht dabei aufzumerken habt ihr gemerkt selbst hier werden schon wieder 33 beschrieben ja das ungefähr 100 nach christus glaube ich wenn ich ich kann ja noch mal gucken oder bisschen später aber ihr müsst mal überlegen selbst hier wird das wieder erwähnt soviel zu der konziden sache denn wir sagen es euch im voraus hütet euch dass nicht die oben von uns angeschuldigten dämonen euch berücken und euch vor allem lesen und verstehen unserer werke abziehen denn sie bemühen sich euch zu sklaven und untergebenen zu haben und bald durch traum gesichte bald hin wiederum durch zaubertränke machen sie sich alle untertänig die in keiner weise auf ihren seelenheit bedacht sind wie auch wir nachdem wir dem logos gefolgt sind von ihnen uns losgesagt haben und gott allein dem ungezeugten durch seinen sohn anhangen hatten wir früher an unsüchtigen dingen gefallen so huldigen wir jetzt der keuschheit allein gaben wir uns mit zauberkünsten ab so haben wir uns jetzt dem guten und den ungezeugten gott geweiht wenn wir geldmittel und besitz über alles schätzen so stellen wir jetzt was wir haben in den dienst der allgemeinheit und teilen jedem bedürftigen davon mit hassten und mordeten wir einander und hielten wir mit denen die nicht unseres stammes sind wegen der verschiedenen stammesgewohnheiten nicht einmal herzgemeinschaft so leben wir jetzt nach christi erscheinen als tischgenossen zusammen beten für unsere feinde und suchen die welche uns mit unrecht hassen zu bereden dass auch sie nach christi schönen weisungen leben und guter hoffnung seien dass auch sie dieselben güter wie wir von den aller herrschenden gott erlangen werden damit es jedoch nicht der anschein habe als ob wir euch täuschen so halten wir es für angebracht einige von den leeraussprüchen christi der beweisführung voraus zu schicken und euch als mächtigen herrscher soll es dann obliegen zu prüfen ob diese dinge die wir gelehrt worden sind und die wir anderen lehren wahr sind kurz und bündig sind seine aussprüche denn es war kein sophist sondern sein wort war gottes kraft über die keuschheit sagt er folgendes wer nach einem weibe sieht um es zu begehren der hat schon im herzen vor gott ehebruch begangen und wenn dein rechtes aug dich ärgert reiß es raus denn es ist dir besser einäugig in das himmelreich einzugehen als mit beiden augen in das ewige feuer geworfen werden und wer eine von einem anderen mann entlassener heiratet bricht die ehe und es gibt solche die von den menschen verschnitten worden sind es gibt auch solche die als verschnitten geboren wurden es gibt aber auch solche die sich selbst verschnitten haben um das himmelreiches willen nur fassen das nicht alle also sind nach dem urteil unseres lehrers sowohl die welche eine vom menschlichen gesetze erlaubte zweite ehe schließen sünder als auch die welche ein weib ansehen um es zu begehren denn nicht nur wer tatsächlich die ehe bricht ist nach ihm verworfen sondern auch wer ehe brechen will da gott nicht bloß die handlungen sondern auch die gedanken offenbar sind und gab viele männer und frauen die von jugend auf schüler christi gewesen sind bleiben mit 60 oder 70 jahren keusch und ich getraue mir solche in jedem stande vom menschen aufzuweisen ganz zu schweigen von der unzähligen menge derer die nach einem zügellosen leben sich bekehrt und diesen grundsätzen angenommen haben denn nicht die gerechten und enthaltsamen hat christus zur sinnesänderung berufen sondern die gottlosen die ausschweifenden und die ungerechten denn so hat er gesprochen nicht bin ich gekommen gerechte zur buße zu berufen sondern sünder will doch der himmlische vater die buße des sünders mehr als seine bestrafung über die allgemeine menschenliebe hat er folgendes gelehrt wenn ihr die liebt welche euch lieben was tut ihr dann neues tun das doch auch die hurra ich aber sage euch betet für eure feinde lieber die euch hassen segnet die euch verfluchen und betet für solche die euch verleumden dass man aber das seinige mit dem bedürftigen teilen und nicht des rumes wegen tun soll sagt er also jedem der bittet gebet und den der von euch verboten der von euch borgen will weiß nicht von euch denn wenn ihr denen leid von welchen ihr zu bekommen hofft was tut ihr da besonderes das tun auch die zöllner ihr aber sollt euch nicht schätze sammeln auf erden wo motto und rost sie verzehren und die besiebt ausgraben sammelt euch vielmehr schätze im himmel wo weder motto noch rotte verzehrt denn was nütze es den menschen wenn er wenn er die ganze welt gewinne seine seele aber verliere oder was wird er zu ihrer einlösung geben sammelt euch also schätze im himmel wo weder motto noch rost verzehrt und seid aber gütig und barmherzig wie auch eure väter gütig und barmherzig das ist das ist ein schreibfehler sorry wo auch euer vater müsste hier einstehen gütig und barmherzig ist und seine sonne aufgehen lässt über sünder und gerechte und böse frage nicht ängstlich was sie essen oder was sie anziehen werdet seid ihr nicht mehr als die vögel und die wilden tiere und gott ernährt diese seid also nicht bekümmert was ihr essen oder was ihr anziehen werdet weiß ja euer vater im himmel dass ihr dessen bedürftet sucht aber das himmelreich und dieses alles was wird euch alles wird euch zugelegt werden denn wo sein schatz ist da ist auch der sinn des menschen und tut das nicht und von den menschen gesehen zu werden sonst habt ihr keinen lohn bei eurem vater im himmel über die pflicht geduldig gegen alle dienstfertig und sanftmütig zu sein spricht er sich also aus wer dich auf die wange schlägt dem biete auch die andere da und wer dir den rock unter dem mantel nimmt dem wäre es nicht wer zührend der ist des feuers schuldig mit jedem der dich zu einer meile nötigt geht zwei mit es sollen leuchten eure guten werke vor dem menschen damit diese sie sehen und euren vater im himmel bewundern wir dürfen also nicht widerstand leisten und er hat keinesfalls gewollt dass wir es dem bösen nachtun er hat uns vielmehr ermahnt durch geduld und sanftmut alles durch geduld und sanftmut alle von der schande von der lust am schlechten abzubringen das können wir auch an vielen die früher bei euch waren nachweisen sie haben ihr gewalttätiges und herrisches wesen abgelegt überwundern etwa überwunden etwa durch den anblick des geduldigen lebens ihren nachbarn oder durch beachtung der außerordentlichen sanftmut übervorteiligter reisegenossen oder dadurch dass sie diese an solchen erprobten mit denen sie geschäfte machten dass wir ferner in keinem falle schwören aber immer die wahrheit sagen sollen dazu hat er uns mit diesen worten aufgefordert schwört gar nicht es sei aber euer ja ein ja und euer nein ein nein was darüber ist das ist vom bösen dass man ferner gott allein anbeten soll hat er mit folgenden worten vorgeschrieben das höchste gebot ist den herrn deinen gott sollst du anbeten und ihm allein dienen aus einem ganzen aus deinem ganzen herzen und mit deiner ganzen kraft gott den herrn der dich erschaffen hat und als einer zu ihm hintrat und ihn guter meister anredete erwiderte er niemand ist gut als gott allein der alles erschaffen hat die nun der lebenswandel nicht so befunden wird wie er gelehrt hat soll nicht als christen angesehen werden auch wenn sie mit der zunge die lehre christi bekennen denn er hat gesagt dass nicht die welche bloß sprechen sondern die welche auch die werke vollbringen zur seligkeit gelangen werden er sprach nämlich also nicht jeder der zu mir sagt her her wird in das himmelreich eingehen sondern wer den willen meines vaters tut der im himmel ist denn wer mich hört und tut was ich sage hört auf den der mich gesandt hat viele werden zu mir sagen haben wir nicht in deinem namen gegessen und getrunken und wunder gewirkt und dann werde ich zu ihnen sprechen weichet von mir ihr übeltäter dann wird heulen und zähne knirschen sein wenn die gerechten leuchten wie die sonne und die ungerechten aber ins ewige feuer gewiesen werden denn viele werden kommen in meinem namen die äußerlichen schafspelze gekleidet innerlich aber reißende wölfe sind an ihren werken werdet ihr sie erkennen jeder baum aber der nicht gute früchte bringt wird ausgehauen und ins feuer geworfen dass aber solche die nicht seinen lehren entsprechend leben und nur christen heißen gestraft werden das verlangen wir auch von euch abgaben und steuern suchen wir überall vor allen anderen eurer beamten zu entrichten wie wir von ihm angeleitet worden sind denn in jener zeit kamen einige und fragten ob man dem kaiser steuern entrichten solle und er antwortete sagt mir wessen bild trägt die münze sie sprachen des kaisers und da entgegnete er ihnen gebe denn was des kaisers ist dem kaiser und was gottes ist gott darum beten wir zwar gott allein an euch aber leisten wir im übrigen freudigen gehorsam indem wir euch als könige und herrscher der menschen anerkennen und beten dass ihr nebst eurer herrscher macht auch im besitz vernünftiger einsicht erfunden werdet wenn ihr aber trotz dieser offenen darlegen euch um uns nicht kümmert so werden nicht wir den schaden davon haben denn wir meinen und sind sogar fest davon überzeugt dass jeder sofern seine taten es verdienen im ewigen feuer seine strafe finden und nach maßgabe der ihm von gott verliehenen gaben von ihm zur rechenschaft werde gezogen werden wie christus es angekündigt hat als er sagte wem gott mehr gegeben hat von dem wird auch mehr gefordert werden amen leute ich muss eine kurze pause machen und was trinken findet ihr bis jetzt also schon paar sätze paar sachen schon krass ja also am anfang klar was was viel introducing und so haben mittlerweile sehr stark also erklärt wirklich wieder wieder name ja schon sagt apologetisch ungefähr den glauben finde ich richtig schön ja auch so und ich glaube du hast mir das geschickt oder du hast mehr punkte wie gerade eben hat sie das nicht aber doch ja ich küsse dein herz dankeschön schwester vielen vielen neben dank danke danke gesagt ich trinke kurz was das blöd ist ja schon immer so blöd hier liege ich muss mal demnächst ich habe ja auch einen stuhl im zimmer den muss ich mal hin also der steht aber so blöd in der ecke sind wachen drauf ich musste ihm das nächste mal hier ein mann damit ich besser lesen kann dann kann ich mich einfach drauf setzen ja die fänder ich kann nicht hochholen auf die lesen nur wieder ich habe nur gesehen von einer halben stunde oder warst du bist du nur hier für fit oder was auf tik tok ja nur wenn ich tausend vorlaube bin ich auch manchmal gerne was vorlesen ich habe keine autos und follower junger kannst du es nicht auch gern was vorlesen nur irgendwas gutes das ist doch kein problem ist jetzt gerade aber wenn ich allgemein irgendwann mal gerade wenn überhaupt war ich ein bisschen da aber dann bin ich wieder weg was ich wurde diesen so schaut nur hin auf das ende eines jeden der führenden herrscher sie starben den allen gemeinsamen tod führte nun dieser zu einem zustande der bewusstlosigkeit so wäre es so wäre er für alle ungerechten ein glück da aber allen die einmal gelebt haben empfindung verbleibt und auf ewige strafe ihnen bevorsteht so versäumt es nicht euch überzeugen zu lassen und zu glauben dass diese dinge wahr sind den toten befragungen und die beschauung der eingeweide unschuldiger kinder die heraufbeschwerung menschlicher geister was die zauberer traum traum sender und beistände nennen und alles was von denen die sich darauf verstehen wohl vollführt wird soll ich überzeugen dass diese seelen auch nach dem tode bei bewusstsein sind desgleichen auch die menschen die von den seelen hin geschiedener im besitz genommen und hin und her gezerrt werden die man allgemein besessen und rasende nennt außerdem eure sogenannten orakel und alles was sonst hierhin gehört endlich die aussprüche der schriftgelehrten ok jetzt in klammern sind ganz viele gelehrte und solcher die dasselbe wie sie behaupten so viel wie diese könnt ihr auch uns gelten lassen die wir nicht weniger als sie an gott glauben sondern mehr die wir sogar hoffen dass wir unsere toten und in die erde gelegten leiber wieder erlangen werden indem wir behaupten dass bei gott nicht so möglich ist und gesetzt wir lebten nicht im leibe was könnte dabei genauer betrachtung wohl unglaublicher erscheinen als wenn man uns sagte aus einem kleinen tropfen menschlichen samens könnten knochen sehnen und fleisch entstehen so ausgebildet wie wir sie wieder wirklich sehen nehmen wir für jetzt einmal den fall an ihr wäret von anderer bildung und von anderer herkunft und es würde euch jemand in dem er euch menschlichen samen und das gemalte bild eines menschen zeigt sagen und versichern aus jenem können diese entstehen werdet ihr es wohl glauben ehe ihr es vor euren augen entstehen seht niemand wird mir darin wohl zu widersprechen wagen ganz auf dieselbe weise glaubt ihr nicht weil ihr noch niemals einen toten habt auferstehen sehen aber gerade wie ihr von vornherein nicht geglaubt hättet dass aus einem kleinen tropfen solche hätten entstehen können und wie ihr seht dass sie doch geworden sind so haltet es auch nicht für unmöglich dass die aufgelösten und nach art der samen in die erde hinein gelegt menschlichen leiber zu ihrer zeit auf gottes geheiß auferstand und unverweslichkeit anziehen werden denn wie von einer gotteswürdigen macht jene reden können die sagen alles kehre dahin zurück woher es gekommen ist und darüber hinaus vermöge nicht einmal die gottheit etwas weiteres wüssten wir nicht zu sagen aber das wissen wir dass sie es nie für möglich gehalten hätten dass einmal solche wesen auf solche weise entstehen wie und woraus sie selbst und die ganze welt entstanden sind es ist aber wie wir gelernt haben besser auch an das zu glauben was unsere eigene natur und überhaupt menschen unmöglich ist als wie die anderen ungläubig zu sein zumal wir auch wissen dass unser lehrer jesus christus gesagt hat was bei den menschen unmöglich ist das ist möglich bei gott und fürchtet nicht die die euch töten und euch demnach nichts tun können fürchtet vielmehr den der nach dem tode leib und seele in die hölle stürzen kann die hölle aber ist ein ort wo diejenigen gezüchtigt werden sollen die unrecht gelebt haben und nicht an die erfüllung dessen glauben was gott durch christus gelehrt hat übrigens haben auch die bille und hüsterpest eine vernichtung alles vergänglichen durch feuer vorausgesagt die philosophen aber welche stoiker heißen lehren gott selber gehe ins feuer in feuer auf und sagen die welt entstehe als dann wieder neu durch umwandlung wir aber stellen uns gott den schöpfer der dinge als erhaben über alles vergängliche vor wenn wir nun einiges in übereinstimmung mit dem von euch geschätzten dichtern und philosophen lehren manches erhabene und gotteswürdig und so dass wir allein auch beweise bringen warum werden wir dann von allen mit unrecht gehasst denn wir denn wenn wir sorry denn wenn mir behauptet behaupten dass alles von gott das ist so ein fehler oder bin ich blöd denn wenn die okay hier sind schreibfehler ich denke ganz schön schon ich werde blöd sorry denn wenn wir behaupten dass alles von gott geordnet und geschaffen sei so wird man erkennen dass wir einen satz platons aussprechen sprechen wir aber von seinem weltbrand so einen satz der stoiker sagen wir aber dass die seelen der sünde auch nach dem tode noch bei bewusstsein seien und gestraft werden die der gerechten aber von strafen frei ein seliges leben führen so wird man sehen dass wir dasselbe sagen wie die dichter und philosophen lehren wir endlich man dürfe werke von menschen händen nicht anbeten so stimmen wir mit den lustspiel dichter menada überein und mit anderen die diesen gedanken geäußert haben denn sie haben den anspruch getan dass der meister höher stehe als sein werk aber nochmal ich muss das eine noch mal lesen also die haben sich früher gab es leute die haben sich vorgestellt dass gott selber im feuer aufgeht und dann die welt nochmal neu erschafft was ist das für eine kranke theorie hier habe ich noch nie vorher gehört das ist mir komplett neu so was da ist ja der islam noch logischer wenn wir aber weiterhin behaupten der locus welcher gottes erste hervorbringung ist sei ohne beiwohnung gezeugt worden nämlich jesus christus unser lehrer und er sei gekreuzigt worden gestorben wieder auferstanden in den himmel aufgestiegen so bringen wir im vergleich mit euren zeus söhnen nicht befremdlicheres von denn wir denn wie viele zeus söhne die bei euch hoch geschätzten schriftsteller aufführen wisst ihr wohl zu den hermes den erklärenden vernunftgeist und lehrer aller dann den ask klepius der arzt gewesen vom blitz erschlagen und in den himmel aufgefahren sei ferner den dionysos nachdem er zerrissen worden war herakles nachdem er sich um seinen leiden zu entrinnen dem feuertod übergeben hatte dann leders söhne die dios kuren danias sohn perseus und den vom menschen abstammenden bellero von ne bellero von auf seine nach seinem rosse pegasus was sollen wir noch von ariatne sagen und denen welche die sage wie sie unter die sterne versetzt hat und was von den unter euch dahin sterbenden herrschern die immer für wert haltet unter den unsterblichen versetzt zu werden so dass ihr einen vorführt der schwört er habe den verbrannten kaiser vom scheiterhaufen zum himmel auffahren sehen und was das für taten sind die von einem jeden der sogenannten zeus söhne erzählt werden braucht von wissenden nicht dargelegt zu werden nur das sei erwähnt dass derartige dinge zu nutz und frommen der heranwachsenden jugend aufgeschrieben sind denn alle halten es für schön die götter nachzuahmen fern aber sei dem gesunden sinne eine derartige vorstellung von göttern die annimmt dass sogar zeus das haupt und der zeuge aller götter ein vater mörder sei und auch von einem solchen herrscher dass er schlechter und schimpflicher liebeslust erlegen sogar mir und all den vielen weibern zur buhlschuld hinabgestiegen sei und dass auch seine söhne es ebenso getrieben haben aber wie ich schon sagte in wahrheit haben die bösen dämonen dieses getan zur seligen und sterblichkeit aber gelangen nach unserer lehre nur die welche in heiligen und tugendhaften leben gott nahe kommen wer aber ungerecht lebt und sich nicht bekehrt der wird gemäß unserem glauben in ewigen feuer bestraft der sohn gottes aber welcher jesus heißt verdient selbst wenn er wie alle anderen nur ein mensch wäre ja wäre es extra konjunktiv ja wegen seiner weisheit sohn gottes genannt zu werden denn doch alle schriftsteller den höchsten gott den vater der götter menschen wenn wir aber sagen er sei auf ganz eigene weise entgegen der gewöhnlichen abstammungsweise als logos gottes aus gott geboren worden so ist das wie schon vorhin gesagt wurde etwas was wir mit euch gemeinsam haben die ihr den hermes den von gott kunde bringenden logos nennt sollte man aber daran anschluss nehmen dass er gekreuzigt worden ist so hat er auch das mit eurem vorhin aufgezählten zeusönen gemeinsam die euch gelitten haben denn von diesen werden nicht gleiche sondern verschiedene todesarten erzählt so dass er auch in der ihm eigentümlichen todesart ihnen nicht nachsteht vielmehr werden wir im fortgang fortgange der rede wie wir versprochen haben zeigen dass er sogar höher steht als sie und eigentlich ist es schon bewiesen denn wer der höhere ist wird aus den taten offenbar wenn wir ferner behaupten er sei von einer jungfrau geboren worden müsst ihr hier ein die übereinstimmung per seus zu geben sagen wir endlich er habe lamme gesprächige und von geburt an sich sicher gesund gemacht und tote erweckt so wird das dem der gleich so wird dem das dem gleich gehalten werden können was von asklepius erzählt wird nunmehr soll euch da getan werden alles was wir als leeren christi und der ihm vorausgegangenen propheten ausgeben ist allein wahr und älter als alle schriftsteller die es gegeben hat aber nicht deshalb weil wir dasselbe wie sie lernen verlangen wir annahme unserer lehre sondern deshalb weil wir die wahrheit sagen jesus christus ist allein als der eigentliche sohn gottes gezeugt weil er sein logos als erstgeborener und seine kraft ist und er hat nach seinem ratschluss zum mensch geworden uns diese lehren zur umwandlung und zur hinaufführung des menschlichen geschlechtes gegeben er als mensch unter menschen erschienen haben ihm voraus einzelne ich meine die vorher erwähnten bösen dämonen durch die dichter das als tatsache hingestellt was sie erdichtet haben wie sie denn auch die gegen uns der sonnen schändlicher und gottloser taten vollbracht haben für die es keinen zeugen und kein beweis gibt hierfür diene folgendes als beleg der erste beweis ist dieser ob schon unsere lehren denen der griechen ähnlich sind werden wir allein um den namen jesus christi willen gehasst und ob schon wir kein unrecht tun doch als allem sind als missetäter hingerichtet wären während doch von anderen antwärts bäume flüsse mäuse katzen krokodile und die meisten unvernünftigen tiere verehrt werden wenn auch nicht überall die gleichen sondern die einen hier die anderen dort ehren genießen und so alle weil sie verschiedenes verehren einander als gottlose erscheinen müssen und das ist das einzige was ihr uns vorwerfen könntet dass wir nicht dieselben götter wie ihr verehren und dass wir nicht wie ihr den verstorbenen spenden und wohlgerüche und vor ihnen ihren bildern grenze und opfern darbringen dass nun dieselben wesen bei denen ein als götter bei den anderen als untiere bei wieder anderen als opfertiere gelten wisst ihr genau der zweite beweis ist wir leute aus jeder menschenklasse die wir einst den dionysos den sohn des semele und latonas sohn apollon die beide aus unnatürlicher liebe dinge verübten die man nicht aussprechen darf die wir ferner die persifone und aphrodite die bei euch wegen des adonis in liebes waren für vielen deren geheimdienst ihr aber noch jetzt feiert oder den asklepius oder sonst einen der sogenannten götter verehrten haben trotz des anthrohenden todes diese durch jesus christus verachten gelernt und haben uns dem ungezeugten und leidschaftlosen gotte hingegeben der wie wir überzeugt sind weder zu einer antiope oder einer anderen ihresgleichen noch zu ganmedes in liebes raserei gekommen ist noch auch durch vermittlung der tetes von jenem hundert armigen befreit zu werden brauchte noch zum danke dafür sich das tetes sohnes achillus angenommen hat und um die konkubine presies presies millen eine menge von griechen umkommen ließ wer derartiges glaubt dem bedauern wir schuld daran tragen die wissen wir die dämonen das wissen wir wissen die dämonen sorry der dritte beweis ist folgender auch nach der auffahrt christi zum himmel haben die dämonen einzelne menschen veranlasst sich für götter auszugeben die nicht nur nicht von euch verfolgt sondern mannigfacher ehren gewürdigt werden so einigen gewiss so einen gewissen samariter simon aus dem flecken gt der unter kaiser claudius durch die macht der in ihm tätigen dämonen in eurer kaiserstadt rom zauberkünste ausgeübt hat für einen gott gehalten und wie einen gott von euch durch eine bildseule geerrt wurde ich muss mein handy direkt anschließend ist direkt leer ach nee das ist das war nicht wegen lehrter sonne ich verstehe ist irgendjemand da der einfach hochkommen kann um oben zu chillen und zu reden weil sonst kriege ich wieder einschränkungen kann irgendjemand einfach hochkommen ja gut nehmir dich hoch holen aber du willst ja bestimmt irgendwas diskutieren oder so oder bruder das ist jetzt eigentlich nicht so gut ehrlich gesagt ne ok na gut wenn du einfach nur hochkommst und chillen damit dass ich keine einschränkung komme gerne du kannst mir wenn du willst essen zu sehen ja ich kann einfach weiterlesen geht mir nur darum dass ich weißt du wenn jetzt wenn ich ziemlich keiner oben ist dann geht das ausleucht bekommen geschränkung dass derzeit echt am spinnen aber danke ich lese dann weiter ja ok top wo war ich jetzt was geben ah ja diese bildseule steht im tiber flusse mitten zwischen zwei brücken und trägt diese lateinische aufschrift simoni deo sancto und fast alle samariter auch einzelne unter anderen völkern erkennen und verehren ihn als den höchsten gott und eine gewisse helena die in jener zeit mit ihm umherzog nachdem sie früher in einem huren hause sich preis gegeben hatte nennen sie seinen ersten gedanken von einem gewissen menada aber der auch samariter war aus dem flecken caparet hier einem schüler des simon wissen wir dass auch er unter dem einfluss der dämonen stehend in antiochien auftrat und durch seine zauberkunst viele berückte der sogar seine anhänger zu dem glauben brachte dass sie nicht sterben würden und noch jetzt gibt es einige von seinen anhängern die dies glauben dahin gehört ein gewisser markion aus dem pontos der noch gegenwürdig seinen gläubigen anleitet einen anderen für größer zu halten als gott dem weltschöpfer dieser hat mit hilfe der dämonen bei allen volksstämmen viele dazu gebracht lästerung auszusprechen gott den schöpfer dieses welt als zu leugnen und sich zu einem anderen zu bekennen der weil er höher stehe größeres als jener gewirkt habe alle welche ihre richtung angehören heißen wie schon gesagt christen wie denn auch unter den philosophen diejenigen welche nicht die gleichen lehrsätze haben doch den ihnen beigelegten namen der philosophie gemeinsam haben ob sie aber auch jene schandtaten verübten nämlich das umstürzen des leuchters zügellose ausschweifeln und das verzerren von menschenfleisch wissen wir nicht dass sie aber von euch wenigstens der lehre wegen weder verfolgt noch getötet werden das wissen wir es gibt auch ein schriftchen dass wir gegen alle bisherigen heresien verfasst haben wollt ihr es einsehen so werden wir es einreichen ferner sind wir damit wir uns keines unrechtes und keiner sünde schuldig machen gelehrt worden dass auch das aussetzen der neugeborenen eine schlechtigkeit sei schon darum weil wir sehen dass sie fast alle nicht nur die mädchen sondern auch die knaben zur unzucht angeleitet werden und wenn man aus früherer zeit nur von der aufzug von rindern ziegen schafen und pferden auf der weide weiß so hält man jetzt auch kinder rein zu unzüchtigen zwecken dementsprechend steht bei jedem volk eine ganze menge von weibern mannweibern und schandkerlen zu dieser ruchlosigkeit bereit und hiervon zieht ihre miete steuern und zölle statt sie ausreichen auszurotten und wer sich mit diesen abgibt kommt möglicherweise auch abgesehen davon dass die beinwohnung gottlos sündhaft und schamlos mit seinen eigenen kinder oder verwandten oder bruder zusammen manche geben sogar ihre eigenen kinder und gattinnen preis andere entmahnen von entmannen von vor aller welt sich selbst als zu unsüchtigen zwecken und führen ihren geheimdienst auch noch auf die göttermütter zurück endlich findet sich neben jeder eurer vermeintlichen gottheiten eine schlange als bedeutungsvolles sinnbild und geheimnis dargestellt was bei euch öffentlichen übungen achtung steht das schreibt ihr uns zu als täten wir es nach umzüchten des lichtes im dunkeln das bringt uns die wir vor solchen tun weit entfernt sind keinen schaden wohl aber denen die es tun und dazu noch falsches zeugnis geben bei uns wird nämlich das oberhaupt der bösen dämonen schlange satan und verleumdner genannt wie ihr wenn ihr nachforschen wollt in unseren schriften finden könnt dass dieser mit seinem mit seiner herrscher und den ihm anhängenden menschen ins feuer werden geworfen werden mit ins feuer werde geworfen menschen ins feuer geworfen werde zu ewig dauerhafter strafen hat christus vorhergesagt und der aufschub dass gott dies noch nicht getan hat ist um des menschen geschlechtes willen eingetreten denn er sieht vorher dass einige infolge ihrer buße noch rettung finden werden andere wohl noch gar nicht geboren sind und er hat von anbeginn des menschen geschlechts mit vernunft begabt und mit der fähigkeit geschaffen das wahre zu erwähnen das gute zu tun so dass die menschen samt und sonders vor gott keine entschuldigung haben weil sie als vernünftige und erkenntnisfähige wesen auf der auf die welt gekommen sind wer aber glaubt gott kümmere sich um den menschen nicht der leugnet entweder indirekt sein dasein oder er sagt wenn er existiere habe er freude am bösen oder verhaarren ruhe wie ein stein tugend und laster seien leere begriffe und es sei nur ein wahn wenn die menschen das eine für gut das andere für bös halten das ist freilich die größte hochlosigkeit die gedacht werden kann und ferner ist zu befürchten dass eines von den ausgesetzten kindern wenn es nicht aufgehoben wird umkommt und wir so mörder werden wir sind vielmehr von vornherein entweder einzig zu diesem zweck kinder aufzuziehen eine ehe eingegangen oder wir haben auf das heiraten verzichtet und bleiben völlig enthaltsam um euch die gewissheit zu geben dass die zügellose ausschweifung nicht ein geheimer bestandteil unserer religion ist füge ich noch bei es hat einmal einer der unsrigen in alexandrien an den statthalter felix eine bittschrift gerichtet mit dem ersuchen seinen arzte zu erlauben ihm die hoden zu nehmen denn die dortigen ärzte erklärten ohne genehmigung des statthalters dürften sie dies nicht tun und als felix unter keiner bedingung unterschreiben wollte blieb der jüngling ledig und gab sich mit seinem und seiner gesinns gesinns genossen bewusstsein zufrieden bei dieser gelegenheit halten wir es für nicht unangebracht dass des antonius zu gedenken der noch in unserer zeit gelebt hat diesen als gott zu verehren erklärten sich alle aus ehrfurcht bereit ob schon sie wussten wer er war und wie er empor gekommen war damit aber niemand uns entgegen halte was steht im wege dass nicht auch der dem wir christus nennen als mensch von menschen geboren durch zauberkunst die wundertaten vollbracht hat die wir ihm zuschreiben und dass man deswegen geglaubt hat er sei gottes sohn so wollen wir nunmehr den beweis führen wobei wir uns nicht auf die stützen die es behaupten sondern auf die welche von ihm vorhergesagt haben ehe er geboren wurde den wir notwendigerweise glauben müssen weil mir mit augen die prophezeiung erfüllt oder sich erfüllen sehen eine beweisführung die wir glauben auch euch als die sicherste und richtigste erscheinen wird es sind also bei den juden einzelne männer als propheten gottes aufgetreten durch die prophetisch durch die der prophetische geist die dinge der zukunft ehe sie wirklich enteintrafen wohl verkündet hat und bei den juden jedes mal regierenden könige haben die weissagungen die von den propheten selbst in genauen wortlaut und in ihrer hebräischen muttersprache schriftlich aufgezeichnet worden waren in ihrem besitz gebracht und sorgfältig aufbewahrt als aber der ägyptische könig ptolomeos eine bibliothek einrichtete und die schriftwerke aus aller welt zusammen zu bringen suchte erfuhr auch von diesen prophezeiungen und wandte sich an den damaligen juden könig herodes mit der bitte ihm die prophetischen bücher zu übersenden und der könig herodes schickte sie ihm geschrieben in der oben genannten hebräischen sprache weil aber ihr inhalt den ägyptern nicht verständlich war ließ er ihn durch eine neue gesandtschaft ersuchen ihr männer zu senden die es in griechische übertragen sollten das geschah und nun blieben die bücher auch bei den ägyptern bis auf den heutigen tag außerdem befinden sie sich aller orten bei allen juden die aber wenn sie darin lesen ihren sinn nicht verstehen vielmehr halten sie uns für gegner und feinde und suchen uns wenn sie könnten gerade wie ihr zu töten und zu peinigen davon könnt ihr euch überzeugen denn in dem umlängst geführten jüdischen kriege hat bach hochhebas der anführer des jüdischen aufstandes die christen allein zu schrecklichen martan hinschleppen lassen wenn sie jesus christus nicht verleugneten und lästerten in den büchern der propheten finden wir nun vor verkündet dass jesus unser christus in die welt kommen und von einer jungfrau geboren zum manne herangewachsen jede krankheit und jede schwachheit heilen und tote auferwecken werde dass er gehasst verkannt und gekreuzigt werden sterben auferstehung auferstehen und in den himmel auffahren werde dass er sohn gottes sei und heiße dass von ihm zu allen völkern sendboten mit dieser botschaft geschickt und dass die menschen aus den heidenvölkern mehr an ihn glauben werden es wurden es wurde das teils 5000 teils 3000 teils 2000 teils 1000 und 800 jahre vor seiner ankunft vorher verkündet denn wie die geschlechter aufeinander folgen traten immer neue propheten auf moses der erste der propheten sprach wörtlich also nicht wir fehlen ein herrscher aus juda noch ein führer aus seinen länden bis der kommt den es vorbehalten ist dieser wird sein die erwartung der völker er bindet an einem weinstock sein füllen und wächt im blute die traube sein gewandt es muss euch nun interessieren genau zu erforschen festzustellen bis wann die juden einen einheimischen herrscher und könig gehabt haben das war der fall bis zur entstehung er bis zur erscheinung jesus christus unseres lehrers und des auslegers des unverstandenen der unverstandenen prophezeiung wie es denn von dem göttlichen heiligen und prophetischen geiste durch mose vorhergesagt wurde ein herrscher aus dem judenvolk werde nicht fehlen bis der komme dem es vorbehalten sei nämlich das königtum denn juda war der anherr der juden von dem sie auch den namen juden erhalten haben nachdem christus erschienen war ging das königtum der juden und die herrschaft über ihr ganzes land auf euch über jenes aber er wird die erwartung der völker sein sollte andeuten dass man unter allen völkern seine wiederkunft erwarten werde was ihr mit augen sehen und wovon ihr euch durch die tat überzeugen könnt warten doch leute aus allen nationen auf denen judäa gekreuzigten nach dessen auftreten sofort das land der juden von euch erobert und unterjocht wurde jener satz aber er bindet an den weinstock sein füllen und wächt sein gewand im blute der traube sollte ein sinnbildlich andeuten was christus erleben und was er vollbringen werde denn ein eselsfüllen stand am eingang eines dorfes an einem weinstock angebunden und das befahl er seinen jüngern ihm zuzuführen und als es ihm zugeführt war bestieg er es setzte sich darauf und zog in jerusalem ein wo das hauptheiligtum der juden war das später von euch zerstört wurde und hernach wurde er gekreuzigt damit auch der übrige teil der weissagung erfüllt werde denn das wort er wächt sein gewand im blute der traube deutet im voraus das leiden an dass er dulden sollte um durch sein blut die zu reinigen die an ihn glauben denn das gewand von dem der göttliche geist durch die propheten spricht das sind die die an ihn glaubende menschen in denen der same aus gott der logos wohnt der ausdruck aber blut der traube deutete an dass der künftig erscheinende zwar blut haben werde aber nicht aus menschlichen samen sondern aus göttlicher kraft die erste kraft nach gott dem vater des all und sein sohn auf welche weise er fleisch geworden und als mensch geboren worden ist werden wir im folgenden zeigen denn wie der traube blut nicht ein mensch sondern gott geschaffen hat ebenso sollte dieses sein blut als nicht als menschlichen samen sondern aus der kraft gottes hervorgehend angedeutet werden und jesias ein anderer prophet hat dasselbe mit anderen worten vorhergesagt also sprechen aufgehen wird ein stern aus jakob und eine blume wird aufsprießen aus der wurzel jese und auf seinen arm werden die völker hoffen ein glänzender stern ist wirklich aufgegangen und eine blume ist aufgesprost aus der wurzel jesse das ist der christus denn er wurde aus einer jungfrau aus dem samen jakobs des vaters judas des schon genannten stammesvater der juden durch gottes kraft geboren und sein anheer ist auch wie der spruch sagte jesse gewesen der nach seinem stammbaum ein nachkommen jakobs und judas war ich gehe ja alles gut bruder ich mach's gut ja tschau 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 mal kurz mein zweiter account einfach hier rein dann geben wir das wieder obwohl ich kann auch sikari also das heißt ich sag schon sehr karius account ja weil denn immer benutzt heute im moment kurz aber ich muss mich beeilen ich muss bei allen jetzt krieg ich wieder so kommen 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 auch handy ich sehe ich schon komme ich bin zu langsam gleich kriege ich wieder so eine einschränkung so anfragen die selber reinnehmen borsche halt das her so dann kann ich hier das bild wieder ausmachen dann nutze ich das jetzt auch tausend ring kurz was danke sani wieder ich küsse doch deine schwester vielen vielen dank wir haben schon wieder einfach halb sechs ja justin der märtheor lesen wir gerade um die erste apologie und nun hört wie wort für wort seine geburt aus einer jungfrau durch isias gewahrseit wurden geworden ist es heißt nämlich siehe die jungfrau wird im schoße tragen und einen sohn gebären über mit seinen namen nennen gott mit uns was nämlich unglaublich war und bei dem menschen für unmöglich gehalten wurde das hat gott durch den prophetischen geist als zukünftig eintreten vorhergesagt damit es wenn es geschehen nicht angezweifelt sondern geglaubt werde eben weil es vorhergesagt war damit aber niemand aus missverständnis der genannten weissagung uns vorwerfe was wir den dichtern vorwerfen wenn sie erzählen zeus sei aus liebeslust zu weibern gekommen so wollen wir die worte zu erklären versuchen dass sie die jungfrau wird im schoße tragen bedeutet dass die jungfrau ohne beiwohnung empfangen werde denn hatte irgendeiner ihr bei gewohnt dann wäre sie keine jungfrau mehr vielmehr kam die kraft gottes über die jungfrau beschattete sie und bewirkte dass sie obgleich sie jungfrau war schwanger wurde und der damals zu eben dieser jungfrau gesandte engel gottes brachte ihr diese frohe botschaft indem er sprach sie du wirst im schoße vom heiligen geist empfangen und einen sohn gebären und der wird sohn der als allerhöchsten genannt werden und du sollst ihm den namen jesus geben denn er wird sein volk erlösen von seinen sünden wie die berichtet haben welche alles auf unseren erlöser jesus christus bezüglich aufgezeichnet haben diesen haben wir im club haben die glauben geschenkt weil auch die prof der prophetische geist durch den oben genannten ist jahrs verkündet hatte dass er so werde geboren werden die wir oben angegeben haben dass man nun unter dem geiste und der kraft gottes nichts anderes verstehen darf als den logos der gottes erstgeborener ist hat der vorhin genannte prophet moses angedeutet und als dieser geist auf die jungfrau kam und sie überschattete hat er nicht durch beiwohnung sondern durch seine kraft bewirkt dass sie schwanger wurde jesus aber ein hebräischer name bedeutet im griechischen erlöser darum sprach auch der engel zur jungfrau du sollst ihm den namen jesus geben denn er wird sein volk erlösen von seinen sünden das aber die weissagungen durch keinen anderen einsprechen erhalten als durch den göttlichen logos werdet auch ihr wie ich annehme zu gestehen höret nun wie michias ein anderer prophet sein geburtsort vorhergesagt hat er sagte nämlich und du bethlehem in lande juda bist keineswegs die geringste unter den führerstätten judas denn aus dir wird ein führer hervorgehen der mein volk weiden wird es ist das eine ortschaft im jüdischen lande stadien von jerusalem entfernt in der jesus christus geboren wurde ihr auch aus dem zentensus listen entsehen können er sehen können soll die unter query news er eurem ersten landpfleger in judea angefragt worden sind das aber christus von seiner geburt bis zu seiner mann bis zu seinem mannesalter der übrigen welt unbekannt bleiben sollte wie er es auch geblieben ist auch darüber höret eine weissagung sie lautet ein kindlein ist uns geboren und ein jüngling ist uns geschickt dessen herrschaft ruht auf seinen schultern eine andeutung der macht des kreuzes an das er angenagelt seine schultern legte wie im verlaufe der erzählung noch deutlicher wird gezeigt werden und wiederum hat derselbe prophet isias unter eingebung des prophetischen geistes gesagt ich streckte meine hände aus nach einem ungehorsamen und widersprechenden volke nach leuten die nicht auf gutem wege wandeln jetzt fordern sie von mir recht und wagen es gott zu nahen und wiederum sagte er an anderer stelle durch einen anderen propheten sie haben meine füße und hände durchbohrt und über mein gewand das losgeworfen nun hat der könig und prophet david der da gesprochen hat nichts von all dem erlitten wohl aber hat jesus christus seine hände ausbreiten müssen als er von den juden gekreuzigt wurden er wurde die ihm widersprachen und behaupteten er sei nicht christus denn sie haben wie der prophet es gesagt hat ihn höhnend auf einen erhöhten sitz gesetzt und gesagt richte uns die worte aber sie haben meine hände und füße durchbohrt deuten auf die nägel hin die ihm am kreuze durch hände und füße getrieben wurden und nachdem sie ihn gekreuzigt hatten warfen die welche ihn gekreuzigt hatten über seine kleidung das los und teilten sie untereinander dass das so geschehen ist könnt ihr aus den und unter pontius pilatus angefertigten akten ersehen dafür aber dass ausdrücklich sein ritt auf seine esels füllen und seinen einzug in jerusalem vorhergesagt wurden wollen wir die weissagungs worte eines anderen propheten der sophie junius der sovian sovonias ein anführen sie lauten also freudig sehr tochter sie und künder es laut tochter jerusalem siehe dein könig kommt zu dir sammütig sitzen auf einem esel und auf einem füllen dem jungen eines last tieres muss mich wieder anders dagegen wenn ich so lese verschlutscht ich die wörter so wenn ihr jedoch die worte des propheten einer person in den mund gelegt findet so dürft ihr sie nicht als von der inspirierten selbstgesprochen ansehen sondern von dem sie bewegenden göttlichen logos denn bald verkündet er die zukunft in der weise einer vorausverkündung bald aber redet er wie in der person gottes des herrn und vaters aller dinge bald in der person christi bald wie aus dem munde von völkern die dem herrn oder seinem vater antworten ähnliches könnt ihr ja auch bei euren schriftgelehrten sehen dass nämlich nur einer der verfasser des ganzen ist während die personen die er redend einführt verschiedene sind weil das die juden die im besitz der schriften der propheten sind nicht wahrnehmen erkannten sie christus auch nach seinem erscheinen nicht ja sie hassen uns weil wir sagen er sei schon gekommen und weil wir beweisen dass er wie es vorher verkündet war vor ihnen gekreuzigt worden ist um euch davon belege zu geben so sind in der person des vaters durch den genannten propheten isaias folgende worte gesprochen worden es kennt ein ochse seinen besitzer und ein esel die krippe seines herrn israel aber kennt mich nicht mein volk hat mich nicht begriffen wie ihr euch ihr gesündiges geschlecht ein volk von sünde ein böses gezücht zuchtlose söhne ihr habt den herrn verlassen und wiederum an einer anderen stelle wo derselbe prophet in gleicher weise in person des vaters spricht was für ein haus wollt ihr mir bauen spricht der herr der himmel ist mein thron und die erde der schemel meiner füße und wiederum anderswo eure neue mode monde und sabate hast mal eure neue monde und sabate hast meine seele den großen fast und ruhetag ertrage ich nicht mehr und auch wenn ihr von meinen angesicht rettet werde ich euch nicht erhöhen voll blut sind eure hände und wenn ihr mir weizenmehl und kreucherwerk bringt es ist mir ein kreuer fett von lämmern und blut von rindern mag ich nicht denn wer hat das von den händen von euren händen gefordert aber löse auf jedes band der ungerechtigkeit zerreißt die schlingen erzwungener verträge gibt dem obdachlosen herberge und bedecke den nacken bricht dem hungrigen dein brot welche lehren als von den propheten im namen gottes gegeben werden könnt ihr heraus erkennen wenn aber der prophetische geist in der person christi redet lässt er sich also vernehmen ich streckte meine hände aus nach einem ungehorsamen und widersprechenden folge nach leuten die auf nicht guten wegen wandeln und wiederum meinen rücken gab ich zu geisel hieben und meine wangen zu backen streichen hin und wandte mein antlitz nicht ab von der schmacht der anspeihungen und der herr ward mein helfer darum wankte ich nicht sondern hielt mein antlitz hin wie ein harten stein und ich erkannte dass ich nimmer zu schaden werde weil nah ist der mir recht verschafft und wieder wenn er spricht sie haben über mein gewand das los geworfen und meine füße und hände durch bohrt ich aber schlief ein schlummerte und bin wieder aufgestanden weil der herr sich meiner angenommen hat und wiederum wenn er sagt sie schwätzten mit den lippen schüttelten den kopf und sagten er mag sich selber helfen dass dies alles von den juden christo widerfahren ist könnt ihr wissen denn als er gekreuzigt war verzogen sich die lippen schüttelten die köpfe und sagten der tote erweckt hat helfe sich selber wenn aber der prophetische geist als verkünder der zukunft sich vernehmen lässt sagt er also von zion wird ausgehend das gesetz und das wort des herrn von jerusalem und er wird richten mitten unter nationen und viel volk zurechtweisen und sie werden ihre schwerter zu flug scharen und ihre lanzen zu sich und umschmieden und sie werden nicht mehr volk gegen volk zum schwerte greifen und werden den krieg verlernen und das das eingetroffen ist davon könnt ihr euch überzeugen denn von jerusalem gingen männer aus in die welt zwölf an der zahl ganz umgebildet und der rede nicht mächtig aber durch die kraft gottes haben sie dem ganzen menschen geschlechte gezeigt dass sie von christus gesandt waren allen das wort gottes zu predigen und wie wir die wir einst einander mordeten enthalten uns jetzt nicht nur jeder feindseligkeit gegen unsere gegner sondern wir gehen um nicht zu lügen und die untersuchungsrichter nicht zu täuschen auch freudig für das bekenntnis christi in den tod wir können ja in einem solchen falle nach dem spruche verfahren die zunge spur doch unverteidigt ist das herz allein es wäre zum lachen denn wenn jetzt schon die von euch verpflichteten und in dienst genommenen soldaten das euch geleistete gelöbnis höher achten als sie leben ihre eltern ihre heimat und all ihre angehörigen ob schon ihr ihnen nichts unvergängliches bieten könnt und wie viel mehr müssen wir die nach unvergänglichem trachten alles auf uns nehmen um das ersehnte von dem zu erhalten der die macht hat es zu geben so ich mache nur ein kapitel dann müsst ihr mir sagen ob ich weitermachen soll oder ob ihr schluss machen soll das entscheidet ihr weil ich bin an sich nicht müde aber ich weiß nicht ob ihr noch was seid höret nun auch wie über die verkünder seiner lehre und die herolde seines erscheinens geweiß sagt wurde der vorhin genannte prophet und der könig sprach auf eingehung des prophetischen geistes also der eine tag ruft dem anderen die kunde zu und die eine nacht gibt der anderen kenntnis das sind nicht sprachen noch reden deren stimmen man nicht vernehme über die ganze erde ging aus ihr schall und bis zu den grenzen der erde ihre worte in der sonne hat er sein zelt aufgeschlagen und sie wie ein bräutigam aus ihrer kammer hervortretend freut sich wie ein wie ein riese ihre bahn zu durchlaufen hieran noch andere propheten worte desselben david zu reihen halten wir für gut und angemessen weil ihr daraus ersehen könnt wie der prophetische geist die menschen zu leben ermahnt und wir auf den bund hinweist der zwischen dem judenkönig herodes nebst den juden selbst und eurem damaligen stadthalter pilatius samt seinen kriegsleuten gegen christus geschlossen wurde das ferne angehörige aller menschenklassen an ihn glauben würden so wie das gott in sohn genannt er so nennt und ihm alle feinde zu unterwerfen versprochen hat und wie die dämonen so weit sie können der gewalt gottes des vaters und herren aller dinge und auch christi sich zu entscheiden suchen und wie endlich gott alle menschen zur buße ruft die der tag des christes kommt die worte lauten heil dem manne der nicht wandelt nach dem rate der gottlosen nicht steht auf dem weg der sünder und nicht sitzt auf dem lehrstuhl des verderbens sondern seine lust hat am gesetze des herrn und darin forscht tag und nacht er wird sein wie der an wasserläufen gepflanzte baum der seine frucht spendet seiner zeit dessen laub nicht abfällt alles was er unternimmt wird gedeihen nicht so die gottlosen nicht so sondern wie die spreu die der wind vom angesicht der erde wegfegt darum werden die gottlosen im gericht nicht bestehen noch sind am rate der gerechten denn der herr kennt den weg der gerechten und der weg der gottlosen wird sich verlieren warum sollen heiden und völker ersinnen eitles die völker der erde stehen auf versammeln sich gegen den herrn und gegen seinen gesalbten indem sie sprechen lasst uns zerreißen ihre bande und abwerfen von uns ihr joch der im himmel wohnt wird ihrer lachen und der herr wird ihrer spotten dann wird er zu ihnen reden in seinem zorne und in seinem krimme wird er sie verwirren ich aber bin als könig von ihm bestellt über zion seinen heiligen berg als verkünder des gesetzes des herrn der herr sprach zu mir mein sohn bist du heute habe ich dich gezeugt fordere von mir und ich werde dir geben völker zu deinem erbe und zu deinem besitze die grenzen der erde so sollst die weiden mit eisernem stabe und wie töpfer geschirre sie zerbrechen und nun ihr könige seid verständigt lasst euch belehren alle die ihr richtet auf erden dienet dem herrn in furcht und jauchzt ihm zum zittern nehmt zucht an damit nicht etwa der herr zirne und ihr vom rechten weg ins verderben geht wenn im bälde sein krim ein brennt glücklich alle die auf ihn vertrauen ich guck mal kurz ok 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 als an die du entscheidest bist ihr gefühlt die einzige neuen chat schreibt die anderen hören entweder ok gut bis nicht die einzige sich gerade aber eine der einzigen zumindest ich würde sagen zehn kapitel können wir noch machen also wenn ihr noch so lange wach seid gerne ich denke ganz fertig machen wir es nicht weil wir sind jetzt bei kapitel 41 und das hat noch geht es 68 das ein bisschen viel also sagen die packen wir noch zehn stück oder zu müde ok ok dann machen wir noch zehn stück und dann schauen wir mal danach wie gesagt ab morgen muss ich mal eine andere position holen zum lesen also wenn ich so liege das liegt nicht daran dass ich lesen kann aber ich liegt dann so komisch auf der schulter und sehe das aus dem blöden winkel und dann verlese ich mich die ganze zeit und das macht mich übels ab da sind manchmal vor allem noch noch grammatik fehler drin das ist dann doch das nächste problem so das handy auf die seite legen ok das freut mich wenn man es trotzdem versteht und wieder in einer anderen weissagung kündigt der prophetische geist durch denselben david an dass christus nach seiner kreuzigung als könig herrschen wird er spricht also singet dem herrn alle welt und verkündet tag um tag seine hilfe denn groß ist der herr und überaus lobwürdig furchtbar mehr denn alle götter denn alle götter der heiden sind nur trugbilder von dämonen gott aber hat die himmel gemacht ruhm und ehre vor seinem angesichte macht und jubel an der stätte seines heiligtums gebet dem herrn dem vater der zeiten ehre bringe dank tretet vor sein antlitz und betet an ihn sein in seinen heiligen hallen es fürchte sich vor seinem antlitz die gesamte erde sie richte sich auf und wanken nicht freude soll herrschen unter den heiden der herr ist der herrscher geworden vom holze her okay hier steht noch dabei dass ich jetzt also hier steht auf jeden fall eine anmerkung dass damals das bisschen anders da übersetzt hatten wir wir manche sachen und deswegen die setzte ein bisschen anders ist aber ich meine sehr logisch ich meine solche aufgefallen je nach version die ihr lest das ist ein bisschen anders da steht was er zitiert in welchem falle aber der prophetische geist das zukünftige als schon geschehen darstellt wofür man auch in dem mitgeteilten belege finden kann wollen wir nun auch angeben damit unsere leser keine entschuldigung haben als bereits eingetreten kündigt er das an dessen künftige eintreten unbedingt fest steht damit ihr aber seht dass die sache so verstanden werden muss achtet genau auf das was ich jetzt sage david hat 1500 jahre bevor christus nach seiner menschwerdung gekreuzigt wurde die vorhin erwähnten worte gesprochen nun hat er aber kein gekreuzigter vor ihm und auch keiner nach ihm den völkern freude gebracht wohl aber ist der in unserer zeit gekreuzigte und gestorbene jesus christus wieder auferstanden zum himmel aufgefahren und könig geworden und über das was in seinem namen von den aposteln unter allen völkern gepredigt wurde herrscht freude bei denen die der von ihm angekündigten unvergänglichkeit entgegen sehnen damit aber niemand aus dem vorher von uns gesagten den schluss ziehe wir behaupten dass das was geschieht nach der notwendigkeit des verhängnisses geschehe weil ihr vorhin bemerkten es sei vorher gewusst so wollen wir auch diese schwierigkeit lösen dass die strafen und züchtigungen wie auch die belohnungen nach dem werte der handlungen eines jeden zugeteilt werden darüber sind wir von den propheten belehrt worden und verkünden es als wahr wenn das nicht der fall wäre sondern alles nach einem verhängnis geschehe so gäbe es gar keine verantwortlichkeit denn wenn es vom schicksale bestimmt ist dass dieser gut und jener schlecht ist so ist der eine so wenig zu loben als der andere zu tadeln und wiederum wenn das menschengeschlecht nicht das vermögen hat aus freier wahl das schändliche zu fliehen und sich für das gute zu entscheiden so ist es unschuldig an allem was er tut das ist aber nach freier wahl sowohl recht als auch verkehrt handelt dafür führen wir folgenden beweis man sieht ein und denselben menschen den übergang zum entgegengesetzten machen wenn es ihm aber vom schicksale bestimmt wären dass er entweder schlecht oder gut ist so wäre er niemals empfänglich für das entgegengesetzte und ändert sich nicht so oft aber es wären auch nicht einmal die einen gut die anderen schlecht denn wir müssen sonst erklären dass das verhängnis die ursache des gutes guten und des bösen sei und sich selbst widerspreche oder wir müssten jenen früher erwähnten satz hier wird was zitiert was ich weiß was ist wir wahr halten dass tugend und laster nicht sein sondern nur nach der subjektiven meinung das eine für gut das andere für schlecht gehalten werde das wäre aber wie die wahre vernunft zeigt die größte gottlosigkeit und ungerechtigkeit wir sehen vielmehr das unentrinnbare verhängnis darin dass denen die das gute wählen die entsprechende belohnung und ebenso denen die ding das gegenteil wählen die entsprechende strafe zu zahl wird denn nicht wie die übrigen wesen zum beispiel die bäume und die vierfüßler die nichts nach freiem wahl zu tun vermögen hat gott den menschen geschaffen auch verdiente er weder strafe noch lohn wenn er nicht aus das nicht nicht aus sich das gute wählte sondern dazu geboten geboren wäre und ebenso könnte ihn nicht wenn er böse wäre mit rechts strafe treffen da er nicht aus sich so wäre sondern nichts anderes als könnte als wozu die natur ihn gemacht hätte das ist auch sehr wichtig ja weil das hier ist eigentlich auch eigentlich auch von der von der logik und rein philosophisch gesehen ja auch komplett den islam exposed mit seinem komischen ist alles vorgeschrieben denken er macht das eigentlich gar keinen sinn an gott zu kommen es hat uns aber diesen dieses der heilige prophetische geist gelehrt der durch mose bezeugt gott habe zu dem ersten menschen den er gebildet hatte also gesprochen sie vor deinem angesicht liegt das gute und das böse wähle das gute und wiederum ist durch die sei es den anderen propheten in der person gottes des allvaters und herrn im gleichen sinne folgendes gesagt worden waschet euch werdet rein schafft die bosheiten fort aus euren seelen lernt gutes zu tun schaffet recht der der weise und lasst recht widerfahren der witwe und dann kommt und wir wollen miteinander verhandeln spricht der herr und wenn eure sünden sind wie purpur ich werde sie weiß machen wie wolle und wenn sie sind wie scharlach ich werde sie weiß machen wie schnee und wenn ihr wollt und auf mich hört so sollt ihr das beste des landes essen hört ihr aber nicht auf mich so wird das schwert euch verzehren denn der mund des herrn hat dies gesprochen das eben erwähnte wort das schwert wird euch verzehren besagt nicht dass die ungehorsamen durch schwert getötet werden sollen sondern das schwert gottes ist das feuer dem zum fraße werden die welches böse zu tun wählen darum sagt er das schwert wird euch verzehren denn der mund des herrn hat gesprochen hätte aber ein schneidendes und sofort töten das schwert gemeint so hätte er nicht gesagt es wird verzehren dem gemäß hat auch platon seinen ausspruch anspruch die schuld fällt auf den wählenden gott ist ohne schuld im propheten muss entnommen denn muss es ist älter als alle griechischen schriftsteller und alles was philosophen und dichter über die unsterblichkeit der seele über die strafen nach dem tode über die betrachtung der himmlischen dinge oder über ähnliche lehren gesagt haben das haben sie nur aufgrund der von dem propheten empfangenen anhaltspunkte erfassen können und weiter ausgeführt daher kann man wohl bei allen keime der wahrheit finden man kann ihnen aber auch nachweisen dass die selben sie dieselben nicht genau erfasst haben da sie aneinander widersprechen wenn wir also behaupten zukünftige begebenheiten seien geweissagt worden so sagen wir damit nicht dass sie mit der notwendigkeit der verhältnisse sich zutragen vielmehr liegt die sache so weil gott die zukünftigen handlungen aller menschen voraus weiß und weil es sein grundsatz ist jedem der zukünftigen menschen nach dem verdienst seiner taten zu vergelten so sagt er durch den prophetischen geist vorher was ihnen nach dem werte ihrer handlungen von seiner seite begegnen werde und führt dadurch alle zeit das menschengeschlecht zur überlegung und besinnung indem er ihm zeigt dass er sich um die menschen kümmert und fürsorge für sie trifft auf betreiben der bösen geister aber wurden denen welch die bücher des östaps bis der sibylle oder der propheten lesen die todesstrafe bestimmt und durch furcht die menschen welche jene in die hände bekommen davon abzuhalten kenntnis des guten aus ihnen zu schöpfen und um sie so in ihrem dienste festzuhalten was sie freilich für immer zu erreichen nicht imstande werden erwahren denn nicht nur beschäftigen wir uns furchtlos mit diesen schriften sondern wie ihr seht bieten wir sie auch auch zum einsehen an überzeugt dass sie jedermann zustimmung finden werden und sollten wir auch nur wenige überzeugen so werden wir doch den größten gewinn machen denn als gute bearbeiter seines ackers werden wir vor dem herren lohn empfangen amen ich muss kurz kurz aufstehen nicht ausmachen weil bei mir schnell eine sekunde dass aber gott der allvater christus nach seiner auferweckung von den toten in himmel aufnehmen und dort behalten werde bis er die ihm feindlichen dämonen niedergeschlagen habe und voll sei die zahl derjenigen die er also gut und tugendhaft voraus voraus erkannt hat um deren willen auch der weltbrand noch nicht eingetreten ist darüber hört die worte des propheten david es sind folgende er sprach der herr zu meinem herrn setze dich zu meinem rechten bis ich deine feinde zum schemel deiner füße gelebt habe ein zepter der macht wird dir der herr aus jerusalem senden und herrsche inmitten deiner feinde dir gehört die herrschaft am tage deiner macht im glanze deiner heiligen aus dem schoße vor dem morgensterns habe ich dich gezeugt wenn es heißt ein zepter der macht wird dir der herr aus jerusalem senden so ist das eine vorherverkündung des mächtigen logos den seiner aposteln von jerusalem ausgehend überall gepredigt haben und dem wir wenngleich der tod über die lehrer ja auch über die bekennende des namens christis verhängt ist allüberall verehren und lehren solltet ihr aber auch diese unsere worte feindselig aufnehmen so werdet ihr wie wir oben gesagt haben nicht mehr vermögen als uns zu töten was uns keinen schaden bringt euch aber und allen die ungerecht hassen und sich nicht bekehren ewige feuerschrafen zuzieht was der ticke stimmt nicht babylon schriften kam erst 800 vor christus was meinst du jetzt unverständige werden um unsere lehren zurück zu zurückweisen zu können vielleicht einwenden dann nach unserer behauptung erst vor 150 jahren christus durch kirinus geboren worden ist und da er das was wir als seine lehre ausgeben noch später unter pontus beladus gelehrt hat so seien alle menschen die vorher lebten die verantwortung enthoben darum wollen wir im voraus diese bedenken lösen dass christus als der logos an dem das ganze menschengeschlecht anteil erhalten hat gottes erstgeborener ist das ist eine lehre die wir überkommen und euch schon vorher dargelegt haben die welcher mit vernunft lebten sind christen wenn sie auch für gottlos gehalten wurden wie bei den griechen sokrates heraklit und andere ihresgleichen unter den nicht griechen abraham ananias azarias elias und viele anderen deren taten und namen aufziehen wir jetzt als zu weitläufig unterlassen möchten daher waren auch die welche vorher ohne vernunft gelebt haben schlechte menschen feinde christi und mörder derer die mit vernunft lebten wohingegen wer mit vernunft gelebt hat und noch lebt christ ist und ohne furcht und unruhe sein kann aus welchem grunde er nun durch die kraft des logos nach dem ratschluss des gottes des allvaters und herren durch eine jungfrau als mensch geboren und jesus genannt wurde dann gekreuzigt und gestorben wieder auferstanden und in den himmel aufgestiegen ist das wird aus unseren früheren weitläufigen darlegungen der verständige sich erklären können wir aber wollen dafür jetzt dieser punkte zur beweisführung nicht notwendig ist nunmehr zu den beweisen übergehen die dringlich sind oh gottessegen samson habibi wie geht's dir gerade aufgestanden oder noch unterwegs vernehmt nun was vom prophetischen geister auch über die verwüstung des judenlandes vorhergesagt worden ist die worte sind anderen völkern in den mund gelegt derart dass diese sich über das schon eingetretene ereignis wundern sie lauten verwüstet ist zion wie eine einöde jerusalem zum fluch ist geworden das haus unseres heiligtums und die herrlichkeit die unsere väter priesen wurde ein raub der flammen und all ihr glanz ist dahin gesunken und bei all dem bliebst du gleichgültig schwiegst und hast uns gar sehr gedemütigt dass nun jerusalem wie es hier als schon geschehen vorher verkündet worden ist verwüstet worden ist das wisst ihr wohl über seine verödung und dass es keinen juden mehr gestattet sein werde darin zu wohnen ist vom propheten isias also geweissagt worden ihr land liegt öde vor ihren augen weiden ihre feinde es ab und keiner von ihnen wird darin wohnen können dass aber von euch gewacht wird damit kein jude dort sich aufhalte und das für jeden juden der es betritt und ertappt wird die todesstrafe bestimmt ist das ist euch wohl bekannt also einen guten morgen wirklich im wahrsten sinnes wort gottes segen timo bruder das ferner unser christus alle krankheiten heilen und tote erwecken werde das sind neben folgenden worten bei seinem erscheinen wird springen der lam der lamme wie ein hirsch und deutlich wird reden der die zunge des stummen blinde werden sehen aussässige rein werden tote auferstehen und umhergehen dass er das wirklich getan hat könnt ihr aus dem von unter pontius pilatus aufgenommenen akten ersehen wie ferner von dem prophetischen geiste vorverkündet worden ist es werde samt die mit den menschen die auf ihn hoffen getötet werden darüber vernehmt die worte des isaias sie wie der gerechte unterging und niemand nimmt es zu herzen gerechte männer werden hinweg gerafft und niemand achtet darauf den anblicke der ungerechtigkeit ist entzogen der gerechte und der wird sein in frieden sein grab ist aus unserer mitte enthoben und weiterhin wie durch denselben isias gesagt worden ist dass die heidenvölker die nicht erwartet hatten ihn anbeten werden die juden aber nicht er die juden aber die immer auf ihn warteten ihn bei seiner ankunft nicht anerkennen werden gesprochen aber sind die worte in der person christi selbst sie lauten offenbar geworden bin ich denen die nicht nach mir fragten gefunden wurde ich von solchen die mich nicht suchten ich sprach sie hier bin ich zu einem volke das mein namen nicht genannt hatte ich streckte meine hände aus nach einem ungehorsamen und widersprechenden volke nach solchen die nicht auf gutem wege wandelten sondern ihre sünden nach es ist ein volk das mich ins gesicht verhöhnt die juden nämlich die im besitz der weissagungen waren und immer auf christus gewartet hatten erkannten ihn nicht an als er erschienen war und nicht nur dass sie misshandelten ihn sogar die aus den heiden aber die niemals etwas von christus gehört hatten bis seine apostel aus jerusalem kamen von ihrer kunde brachten und weissagen mitteilten haben voll freude und glauben den götzenbildern entsagt und sich dem ungezeugten gottes dem ungezeugten gotte durch christus hingegeben hier steht noch mal dem ungezeugten gotte ja das aber auch vorausgesehen war es würden diese schmähungen gegen die bekenner christi ausgesprochen werden und dass die unglücklich sein würden welche ihn schmähen und das festhalten an den alten gebräuchten empfehlen darüber hört die kurze worte des isias wehe denen die die sünde bitter und das bittere süß nennen das er aber auch für uns mensch geworden schmerzen und schande ertragen wollte und wieder in herrlichkeit erscheinen wird darüber hört folgende weissagungen dafür dass sie seine seele in den tod gegeben haben und der unter dem missetätern gerechnet ward hat er die sünden viele auf sich genommen und wird sich mit dem übeltätern aussöhnen denn siehe mein knecht wird weise sein und wird erhöht und verherrlicht werden gar sehr gleich wie viele über dich entsetzt sein werden so missachtet wird seitens der menschen deine gestalt und dein ruf unter dem menschen sein so werden viele menschen staunen und könige ihren mund zu halten denn die denen nichts von ihm gemeldet worden war werden sehen und die nichts gelernt hatten werden verstehen herr wer auch unser kunde glauben geschenkt und wem wurde der arm des herrn enthüllt wir haben vor ihm botschaft gebracht wie ein kind wie eine wurzel in düsterer erde er hat nicht gestalt noch ansehen wir sahen ihn und er hatte weder gestalt noch schönheit vielmehr war seine gestalt unansehlich und verschwindend im vergleich mit dem menschen als ein mensch der geschlagen zu werden und schwäche zu ertragen gewohnt war wurde er weil sein antlitz abgewandt war beschimpft und missachtet dieser trägt unsere sünden und jammert um uns und wir meinten er sei in mühe schmerz und pein aber um unsere missetaten willen ist er verwundet und wegen unserer sünden ist er elend geworden unseres friedens wegen liegt die züchtigung auf ihm durch seine striemen wurden wir geheilt wir alle gingen in die irre wie schafe ein jeder wisch ab von seinem wege er der herr hat ihn geopfert in unseren sünden und er selbst tut ob der peinigung seinem mund nicht auf wie ein schaf wurde er zur schlachtbank geführt und wie ein lamm vor seinem scherer stumm stumm ist so tut er seinen mund nicht auf in seiner erniedrung wurde sein gesicht aufgehoben nach seiner kreuzung fielen nämlich auch alle seine vertrauten vor ihm ab und verleugneten ihn später aber nach seiner auferstehung als er ihnen erschienen war und er sie in das verständnis der prophezeiungen in denen das alles als zukünftig vorhergesagt war eingeführt hatte und als sie ihn in den himmel hatten auffahren sehen glauben gewonnen die ihnen dort her von ihm gesamte kraft empfangen hatten und zu allen nationen der menschheit ausgezogen waren da haben sie das gelehrt und sind apostel genannt worden um uns aber zu zeigen dass der solches litt von ungewöhnlicher herkunft sei und über seine feinde herrsche hat der prophetische geist also gesprochen wer wird seine abkunft erzählen denn weggenommen von der erde wird sein leben wegen ihrer missetaten kommt er in den tod und ich will hingeben die bösen für sein grab und die reichen für seinen tod weil er keine ungerechtigkeit begangen hat und kein trug in seinem mund erfunden wurde und der herr will ihn freimachen von seinem leiden wenn ihr für eure sünde opfer gebt werdet ihr langlebige nachkommenschaft sehen und der herr will seine seele dem leid entreißen im licht zeigen mit erkenntnis ausstatten und rechtfertigen den gerechten der vielen dienste erwies er selbst wird unsere sünden auf sich nehmen dafür wird er viele zum anteil erhalten und die beute der starken teilen weil er sein leben in den tod gegeben hat und unter der missetäter gerechnet wurde die sind die sünden vieler getragen hat und wegen ihrer übertretungen selbst hingegeben wurde vernehmt nun auch wie vorhergesagt war dass er in den himmel auffahren werde es heißt so tut die himmelstore auf öffnet euch das einzige der könig der herrlichkeit wer ist dieser könig der herrlichkeit er ist der herr der starke der herr der mächtige dass er aber vom himmel wiederkommen wird mit der herrlichkeit darüber hört die worte des propheten jeremias siehe wie ein menschensohn kommt der auf den wolken des himmels und alle engel mit ihm da wir nun gezeigt haben dass alles was geschehen ist vor dem geschehen schon vorhergesagt war so muss man in bezug auf ähnliche aber noch nicht erfüllte weissagungen der zuversicht sein dass sie durchaus in erfüllung gehen werden denn wie die bereits erfüllten wahrsagen auch wenn sie nicht begriffen wurden eingetroffen sind so werden auch die übrigen auch wenn man sie nicht begreift und ihnen kein glauben schenkt in erfüllung gehen die propheten haben nämlich ein zweimaliges kommen christi vorhergesagt das eine das schon in der geschichte angehört als das eines missachteten und leidensfähigen menschen das andere aber wenn er ihrer verkündung gemäß in herrlichkeit vom himmel her mit seiner engelschar erscheinen wird wenn er auch die leiber aller menschen die je gelebt haben wieder auferwecken und die der würdigen mit unversehr unverweslichkeit bekleiden die der ungerechten aber ein ewiger empfindungsfähigkeit mit dem bösen geistern das ewige feuer verweisen wird das aber auch dieses als künftig eintreten vorausgesagt ist werden wir da tun der prophet ezekiel sagte nämlich fügen wird sich gelenk an gelenk bein am bein und fleisch wird wieder nachwachsen und jegliches knie wird sich dem herrn beugen und jede zunge wird ihn preisen welche empfindung und pein aber die ungerechten haben werden entnehmen einem ähnlichen darauf bezüglichen ausspruch es heißt nämlich ihr wurm wird nicht drohend und ihr feuer nicht erlöschen und dann werden sie reue empfinden aber es wird ihnen nichts mehr helfen was aber die juden sagen und tun werden wenn sie in ihnen herrlichkeit kommen sehen wurde durch den propheten zaharias also geweiss sagt ich werde den vier winden befehlen die zerstreuten kinder zu versammeln ich werde den nordwind befehlen heranzubringen und dem südwind nicht entgegen zu wehnen und dann wird in jerusalem ein großes klagen sein nicht ein klagen des munde oder der lippen sondern ein klagen des herzens und sie werden nicht ihre kleider zerreißen sondern ihre herzen klagen werden sie stamm für stamm und dann werden sie schauen den sie durchstochen haben und die werden sagen warum herr hast du uns ab ehren lassen von deinem weg die herrlichkeit die unsere väter gepriesen haben ist unserer schande geworden maria ist auch wieder unter den lebenden stark wir könnten noch viele andere prophezeiungen anführen hören aber hier auf in der erwägung dass die angeführten ausreichend zur belehrung derjenigen welche ohren zum hören und verstehen haben und in der überzeugung dass diese einsehen können dass nicht wie die dichter im betreff der vermeintlichen zeug söhne so auch wir nun behauptungen aufstellen aber keine beweise bringen können denn aus welchem grunde würden wir einen gekreuzigten menschen glauben dass er der erstgeborene des ungezeugten gottes ist und dass er aber das ganze menschengeschlecht gericht halten werde wenn wir nicht zeugnisse vor fänden die noch vor seiner ankunft im fleiche bekannt gegeben waren und wenn wir diesen nicht so bestätigt sehen sehen wir doch die verödung des judenlandes und sehen wir doch uns selbst angehörige aller volksstämme durch die predigt der apostel überzeugt und abgebracht von den alten bräuchten in denen wir irre geleitet gewandelt waren und finden wir doch zahlreichen und wahrhaftigen christen unter den heiden als unter den juden und samaritern denn alle übrigen stämme der menschen werden von dem prophetischen geist der heiden genannt das jüdische und samaritanische volk aber heißen israel und haus jakob das aber vorhergesagt wurde es würden die gläubigen aus den heiden zahlreicher sein als die aus den juden und samaritern dafür wollen wir die prophezeiung mitteilen sie lautet freue dich du unfruchtbare die du nicht gebärst vor locke und jauchze die du keine wehen hast denn zahlreicher sind die kinder der vereinsamten als jene die ihren mann hat denn verlassen waren alle völker vom wahren gott gott sie verehrten werke von menschenhand die juden und samariter aber die gottes wort das ihnen durch die propheten verkündet war besaßen und immer auf den christus geharrt hatten erkannten ihn bei seinem erscheinen doch nicht an außer einigen wenigen die wie der prophetische geist durch isaias vorhergesagt hatte gerettet werden sollten er lässt sie aber also sprechen wenn nicht der herr uns ein samenkorn gelassen hätte wären wir wie so doma und gemorra gewesen so doma und gemorra waren nämlich wie muss erzählt städte ruchloser menschen die gott durch feuer und schwefel verbrannt und zerstörte wobei keiner in ihnen gerettet wurde als ein fremder mit namen lot ein kaldea seine abkunft nach seine abkunft nach mit dem auch seine töchter gerettet wurden ihr ganzes land kann jeder der will öde unfruchtbar und ausgebrannt da liegen sehen das aber die aus dem heidenvölkern als die wahrhaftigen und zuverlässigen voraus erkannt wurden dafür wollen wir die worte des propheten isaias anführen der sagt israel ist ein unbeschnitten dem herzen nach die heiden aber der vorhaut nach so viele augenscheinliche belege können die denen welche die wahrheit lieben nicht falscher ehre nachjagen noch von leidenschaften beherrscht werden überzeugen und glauben beibringen dagegen bieten die welche die von den dichtern ersonnen mythen weiter erzählen der lernenden jugend keinerlei beweise dar wir können auch nachweisen dass sie zur betörung und verfügung des menschengeschlechtes auf antrieb der bösen geister ersonnen worden sind denn als diese von der durch den propheten verkündeten ankunft christi und von der bestrafung der gottlosen durch feuer hörten brachten sie die sage auf von vielen dem zeus geborenen söhnen in der meinung sie könnten es fertig bringen dass die menschen die geschichte von christus für eine wunder mehr und für ähnlich den erzählungen der dichter hielten und diese sagen wurden verbreitet bei den griechen und bei allen heidenvölkern da die dämonen die weissagung der propheten kannten dass christus bei diesen mehr glauben finden werde dass sie ja die vorhersagung des propheten zwar hörten aber nicht genau verstanden wie im dunkeln tasten die geschichte unseres christus nachäfften werden wir klar machen der prophet mose war wie wir früher sagen älter als alle schriftsteller und durch ihn waren wie wir auch schon erwähnten also prophezeit worden nicht wir befehlen ein herrscher aus juda und ein führer aus seiner nachkommen schafft bis der kommt dem es vorbehalten ist und dieser wird sein die erwartung der völker er bindet an seinem weinstock sein füllen und wächst sein gewand im blute der traube als nun die dämonen von diesen prophetischen worten kunde erhalten hatten machten sie den dionysos zum zeus sohne und zum erfinder des weinstockes verwendeten auch den esel bei seinem mysterium und sagten es sei zerrissen worden und dann in den himmel eingegangen und dadurch die weissagung des moses nicht klar angekündigt wurde ob der kommende der sohn gottes sein sollte und ob er auf seinem film reiten auf erden bleiben oder in den himmel aufsteigen sollte und da das wort füllen ebenso gut ein engelsfilm wie das eines pferdes bezeichnen konnte sie also nicht wussten ob der vorher verkündigte ein eselsfüllen als zeichen seines erscheinens oder das eine pferde mit sich führen werde und ob er wie oben bemerkt wurde sohn eines gottes oder eines menschen sei so sagten sie auch biller fundes der als mensch vom menschen stammte sei zum himmel aufgestiegen und zwar auf dem rosse pegasus als sie aber das wort des anderen propheten des zeus hörten dass er aus einer jungfrau geboren und aus eigener kraft in den himmel aufsteigen werde da brachten sie die sage von perseus auf als sie dann erfuhren es sei wie in den früheren beigebrachten weissagungen mitgeteilt wurde von ihm gesagt stark wie ein riese seinen weg zu durchlaufen da erfanden sie die sage von den starken herakles der die ganze erde durchwandert habe und wieder als sie die weisung erfuhren er werde jede krankheit heilen und tote erwecken da tischten sie den asklepius auf maria ich weiß nicht ich glaube ich mach das noch fertig das sind jetzt noch paar kapitel nicht mehr so lang aber nirgends und bei keinem der angeblichen zeus söhne bildeten sie die kreuzigung nach denn sie kam ihnen nicht in den sinn weil wie schon früher hervorgehoben worden ist alles hierüber gesagt in sinnbildliche ausdrücke gekleidet war und doch ist dies wie der prophet vorausgesagt hat dass das größte geheimnis seiner macht und die herrschaft wie sich an den sinnfältigen dingen zeigen lässt denn betrachten alles was in der welt ist ob es ohne diese figur gehandhabt werden werde oder zusammen haben haben kann das meer kann nicht durchschnitten werden wenn nicht dieses siegeszeichen das hier segel heißt auf dem schiffe unversehrt bleibt die erde wird nicht gepflügt ohne dasselbe grabende und handwerker verrichten ihre arbeit nicht ohne werkzeuge die diese form haben die menschliche gestalt unterscheidet sich in nichts von anderem und von den unvernünftigen tiere als dadurch dass sie aufrecht ist die hände ausspannen kann und im gesichte von der stirne an an einem vorsprung die nase trägt durch die bei lebenden der atem geht und die keine andere form als die des kreuzes hat ist doch durch den propheten also gesagt worden der atem vor unserem antlitz christus der herr auch die bei euch üblichen sinnbilder bekunden die macht dieses zeichens ich meine die feldzeichen und siegeszeichen mit welchen ihr überall aufzieht tragt jedoch damit wenn auch unterbewusst die abzeichen eurer herrschaft und macht zur schau auch die bildnisse der bei euch verstorbenen herrscher stellt ihr in dieser form dar und benennt sie noch in inschriften als götter nachdem wir nun durch vernünftige beweisführung und durch ein in die augen fallen des bild so viel wir konnten auf euch einzuwirken versucht haben wissen wir uns für der ohne verantwortung auch wenn ihr ungläubig bleibt das unserige ist geschehen und vollbracht armen erstmal darauf leute ich mache ganz kurz wieder trinkpause und so und dann würde ich sagen wir machen das einfach fertig das sind jetzt noch 13 kapitel wir haben jetzt schon 55 gelesen das kriegen wir auch noch durch jetzt das kriegen wir jetzt auch noch durch und dann mache ich aus ich denke halbe stunde dauert es ungefähr so dann machen wir weiter die dämonen begnügten sich aber nicht damit vor dem erscheinen christi die sagen von den genannten zeus in die welt zu setzen sie haben auch nach seinem erscheinen auftreten unter den menschen als sie erfuhren wie er von den propheten vorverkündet war und als sie erkannten dass er bei jedem volk gläubige finde und erwarte werde andere vorgeschoben wie wir schon früher angegeben haben nämlich den simon und den menander von samaria die dadurch dass sie durch zauberei wundertaten verrichteten viele betörten und noch in den betörungen erhalten denn als simon wie früher schon gesagt wurde in der hauptstadt rom unter kaiser claudius auftrat hat er den heiligen senat und das römische volk in solchen staunen versetzt dass sie ihn einen gott hielten und ihn wie die anderen bei euch vermehrten götter durch eine bildsäule ernten darum ersuchen wir euch auch den heiligen senat und euer volk von dieser bildschrift in kenntnis zu setzen damit wenn noch jemand in seinen lehren befangen sein sollte er die wahrheit erfahren und von seiner täuschung sich lossagen lossagen kann und das standbild reißt wenn es euch gefällt nieder denn die bösen dämonen können nicht glauben machen dass die gottlosen nicht die feuerstrafe treffen werde wie sie es auch nicht dahin zu bringen vermochten dass christus als er erschienen war verborgen blieb vielmehr können sie nur das fertig bringen dass menschen welche unvernünftig leben von voller leidenschaften in schlechten sitten aufgewachsen sind und eitlen ruhe nachjagen uns töten und hassen aber weit entfernt diese zu hassen suchen wir sie wie gezeigt wurde aus mitleid zur sinnesänderung zu bewegen denn wir fürchten den tod nicht da man anerkanntermaßen doch einmal sterben muss und in diesem wettlauf gar nichts neues sondern immer dasselbe geschieht wenn dessen die leute währenddessen die leute satt sind ne wenn dessen die leute satt werden schon wenn sie nur ein jahr daran teilnehmen so müssen sie um auf immer und ohne leiden und bedürfnisse sein unsere lehre beitreten wenn sie aber glauben dass mit dem tode alles aus sei und wehnen dass man beim sterben in einem zustand der empfindlosigkeit eintrete so erweisen sie uns dadurch dass sie uns von den leiden und nöten hinein hinnieden befreien eine wohltat sie selbst aber zeigen sie dabei als böse menschenfeindlich und eitle menschen da uns nicht umbringen um uns zu befreien sondern uns töten um uns des lebens und seiner freuden zu berauben auch den markion aus pontus schoben wir wie früher wie wir früher sagten die bösen dämonen vor der auch jetzt noch gott den schöpfer aller himmlischen und irdischen dinge und seinen sohn den von dem propheten vorverkündeten christus zu leugnen lehrt und einen anderen gott neben dem schöpfer des als und ebenso einen anderen sohn verkündet ihm haben viele glauben geschenkt als ob er im anleihen besitz der wahrheit sei und spotten unser ob schon sie keinen beweis haben für das was sie sagen sondern gedankenlos wie vom wolfe geraubte schafe eine beute der gottlosen lehren und dämonen werden denn auf nichts anderes arbeiten die genannten dämonen hin als die menschen von dem schöpfer gott und seinem erstgeborenen nämlich christus abzuziehen und die welche sich über die erde nicht erheben können die kletterten sie und die ketteten sie und ketten sie jetzt noch an die irdischen dinge und an die werke von menschen hand die sich aber zur betrachtung göttlicher dinge empor schwingen die drängen sie wenn sie nicht ein gesundes urteil und ein reines von leidenschaften freies leben bewahren unversehens vom rechten wege ab und stürzen sie in gottlosigkeit damit ihr aber kennt das von unseren lehrern wir meinen von dem durch die propheten vorverkündeten logos platon den satz überkommen hat gott habe durch umwandlung gestaltlosen gestaltlosen stoffes die welt geschaffen so hört was wörtlich von mose gesagt worden ist der wie schon erwähnt wurde der älteste prophet war und früher gelebt hat als alle griechischen schriftsteller durch ihn hat der prophetische geist um kundzutun wie und woraus gott im anfang die welt bildete also gesprochen im anfang schufe gott den himmel und die erde die erde aber war noch unansehbar und ungeformt es war finsternis über dem abgrunde und der geist gottes schwebte über dem wasser gott aber sprach es werde licht und es ward licht das also durch gottes wort aus vorliegen von moses erwähnten stoffes die ganze welt entstanden sei das haben platon mit denen welches das gleiche sagen und ebenso auch wir gelernt und auch ihr könnt davon überzeugt sein und nun wissen wir auch dass das was bei den dichtern erebus heißt zuerst von moses genannt worden ist auch was platon in themäus zur erklärung der welt über den sohn gottes gesagt hat wo es heißt er bildet ihn im all wie ein schi hat er in ähnlicher weise dem mose entlehnt in den schriften des moses steht geschrieben dass in der zeit als die israeliten aus ägypten ausgezogen und in die wüste waren in gift spritzende tiere nattern wippern und schlangen aller art entgegentraten die dem volke den tod brachten da habe mose auf gottes eingeben und antrieb erz genommen daraus eine art kreuz gemacht dieses auf den heiligen zelt aufgestellt und zum volk gesprochen wenn ihr dieses bild anblickt und euren vertrauen darauf setzt werdet ihr heilung finden und darauf so berichtete er seien die schlangen umgekommen das volk aber so berichtete er weiter sei so dem tod entronnen das las das platon und da er ist nicht recht verstand und glaubte es sei nicht die kreuzform sondern die schie gestalt gemeint so tat er den anspruch die dem ersten gott zunächst stehende kraft sei im all wie ein schi ausgebreitet auch wenn er einen dritten nennt so hat er das daher dass er wie schon gesagt das wort des moses las der geist gottes habe über den wassern geschwebt denn den zweiten platz weist er dem aus gott stammenden logos zu von dem er sagt dass er im all wie ein schi ausgebreitet sei den dritten aber dem geiste von dem es heißt er schwebe über dem wassern mit den worten die dritte stelle aber für den dritten höret nun auch wie der prophetische geist durch moses seinen weltbrand vorher verkündet hat er sprach nämlich hinabsteigen wird ewig fressendes feuer und wird fressen bis zum abgrund hinunter wir lernen also nicht dasselbe wie die übrigen sondern alle andere sprechen nur das unsere nach und das kann man bei uns hören und lernen von solchen die nicht einmal die züge der buchstaben kennen von einfältigen und in ihrer sprache rohen menschen die aber einen verständigen und guten sinn haben zum teil auch von krippeln und blinden daraus kann man ersehen dass es nicht menschliche menschliche einsicht eingesprungen ist sondern mit gottes kraft ausgesprochen wird wie wir uns aber nach unserer neu schaffen durch christus gott geweiht haben wollen wir jetzt darlegen damit wir nicht wenn wir dieses übergehen unsere ausführung eine unendlichkeit zu begehen scheinen alle die sich von der wahrheit unsere unsere lehren und aussagen überzeugen lassen die glauben und versprechen dass sie es vermögen ihr leben danach einzurichten werden angeleitet zu beten und unter fasten verzeihung ihrer früheren vergebung vergehungen von gott zu erflehen auch wir beten und fasten mit ihnen dann werden sie von uns an einen ort geführt wo wasser ist und werden neu geboren in einer art von wiedergeburt die wir auch selbst an uns erfahren haben denn im namen gottes des vaters und herrn aller dinge und im namen unseres heilands jesus christus und des heiligen geistes nehmen sie als dann im wasser ein bad christus sagt nämlich wenn ihr nicht wiedergeboren werdet werdet ihr das himmelreich nicht eingehen dass es nun aber für die einmal geborenen unmöglich ist in ihrer mutter leib zurückzukehren leuchtet allen ein durch den propheten isaias ist wie wir früher mitgeteilt haben gesagt worden auf welche weise die welch gesündigt haben und buße tun von ihren sünden loskommen werden die worte lauten waschet reinigt euch schafft die bosheiten fort aus euren herzen lernet gutes tun seid anwalt der weise und helft der witwe zu ihrem rechte und dann kommt und lasst uns rechten spricht der herr und sollten eure sünden sein wie purpur ich werde sie weiß machen wie wolle sind sie wie scharlach ich werde sie weiß machen wie schnee wenn ihr aber nicht auf mich hört wird das schwert euch verzerren denn der mund des herrn hat gesprochen und hierfür haben wir von den aposteln folgende begründung überkommen da wir bei unserer ersten entstehung ohne unser wissen nach nur turzwang aus feuchten samen folge gegenseitiger begattung unserer eltern gezeugt wurden und in schlechten sitten üblichen grundsätzen aufgewachsen sind so wird damit wir nicht kinder der notwendigkeit und der unwissenheit bleiben sondern kinder der freien wahl und der einsicht auch die vergebung unserer früheren sünden teilhaftig werden im wasser über dem der nach der wiedergeburt verlangen trägt und seine vergehen bereut hat der name gottes des allvaters und herrn ausgesprochen wobei welcher den täufling zu bade geführt nur eben diese bezeichnung gebraucht denn einen namen für den unnennbaren gott vermag niemand anzugeben und es sollte jemand behaupten wollen es gebe einen solchen so wäre mit unheiligem wissen gewissen behaftet wahnsinn behaftet es heißt aber dieses bald dieses bad erleuchtung weil diejenigen die das in sich erfahren im geiste erleuchtet werden aber auch im namen jesu christi des unter pontius pilates kreuzigten und im namen des heiligen geistes der durch die propheten alles auf jesus bezüglich vor verkündet hat wird der welcher der erleuchtung empfangen hat abgewaschen auch von diesem bade hatten die dämonen gehört dass durch den propheten vorausgesagt vorausgesetzt worden war darum machten sie dass auch die sich besprengen welche ihre heiligtümer betreten und ihnen nahen um spenden und opferdampf darzubringen ja sie veranlassen die besucher sich vor dem eintritt in die heiligtümer wo sie ihren sitz aufgeschlagen haben vollständig zu baden dass auch die welche ihre heiligtümer betreten und ihnen dienen von den priestern aufgefordert werden ihre schuhe abzulegen haben die dämonen dem was dem vorigen genannten propheten moses begegnet ist abgesehen und nachgemacht um jene zeit nämlich als mussten befehler hielt nach ägypten hinab zu gehen und das dortweilende israelitische volk hinauszuführen näherte sich ihm während er im lande arabien die schafe seiner mittlerlichen oheims weidete unser christus in feuergestalt aus einem dornbusch und sprach zu ihm lege deine schuhe ab komm näher und höre der aber zog sie aus kam heran und hörte er soll nach ägypten gehen und das israelitische volk von dort wegführen auch empfing er gewaltige kraft von dem christus der zu ihm in feuergestalt gesprochen hatte er ging hinab und führt das volk heraus nachdem er große wundertaten vollbracht hatte die ihr wenn ihr sie wissen wollt genauer aus seinen schriften kennenlernen könnt vier kapitel noch dann sind wir durch juden lehren alle heute noch der namenlose gott habe zu mose geredet darum hat der prophetische geist durch den früher erwähnten propheten jesias schelten wie oben gesagt zu ihnen gesprochen ein ochs kennt seinen besitzer und ein esel die krippe seines herrn israel aber hat mich nicht erkannt und mein volk nicht begriffen und auch jesus christus hat als die juden nicht erkannten was vater und was sohn sei gleichfalls schelten zu ihnen gesagt niemand kennt den vater als der sohn und niemand den sohn als der vater und wem der sohn geoffenbart hat und sorry und was niemand kennen und wem der sohn ist geoffenbart hat gott des logos aber ist sein sohn wie wir früher gesagt haben auch engel und gesandter wird er genannt denn er verkündet was zu wissen nur tut und wird gesandt um alles zu melden was von gott geoffenbart wird wie denn unser herr auch selbst sagte wer mich hört der hört den der mich gesandt hat und das wird auch aus den schriften des moses erhellen in den folgendes gesagt ist es sprach zu mose ein engel gottes in einer feuerflamme aus dem dormbusche und erklärte ich bin der seiende der gott abrams der gott isaacs der gott jakobs der gott deiner väter geh hinab nach ägypten und führe mein volk heraus was folge was folgt könnt ihr wenn ihr wollt aus jenen schriften erfahren denn es ist nicht möglich hier alles anzuführen aber diese worte dienen zum bei weise dass das christus gottes sohn und gesandter ist der zuerst logos war und bald in feuergestalt bald ohne körperliche gestalt jetzt aber nach gottes willen für das menschengeschlecht mensch geworden alle die leiden auf sich genommen hat die ihm auf anstiften der dämonen die verblendeten juden angetan haben diese finden sich in den schriften des moses deutlich ausgesprochen ich bin der seiende der gott abrams der gott isaacs und der gott jakobs trotzdem behaupten sie der das gesagt habe sei der vater und schöpfer des alls darum warf auch der prophetische geist ihnen vor israel hat mich nicht erkannt mein volk nicht begriffen und andererseits sprach jesus als er bei ihnen weilte die schon angeführten worte niemand hat den vater erkannt als der sohn und niemand den sohn als der vater und wem der vater und wem der sohn ist geoffenbart hat die juden glauben immer habe der vater des alls mit mus gesprochen während doch der sohn gottes der auch sein bote und gesandter heißt mit ihm sprach mit recht wird ihnen daher sowohl durch den prophetischen geist als auch durch christus selbst der vorwurf gemacht dass sie weder den vater noch den sohn erkannt haben denn die den sohn zum vater machen laden den vorwurf auf sich dass sie weder den vater kennen noch wissen dass der vater des alls einen sohn hat der als gottes loggers und erstgeborener auch gott ist früher ist auch gottes habt ihr gehört schon wieder hier auch bestätigt früher ist dieser in feuer gestalt noch unkörperlich dem mose und den übrigen propheten erschienen jetzt aber in den zeiten eurer herrschaft ist der wie wir früher gesagt haben da des vaters willen zum heile seiner gläubigen durch eine jungfrau mensch geworden und hat verachtung und leiden auf sich genommen und durch sein sterben und auferstehung den tod zu besiegen was aber aus dem dornbusch zu moses gesagt wurde ich bin der seiende der gott abrahams der gott isaacs der gott jakobs und der gott deiner väter deutet an dass jene auch nach ihrem tod leute christi gebleiben und sind waren sie doch unter allen menschen die ersten die rastlos gott suchten abraham der vater isaacs und isaacs der vater jakobs wie ebenfalls moses aufgezeichnet aufgezeichnet hat auch dass die dämonen den brauch eingeführt haben das bild der sogenannten chore die sie für eine tochter des teus ausgaben an den wasserquellen aufzustellen könnt ihr aus dem vorhergesagten erkennen muss erzählt nämlich wie wir schon bemerkt bemerkten im anfang erschuf gott den himmel und die erde aber die erde war noch unansehbar und formlos und der geist gottes schwebt über dem gewässer um nun den geist gottes von dem es heißt er schwebt über dem wasser nachzubilden brachten sie die sage auf chore sei eine tochter des zeus in ähnlicher weise die sache verdreht gaben sie die athene als tochter des zeus aus allerdings nicht aus geschlechtlichem umgange da sie nämlich wussten dass gott nach überlegung durch den loggers die welt geschaffen habe sprachen sie von athene als von seinen ersten gedanken uns freilich erscheint es höchst lächerlich ein weibs gestalt als abbild des gedanken hinzustellen in derselben weise sprechen auch gegen die anderen kinder des zeus ihre taten wir aber führen nach diesem bade den der gläubig gewordenen und uns beigetreten ist zu denen die wir brüder nennen dorthin wo sie versammelt sind um gemeinschaftlich für uns für den der der leuchtet worden ist und für alle anderen auf der ganzen welt im künstlich zu beten damit wir nachdem wir die wahrheit erkannt haben gewürdigt werden auch in werken als tüchtige mitglieder der gemeinde und als beobachter der gebote erfunden zu werden und so die ewige seligkeit zu verlangen haben wir das gebet beendet zu begrüßen wir einander mit dem kusse darauf werden dem vorsteher der brüder brot und einem becher mit wasser und wein gebracht der nimmt es und sendet lob und preis dem allvater durch den namen des sohnes und heil den geist empor und spricht und spricht eine lange dankssagung dafür dass wir diese gaben von ihm gewürdigt worden sind ist er mit dem gebeten und mit der dankssagung zu ende so gibt das ganze volk seine zustimmung mit den worten armen dieses armen bedeutet in der hebräischen sprache so viel wie es geschehe nach der dankssagung des vorstehers und der zustimmung des ganzen volkes teilen die welche bei uns diakonen heißen jedem der anwesenden von den verdanken brot wein und wasser mit und bringen davon auch den anwesenden diese nahrung heißt bei uns eucharistie niemand darf daran teilhaben als wer unser lehren für wahr hält das bad zur nachlassung der sünden und so wieder gut wiedergeburt empfangen hat nach dem weisung christi lebt denn nicht als gemeinsames brot sollte er nicht als gemeines brot und als gemeinen trank nehmen wir sie sondern wie jesus christus unser erlöser als er durch gottes logos fleisch wurde fleisch und blut um unseres heiles willen angenommen hat so sind wir belehrt worden dass die durch ein gebet um den logos der von ihm ausgeht unter dankssagung geweihter nahrung mit der unser fleisch und blut durch die band umwandlung genährt wird fleisch und blut jenes fleisch gewordenen jesus sei denn die apostel haben ihn wir haben in den von ihnen stammenden denkwürdigkeiten welche evangelien heißen überliefert es sei ihnen folgende anweisung gegeben worden jesus habe brot genommen dank gesagt und gesprochen das tut zu meinem gedächtnis das ist mein leib und ebenso habe er den becher genommen dank gesagt und gesprochen dieses ist mein blut und er habe nur ihnen davon mitgeteilt auch diesen brauch haben die bösen dämonen in den mit rast mit rast mysterien nachgeahmt und anleitungen dazu geben denn das brot und ein becher waren bei den ein eines der neuen jüngers und daher unser hersagen bestimmter sprüche im gesetz hingesetzt werden ich habe wieder ein grammatik fehler warte mal eines neuen jüngers unterhersagen bestimmter sprüche hingesetzt werden das wisst ihr oder könnt es erfahren so muss richtig sein wir aber erinnern in der folgezeit einander immer hieran helfen wir wir können allen die mangel haben und halten einträchtig zusammen bei allem aber was wir zu uns nehmen preisen wir den schöpfer des alles durch seinen sohn jesus christus und durch den heiligen geist an dem tage den man sonntag nennt findet eine versammlung aller stadt die in städten und auf dem lande wohnen dabei werden die denkwürdigkeiten der apostel oder die schriften der propheten vorgelesen solange es angeht hat der vorleser aufgehört so gibt der vorsteher in einer ansprache einer mahnung und aufforderung zur nachahmung all diesen guten darauf erheben wir uns alle zusammen und senden gebete empor und wie schon erwähnt wurde wenn wir mit dem gebete zu ende sind werden brot wein wasser herbeigeholt der vorsteher spricht gebete und danksaugen mit aller kraft und das volk stimmt ein indem es den armen sagt darauf findet die ausspendung statt jeder erhält seinen teil von den konsekrierten den abwesenden aber wird er durch die diakonen gebracht wer aber die mittel und guten willen hat gibt nach seinem ermessen was er will und das was dazu kommt wird bei den vorsteher hinterlegt dieser kommt damit weisen und witwen zur hilfe solchen die weniger krankheit oder aus sonst einem grunde bedürftig sind den gefangenen und den fremdlingen den der gemeinde anwesend sind kurz er ist allen die in der stadt sind ein fürsorger am sonntag aber halten wir alle gemeinsam die zusammenkunft weil er die erst der erste tag ist an welchem gott durch umwandlung der finsternis und des oberstoffes die welt schuf und weil jesus christus unser löse an diesen tag von den toten aufgestanden ist am tage von dem saturnus tag kreuzigte man ihn und am tage nach dem saturnus tage das heißt am sonntag erschien er seine aposteln und jüngern und klärt sie das was wir zum erwähnen auch euch vorgelegt haben aber ich bin fertig ich bin direkt fertig das ist jetzt wir sind jetzt genau beim schluss das letzte kapitel dann sind wir direkt durch wenn euch nun dieses sinn und wahrheit zu haben scheint so achtet es erscheint es euch aber als edles gerede so verachtet es als törisches zeug fängt aber nicht über leute die kein unrecht begehen wie über uns wie über feinde den tod denn wir sagen es euch voraus dass ihr den kommenden gerichte gottes nicht entgehen werdet wenn ihr in der ungerechtigkeit verharret und wir werden dazu rufen was gott will das geschehe obwohl wir nach dem schreiben des großen erleuchteten kaisers hadrian eures vaters fordern könnten dass ihr den gerichtlichen untersuchen unserem gesuche entsprechend abhalten lasst so wollen wir doch nicht unsere bitte auf diese entscheidung hadrians gründen sondern haben vorstehende ansprache und darlegen verfasst in dem wusstsein dass wir gerechtes verlangen jedoch setzen wir hier runter eine abschrift vom schreiben hadrians damit ihr erkennt dass wir auch diesem gemäß die wahrheit sagen die abschrift lautet amnuchius fundanus ich habe ein schreiben empfangen das von deinem vorgänger dem hochansinnigen sirenius granianus an mich gerichtet wurde es scheint mir nun nicht angebracht die sache ohne untersuchung hingehen zu lassen damit die leute nicht in unruhe versetzt werden und die angeber gelegenheit zur schämerei erlangen wenn also die provinzialen für ihr verlangen gegen die christen sich auf klare gründe stürzen in der weise dass sie auch vor dem richterstuhl rede und antwort stehen können so mögen sie diesen weg beschreiten aber nicht einzig auf bitten oder schreien sich verlegen denn es ist bei weitem angemessener dass du wenn jemand eine anklage erheben will hierüber eine genaue untersuchung anstellst wenn also jemand als ankläger auftritt und nachweist dass die irgendwie gesetzwidrig handeln dann fälle dein urteil nach der größe des vergehens wenn er es ab verleumtlichen absicht absicht vorbringen sollte wahrlich eine solch schändige tat bringt gehörig in anschlag und sorge für ihre bestrafung da sind wir durch oder ja wir sind durch wir haben es geschafft leute das ist echt interessant ich werde mir jetzt noch kurz die einführung dazu durchlesen also jetzt nicht hier im stream gleich selber ich glaube es keine wacke ist das kind oder die die reinkommen machen sich fertig wegen was also ich vor allem an die schreibt auch nichts an die einfach eingeschlafen hier im stream oder was das ist krass ich meine dings ist ja auch raus sonny oder tessin die jetzt alle auf da macht uns gerne also auch so zu fans safe poker pens safe reingekommen erst und nicht lange drin das heißt diese noch auch irgendwie wie geht das ich sehe dich gar nicht um eine anzeige hast dich auch privat gemacht ich glaube es werden nicht alle in der liste gezeigt wird immer nur die top irgendwas also angezeigt es ach so hat gehangen okay ja alex habe ich schon mal aufgeregt stark ja okay aber wir sind jetzt auf jeden fall durch sondern ich habe jetzt komplett noch fertig gelesen weil ich mir dachte kommen wir haben ja noch sechs kapitel jetzt auf einmal schreiben die wieder alle wollen die mich veräufeln hier oder was denn eigentlich habe ich wieder wach ich war doch um drei uhr wach und dann um sechs so war ich auch du bist immer noch am lesen selbst war auch so lustig da haben wir komplett leviticus gelesen der chat war zwar noch wach aber die oben waren das waren fünf leute die sind alle eingepennt naht ist eingeschlafen aber sucht warum ist eingepennt pokers eingepennt was weiß ich werde noch oben war alle eingepennt ich will mal uns marcus wieder lesen ja und das auch ja ich gemerkt habe immer wenn also natürlich nicht immer aber wenn wir gefragt werden oder so bezüglich der gotter des jesus christus kommt die meisten immer nur mit johannes oder offenbarung oder sowas aber bestimmt bei matthäus und marcus und so die sachen die da drinstehen vergessen wir manchmal oder was heißt vergessen erwähnen wir halt nicht so oft was stimmt deswegen habe ich auch das letzte noch mal hier lukas gelesen weil das gefühl also für mich das evangelium ist was ich glaube am wenigsten gelesen habe oder was am allerwenigsten thematisiert wird oder also kommen ja dass das ja also lukas wird meistens für maria verwendet ja genau das was du mal lesen solltest das ist auch ganz ganz kurz im alten testament ich habe irgendwie das gefühl was heißt das gefühl es ist halt so dass da sehr viele bücher sind sage ich mal so die wir nie erwähnen aber auch sehr schön sind zum beispiel ich weiß ich immer noch nicht wie man es ausspricht aber obatia kennst du das ja kennen tue ich das ja klar gelesen habe ich das alles schon mal so ist nicht aber ich sagte ehrlich altes testament sag ich jetzt wirklich ganz ehrlich habe ich maximal zweimal gelesen also neues sehr oft aber aber altes habe ich nicht ich bin auch ehrlich aber auch noch nie die ganze bibel gelesen also bei mir ist einfach so ich kenne meistens nur irgendein kapitel oder irgendein vers und irgendwelche dings aber als komplett gelesen habe ich auch noch nicht mehr also komplett gelesen habe ich zweimal bin ich mir eigentlich ziemlich sicher na gut nee quatsch 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 ich habe ja vorher die daiv bibel gewesen das heißt ganz habe ich noch nicht aber ich bin ja deswegen jetzt dabei also deswegen mache ich ja ein altes testament eigentlich ich musste nur jetzt pausen mann weil das habe ich schon ein paar mal erklärt nachdem ich diese ganze stammbäume 20.000 mal vorgelesen habe die ganzen brand speise trank opfer hebe opfer was weiß ich welche opfer noch alles und diese ganzen beschreibungen wie alles da zusammengebaut wurde und was weiß ich musste ich mal kurz pause machen damit weil ich hätte jetzt nicht einfach noch fünfte buch muss hinterher schmeißen können das ist auch das noch drei stunden durch geh hast du drei stunden durchgelesen oder mit mal jetzt hause gemacht heute oder wann meinst du ja ich bin um drei wo irgendwas eingeschlafen dazu gelesen hast jetzt irgendwas das immer noch gelesen hast du durchgelesen ja ziemlich halt immer mal eine minute pause so gemacht wegen trinken ich mache das meistens ich lese meistens hier vier stunden oder so ich muss mich morgen anders ersetzen oder legen weil ich liege so auf meiner schulter dann so komisch auf meinem bett rum und das tut mir voll weh erstens und zweitens verlese ich mich auch so ständig weil ich so komisch liege weißt du ich muss mich echt mal hinsetzen oder so aber wenn ich die ganze zeit so tut mir wahrscheinlich auch alles weh das machen zukunft kurz dings vorlesen es geht ganz schnell ist nur ein kapitel und ich irgendwas verse obatsche halt im alttestament ich finde das schön weil ja also geht es um das gottesgericht über das hochmütige edon dies ist die offenbarung an obatsche dann ist da so und dings obatsche bedeutet knächtes herrn so spricht gott der herr über edon wir haben eine botschaft gehört vom herrn und ein bote wurde damit an die völker entsandt auf lasst uns aufbrechen zum krieg gegen sie sie ich habe dich klein gemacht unter den völkern sehr verachtet bist du der hochmutter deines herzen hat dich verführt weil du an fels hängen wohnst in der höhe throns und in deinem herzen sprichst wer wird mich zur erde hinunterstoßen wenn du aber auch dein nest in der höhe baut ist wie der adler und es zwischen den sternen anlegt ist so würde ich dich doch von dorthin unterstürzen spricht der herr wenn diebe zu dir kämen nächtliche räuber wie bist du untergegangen würden sie nicht nur so viel stehlen bis sie genug haben wenn winzer zu dir kämen würden sie nicht eine nachlese übrig lassen wie ist aber esau durchsucht wie sind seine verborgene schätze ausfindig gemacht worden all deine bundesgenossen haben dich an die grenze zurückgeschickt getäuscht überwältigt haben dich die männer mit denen du frieden hielt es die dem brot aßen haben die schlingen gelegt es ist keine einsicht in ihm werde ich spricht der herr an jenem tag nicht die weisen aus jedem vertilgen und die einsicht von gebirge esaus und deine helde themann sollen den mut verlieren damit jedermann ausgerottet wird bei dem gemetzel auf dem gebirge esaus wegen der grausamkeit gegen deine brüder ja deinem bruder jakob soll dich schande bedecken und du sollst auf ewig ausgerottet werden an jeden tag als du dabei standest an dem tag der fremde sein hab und gut weg führten und ausländer zu seinen toren einzogen und das los über jerusalem warfen da war es auch da warst du auch wie einer von ihnen du sollst aber deine lust nicht sehen am tag eines bruders am tag seines unheils und soll sich nicht freuen über die kinder judas am tag ihres untergang und nicht dein maul aufreißen am tag der drang sein du sollst auch nicht zum tor meines volkes einziehen am tag ihres unglücks und auch nicht dich weiden an seinem unheil an seinem schicksaltag noch deine hand ausstrecken nach seinem habe und gut und dein gut am tag seines unglücks du sollst dich auch nicht beim scheideweg aufstellen um seine flüchtlinge niederzumachen und sollst den entkommenen nicht ausliefen am tag der drang sei denn nahe ist der tag des herrn über alle heidenvölker wie du gehandelt hast so wird man dir gegenüber handeln dein tun fällt auf deinen kopf zurück denn gleich wie ihr auf meinem heiligen berg getrunken habt so sollen alle heidenvölker beständig trinken sie sollen trinken und schlürfen und sein als wären sie nie gewesen ich bin gleich fertig aber auf dem berg sion wird er rettung sein und er wird heilig sein und die vom haus jakob werden ihre besitzungen wieder einnehmen und das haus jakob wird ein feuer sein und das haus josef eine flamme aber das haus esau wird stoppeln werden also stoppeln werden und jene werden sie anzünden und verzehren so dass dem haus esau keine kein überlebender übrig bleibt denn der herr hat es gesagt und die im negev werden das gebirge esau so besitzt nehmen und die in der chefel chefela das philister land auch werden sie das gebiet von efreien und das gebiet von samarien besitz nehmen und benjamin das gebiet von gilead und die weggeführten werden diesen befestigungswahl für die kinder israels im besitz nehmen nämlich was das kanonitern gehört bis nach zarpath hin und die weggeführten jerusalems die in separat sind die städte das negev und es werden wir freier auf dem berg sion hinauf ziehen und das gebirge es aus zu richten und die königsherrschaft wird dem herrn gehören ja das sind so seltene sachen die wir lesen aber ich finde das hat auch irgendwie so dass am anfang stand dass sie ich habe dich klein gemacht unter den völkern sehr verachtet bist du ja weiß nicht also ich finde das ist im prinzip ist das alles sehr wichtig ja also ich bin das auch gut natürlich ich sagte auch ehrlich ich weiß gar nicht sagt ist das ist das in der normalen drin in 66 büchern immer dumm gefragt jetzt ich weiß es nicht dann habe ich das schon wieder vergessen dass das gewesen ob ich konnte mich jetzt gar nicht mehr dran ein ding ist wie gesagt ein altes testament die bücher die ich bisschen kenne halt so als die man halt kennt wie den geschichten so die wo man sich auch daran erinnert natürlich als samuel und musste ich auch wegen muslima oft lesen wieder anhalte ersten fünf bücher mose dann die psalm natürlich und sollte sachen und was weiß ich mein kopf so wieder leer aber halt diese sachen jona und so aber jetzt so diese sachen die man kaum liest oder nicht so oft im kopf hat keine ahnung könige natürlich erst und zweite chronik und so war ich auch aber ja deswegen will ich ja das alte testament noch mal lesen weil ich habe das gefühl viele von uns kennen das gefühlt nicht richtig also sie kennen halt das neue testament was natürlich auch am wichtigsten ist für uns aber so das alte weiß ich nicht mir ist echt aufgefallen viele kennen das gefühl gar nicht also nicht mal nicht mal die fünf bücher mose ja ich muss auch halt das testament lesen noch mal also ja aber ich sagte wirklich fünf bücher mose ich liebe unsere bibel jahre jedes buch was da steht auch fünf bücher mose wenn wir wirklich an einem stück liest so die die das macht einen schon kirre also das was ich gesagt das mit den opfern ja oder das mit dem wenn die da losziehen ja nach dieser wenn die die musterung erst man ja die musterung dann gibt dann ziehen die irgendwie los da gibt es ja noch mal eine musterung der junge diese muss auch wie beschrieben ist damit immer der name genannt dann von ihm die sippe dann der siebten führer und dann alle nach ihrer sippe nach ihrem geschlecht von 20 aufwärts am meisten die muslime irgendwelche dings finde widersprüche oder mathematische fehler oder irgendwie das gibt es nicht also das gibt es wirklich nicht das war ja ich habe das ja gelesen dann kam mir denkt nach mit seinem viertel oder fünfter account rein und schreibt dann rechenfehler ich habe direkt geblockt hat kein bock auf ihn an dem tag die 90er euro gerade da drin war schon mal in meinem stream das ist so frech ehrlich ja ich habe ihn jetzt auch nicht hochkollt er wollte auch unbedingt hoch aber ich meine würde hätte jetzt gelassen soll das nicht aber nicht werden du gelesen hast also danach von mir aus aber nicht werden im lesen weil wir haben weißt du was sie richtig anlockt ja wenn du mal wirklich kein moslem drin hast und nicht weißt also nein drin haben willst da musst du einfach arabische lieder an machen die aber christliche junge junge die kommen wie die dämonen aus allen ecken das ist so krass ich hatte das video gesehen mit den kühen aber die erste normale lieder laufen lassen und dann auf einmal koran auf einmal kamen die dann auf den leuten zu wir haben uns wieder albacare laufen lassen das heißt ja die kuh und die kür sind dann zu denen hingelaufen das ist ja wir haben heute aber so wie gesagt so schanzen so viel gehört also wirklich bestimmt eine halbe stunde so verschieden sprachen und das lustige war einfach da kam immer so welche von denen hoch und haben das dann in ihrer musik geprägt und ist so krass wie das arabisch in denen ihren komischen schieds klingt so voll hässlich so voll komisch ja wenn das dann aber hörst du unseren chance klingt das tausend mal besser das klingt wie eine ganz andere sprache weil das voller liebe ist das alles nur voller hass rose schreibt mach mal wir brauchen action bei mir ist doch im action ihr seid noch nicht da ihr seid nie da na wie die höheren arabische schaden die sagen hallo akbar die denken das geraten ich hatte auch ein drin der hat geschrieben wir haben du lauter sowas nicht gecheckt hat dass das geil hat das jetzt an auf einmal irgendwelche mk ultra verstrahlten frequenzen werden euch irgendwie übernehmen und das aber das ist so krass wie die ja aber egal jetzt erstmal nicht koran weil du ja gerade über die fünf bücher muse gesprochen hast du kennst doch die auslegung der kirchenväter wieder das damals mit johannes gemacht haben oder wie meinst du warum johannes auch mit dem anfang beginnt und sowas ach so fix das ist nur das bescheid weiß das ist also die karriere ist nicht in dem account gerade drin aber trotzdem danke also das geschickst du gerade mir quasi ich hoffe dass es nicht schlimm also kein ding okay gut dann ist sie weil wie gesagt das ist jetzt gerade meiner kommt weil ich musste leider sich sagen darf den momentan nicht so benutzen weil ich habe zu viele sperren und ich möchte nicht dass er komplett weg ist okay dankeschön fax ich gebe ihm die hälfte ab ich sagte ehrlich mit kirchenvätern habe ich ja jetzt erst angefangen ja deswegen ich ich mache jetzt noch gar nicht angefangen also alles gut aber trotzdem ja wenn du willst kann ich euch kurz erzählen oder erklären ja ja gerne das ding ist weil ja viele immer fragen ja wo soll man dann in der bibel anfangen zu lesen ich finde man könnte entweder bei johannes anfangen dann bei mose weitermachen und dann durchlesen oder johannes lesen und dann ja halt von anfang matthäus und so aber ich finde johannes und dann mose weil bei johannes hast du hier sozusagen weil der gegen die knostiker geschrieben hat wie das so aufzunehmen ist mit dem anfang war das wort und dann genau und das ding ist die kirchenväter haben das damals so verstanden bezüglich maria das halt mose und johannes die einzigen sind die mit im anfang beginnen ja und johannes und mose arbeiten beide mit tage wenn er das gemerkt ja weil ich suche ich hab's ja aufgeschrieben wenn man sich hat mir damals ist irgendwie aufgeschrieben weil es immer wieso wieso jesus und maria die neue adem und eber sagen sein sollen und so dass das das weiß ich ja quasi durch ihr fall kam die sind in die welt und durch maria wurde kam die sind quasi aus der welt in dem sie jesu christ geboren und man muss ja dann sage ich mal hier also wo sind johannes also mose kennen dieses arbeit mit tagen und johannes hat ebenfalls und dann bei mose fängt es ja mit im anfang am ersten tag schuf ja gott himmel und erde dann am zweiten tag himmel dritte tag die trockene erde mehr und blablabla im fünften tag die großes meer große meeren tiere und sechsten tag die erschaffung der menschen und am siebten tag wo hat gott ruhte war ja eine war ja sozusagen die feiern also sabbat jetzt bei johannes heißt es ja im anfang war das wort das wort war bei gott und das war gott dann am zweiten tag jesus kam zu johannes wegen der tauche am dritten tag stand also steht da stand damit den jüngern und jesus kam dazu und sie blieben ab da immer mit jesus und dann am vierten tag jesus wollte nach galiläa und so weiter und dann jetzt muss man überlegen das waren jetzt vier tage das ich habe johannes gelesen habe und genau und ab johannes zwei fängt es ja an mit und am dritten tag ja das heißt noch drei tagen nachdem der herr jesus christus hatte jesus wollte nach galiläa philippe sprach da ist er vom mose gesetz der messias genau damit ist ja sogar angesprochen und dann heißt es es war eine große feier eine hochzeit wo auch gott bei der erschaffung der welt am siebten tag ruhte und bei der hochzeit war nicht nur jesus da sondern auch maria und das ist so krass weil es ja mit der erschaffung der menschen bei mose und bei johannes mit der hochzeit wo keine paar oder irgendwas erwähnt wird wer die namen sind werden aber dafür maria und jesus erwähnt und das haben die kirchenväter auch so dann aufgenommen und verstanden und die dadurch auch zu neue adam und eva in der hinsicht verstanden weil wir haben mit adam und eva sozusagen alles angefangen hat und mit so wie du das gesagt hast jesus und maria halt eben der neue bund in der hinsicht ja weil das hatte ich also ich habe nicht wie gesagt viel gelesen aber ich hatte zum beispiel über die sache bisschen was gewesen von e frei und der syrer und von schlag mich tot jetzt keinen falschen namen sagen ja noch ein also das auf jeden fall ja mit eva halt und maria das hat was kannte ich das ist aber so wie du es jetzt gesagt habe ich das auch noch nicht betrachtet auch interessant natürlich momentan ich habe ja die ganze zeit jetzt seit ich auf tic da bin ja ein halbes jahr hier ungefähr ich habe am anfang halt war ich ehrlich viel zeit verschwendet mit diesem ganzen islammüll also klar lese ich da immer noch sachen aber ich habe nur den ihr misst gelesen ich habe nicht gemerkt wie ich da verblöde weil das ist wirklich das ist ja nur so weltlich gedacht du merkst ja wirklich das ja gar nichts göttliches drin die reden von was weiß ich es in allen möglichen formen ja mit was wie wo wem keine ahnung da geht es fast nur um so mist und kuffar und ist ja blöde davon auf dauer so wenn du die ganzen bücher liest ich habe nur so bücher die ganze zeit gekauft und gelesen und jetzt fange ich halt erst an mit unseren sachen so deswegen kirchenväter mache ich jetzt habe ich jetzt so mir vorgenommen ich mache jetzt immer ein buch in der bibel und ein bisschen kirchenväter ein paar brief und so damit ich das reinkriege ich habe mir jetzt aber gekauft da habe ich was vor mir ich habe mir gekauft von kennst du maria von agreda ich habe mir gekauft vier bände über maria ja einer 500 seiten und es sind vier ich werde jetzt 2000 seiten rein kloppen das ist richtig heftig weil das ist ja okay wenn ich das jetzt sage da werden die wenn ja die die nicht katholiken hier wieder durchstrengen glaube ich das ist ja eine abs test nur wie man das nennt und sie hat quasi von maria das offenbart bekommen also das ist wirklich krass wenn ich damit auseinandersetzt von zwei wochen diese 2000 seiten da geschrieben also richtig heftig und das wurde erst wie soll ich sagen von den bischöfen nun so abgelehnt und die haben gesagt hey was ist das das blasphämie und so und dann hat sie einfach das haben die das kaputt gemacht oder verbrannt oder was weiß ich und dann haben sie das einfach hat dies einfach noch mal quasi geschrieben aber noch ausführlicher einfach auch aus dem kopf und noch immer durch vision und das krasse ist ja du weißt ja bei unseren heiligen die verwesen ja nicht und die ist auch nicht verwest also das heißt das ist safe und das hat mir der samsung kennst du ja auch hat mir das empfohlen jetzt muss ich halt richtig lesen also das wird heftig ich glaube wenn ich das dann gelesen habe ja dann werde ich jedem thema marie auseinander nehmen wenn wir noch mal einer kommt von wegen das normale oder sonstiges bei denen ich hier so auf den senkel damit wirklich das ist zwar nicht als relevant aber es nervt mich trotzdem ohne hände ja es ist also ja deswegen ich kann dir auch noch mal einen link schicken zu einem video woher ich das habe mit den erkenntnis ist 12 johannes 12 morgen das ist auch ein sehr sehr schönes video und da wird auch gesagt warum wir sag ich mal in der hinsicht maria ehren und so weiter weil ich weiß nicht wieso die protestanten oder keine ahnung was sowieso die sagen ja mach immer nur eine normale frau man muss ja auch diese ganzen weißt du in allem wollen sie gleichnisse finden oder parallelen aber bezüglich maria dass das lassen sie ruhe also das ist ihnen egal soweit man muss ja auch verstehen zum beispiel als maria drei monate bei elisabeth war und was da in derselben stadt in der hinsicht da wird ja auch getan hat damals mit der bundeslade und so maria hatte ja die bundeslade in sich in der hinsicht also den herrn jesus christus und david liebt ja auch drei monate lang und es heißt ja als die bundeslade zu elisabeth kam also so maria mit der bundeslade als sie schwanger war da hüpfte ja johannes in ihrem bauch und so weiter und das ist auch ein gleichnis mit david als er die bundeslade gesehen hat dass er auch gehüpft und getanzt hat und solche sachen sich gefreut hat das sind auch so schöne gleichnisse dass das ist das erste diese sachen alle ja wenn du wirklich ins detail ist findest oder sehr so viele sachen und das nächste was halt so ist warum hat dann gott sie auserwählt ja das ist ja das nächste was die machen gerade so als hätte das edel x beliebige ich nehme es einfach so und so einen gescheuerten namen als wäre es jede x beliebige die gara von der ecke gewesen weißt du und dass das ist einfach nicht normal man also will ich nicht noch mal erstens warum hat er sie ausgewählt zweitens wir gehen ja davon aus dass wir ja thema maria aber je marik ich weiß gar nicht wenn ich dann will ich damit jetzt auch triggern aber ich habe jetzt noch mal fragen wollte auf jeden fall gibt es da viele punkte so weißt du es gibt doch auch exorzist exorzismus dinger und videos und sobald der name maria genannt wird reagieren die genauso allergisch wie auf jesu ja warum denn wenn sie einfach nur normale frau ist und keiner sich für sie interessierten anführungszeichen warum passiert das denn also gibt es mehrere sachen hat es nicht so schickt den christian david sticker ein moment gibt es mehrere sachen die dafür sprechen dass er keine normale frau ist und deswegen steht in der bibel lobpreisen mich alle geschlechter warum sollte dieser satz einfach in der bibel stehen wenn er komplett irrelevant wäre ja das gibt viele zum beispiel christian david weil du dich gerade ja reingesendet hast er sagt ja auch zum beispiel nie da spricht jesus ist ein nieder spricht nicht jesus auspricht maria sie sagt und lobpreisen soll mich alle geschlechter also hat gesagt er hat mich er hat mich jetzt dann noch was ich jetzt noch mal extra die stelle also wenn da jesus spricht leute also das ist jesus kurz ne ich werde es nicht sagen das ist ja schon was für mich wenn ich das nur äußere warte mal kurz krank da musst du festhalten dass jesus sagt und dass der herr die niedrigkeit seiner markt erkannt hat oder irgendwie sowas gesagt haben und selig die geglaubt hat dass sich erfüllt was der herr ihr sagen ließ da sagte maria weil das steht da doch noch ja meine seele preis die grüße des herrn und mein geist jubelt über gott ein retter denn auf die niedrigkeit seiner markt hat er geschaut sie von nun an preisen mich selig alle geschlechter mächtige vor allem steht ja nichts dazu noch denn der mächtige hat großes an mir getan und sein name ist heilig also 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 sagt jesus quasi über sich selber oder das ist doch also also jetzt mal ohne spaß also also erst mal arme natürlich auf die aussagen aber ohne spaß kannst du nicht ausdenken so was wirklich das krasseste ist ja ich habe von links von mir als der christian david so oft den epheser brief vorgelesen bekommen das kannst du nicht vorstellen ja ich glaube dass das einzige was er richtig kennt dann immer wenn irgendwas ist mit der dunkelheit auf der sagte immer immer eine fiese brief rein da kommt er mit einer exegese von was weiß ich von der sekte und mir dann irgendwas erklären das ist so durch mit dem sind david habe ich so oft gestritten weil er hat mich einfach auf instagram irgendwie gefunden und dann hatte seine frau hat mir einfach geschrieben mein mann zu sprechen blablabla und hat mich da ein bisschen beleidigt also ganz leicht nur und solche sagen denke ich mir so bitte was ist das ist dann los das war auch lustig der doch flex gefunden nehmen wir auf insta und er hat ja mal geschrieben mit den chat jedes mal mit flex live war flex ich hab dir auf insta geschrieben guck mal oder so und ich denke mir alter ja klar flex hat nichts besser zu tun als deinen nachrichten dann immer zu lesen und dann hat er auch mir geschrieben weil ich war ja zeitweise immer bei flex oben also jeden stream ja am anfang dann hat er mir auch immer geschrieben so der flex soll man seinen nachrichten gucken ich habe ihn geschrieben auf instagram alter er ist so ein typ vor allem was ich auch nicht verstehe guck mal der dd der geht da hast du mal gesehen wie er bei christen reingeht und wie er bei muslime reingeht hast du den unterschied mal gesehen aber ich weiß dass du bei uns christen immer sagt die die rede thema wird in islam und blablabla hier hättest doch gerade ihr spaltet darum da immer wir ja und bei muslimen macht er das dann auch und der war bei liebe zu mal dies oder so drin und sagt liebe zu mal dies dabei haben die ich weiß nicht mehr sagt dann einfach zu ihm halt mal die fresse oder halt mal maul oder so direkt ruhig wie ein kätzchen und bei uns schreit der warum ohne ende das ist so krass noch mal das alte testament ist der was kontext ja ist schon klar ist schon klar und das täuschung deswegen also ich würde es nicht also die geschwester hat ja gemeint johannes und dann er hier die ersten also fünf bücher mose aber ich würde es persönlich nicht so machen sage ich ehrlich also wenn ich jetzt neu wäre komplett in der bibel weil viel wird das abstecken ich also wenn du zum beispiel jetzt noch mal sage ich mal die bibel lesen würde es wenn sie sich schon kennst dann wäre es natürlich auch schön wenn du zum beispiel genesis 12 und johannes 12 nebeneinander liest dass du die verständnis bekommst verstehst du das geht klar weil ich meine sind das erste mal die lese dann johannes und dann matthäus und sowas genau ich würde jedem empfehlen erst mal dass das evangelium zu lesen auch mit den briefen von paulus und dann erstens alttestament zu gehen weil das problem bei zum beispiel hier sicario ist er hat angefangen mit alttestament und er hat gemeint ja ich sage euch ehrlich leute das ist zwar nicht kein nix gültiges und somit töten oder so aber das ist schon brutal auch und alles habe ich auch zu meinen der bruder lies erstmal johannes dann verstehst du auch was da abgeht und warum das so ist und blablabla aber hat schon gesehen hat schon zu mir gesagt er checkt auf jeden fall dass die bibel einen tiefen kontext hat und das nicht so wie im koran ist eine suche an die andere geklatscht aber sonst war es sportlich haben uns aufgefallen das aber manchmal auch jetzt zum beispiel schon die schon kapitel nicht immer direkt nach dem anderen volk zeitlich weiß ich mein also mal das macht auch manchmal so ein paar springe manchmal auch noch mal zurück und so das hat mich am anfang immer verwirrt ich das gar nicht mehr so im kopf hatte manchmal wird was erzählt und dann im nächsten kapitel geht es weil was und was vorher war so was passiert gott sagen nicht so oft ja genau denn wir reden über vladimir putin hast du gut erkannt ja du hast du auch immer morgens streams hast du auch das gefühl morgens kommen die beklopptesten leute in den chat jeden fall aber ich habe immer irgendwelche bekloppte leute im mainstream die leute sagen auch immer zu mir ich weiß warum du siehst immer die dümmsten da kam sogar mein kind gestern bei mir hoch in den streamen sagt einfach so gestern oder vorgestern war das sagte einfach allah ist besser als die gottes besser als allah oder irgendwie wie hat er gesagt doch gott ist besser als allah oder allah ist besser als gott dann denke ich mir so hä an da heißt doch gott so gar keinen sinn der sagt einfach gott ist besser als gott die leute was schreibt dieser eigentlich vermisst das sehe ich ja jetzt erst warum redet ihr da über das nägel leute was los mit euch oder haben sie ja zwei gefunden im chat ja wie und sie soja das sind ja super haben sie ja zwei pfosten gefunden leute ja wir sind viele arzt leute ist hier kein müsse drin oder was ach so wir haben ja eigentlich auch ein gast hätten immer gerade aus haben wir gar nicht hallo ja stimmt aber das glaube ich sehr jung muss sehen habibu hallo 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 ich höre ihn ja aber deswegen bist du hochbekommen was du wolltest du was sagen man hört dich gar nicht nur man hört dich nur nicht ich höre ihn warte mal kurz was wolltest du sagen du wolltest was nicht sagen okay einfach so hochkommen oder was ja ja rohre salom laom christus kent mal hoch ich bin noch hn da gibt mir dies nach misslich kein morgen Worum geht es hier? Wir haben jetzt gerade kein festes Thema gehabt. Ich habe vorher Kirchenväter gelesen, dann haben wir kurz über die Bibel ein bisschen gesprochen und jetzt hatten wir gerade kein Thema. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, alle kommen hoch, ohne dass sie was reden möchten. Irgendwie strange. Ich wollte erst mal gucken, was das Thema ist. Ich kam hier rein und ihr habt nur darüber gesprochen, dass keiner redet. Wie gesagt, wir haben über Bibel gesprochen. Einfach. Oh, Abus-Zug ist überredet. Ja, genau. Da wir auch sonntags, da sonntags Leute normales nicht frei haben, genau Harzer Treffen. Oh Mann, oh Mann, Leute. Geht ihr heute in die Kirche? Ich will eigentlich, aber das heißt, ich muss durchmachen. Ich habe quasi durchgemacht. Ja, ich auch. Also bis jetzt. Hallo, mal willkommen. Hallo. Hallo. Ich frage, wo steht Jesus Gott? Ich weiß es nicht. Lockout, ja. Überall. Immerall. Wer Jesus nicht als Gott sieht, ist kein Christ. Amen, Bruder. Warum, warum alle wir reden? Eine, sprechen, eine Antwort machen. Ey, ey. Aber wo steht im Koran Mohammed ist Poveta? Jungsu. Wo steht im Koran, dass Jibril ein Engel ist? Oh, Jungsu. Aber in der Bibel und im Koran gibt es bestimmte Verse, die sagen, dass das nicht Jibril ist, der mit ihnen redet, sondern ein anderer Engel. Nein, ich weiß es nicht. Wann Sprecher gewesen? Oder wo steht im Koran, dass Isa sagt, ich bin der Messias? Oh Gott, wieso steht du so nicht eh, was los du bist? Isa das selber sagt, glaube ich, steht da wirklich nicht drin. Natürlich steht das nicht drin. Ja, keine Ahnung, ich habe das Ding drei, viermal gelesen, ich habe schon wieder gefühlt, alles vergessen. Wir kommen doch noch mal zu uns und sagen, zeig mir, wo Jesus sagt. Da musst du dir einfach fragen, okay, zeig mir, wo die Brie gesagt hat, da ist ein Engel oder Isa gesagt, ich bin der Messias. Aber jetzt mal ein Real Talk, wie dumm ist das eigentlich, dass der im Koran als Messias steht. Jetzt mal ehrlich, das ist das dümmste am ganzen Koran fast schon. Das ist wirklich so was von dumm. Und was denn? Gar keinen Sinn, dass das Isa der Messias ist im Islam. Das macht wirklich null Sinn, Mann. Doch, da muss sagen, die Christen abwärmen konnten und sagen, es ist die Wahrheit für die. Versteht du das? Ja, ich habe ja schon, aber macht es so aus theologischer Sicht gar keinen Sinn. Ich habe, strenggläubig, ich habe das gepostet, sie hat so ein cooles Bild gehabt, aber ich habe das nicht mit dem Handy, glaube ich, wo sie dem die miteinander verpflichtet werden und einfach der der Islamische keine Bruchfeiungen hat, gar nichts gemacht hat, was eine Traube im Leben eingehaucht da war es wichtig, dass hier im Chat steht, ich habe da steht, machst du die ganze Zeit wach oder bist du wieder aufgewacht? Ich war am Schlafen wie normaler Mensch seit 23 Uhr und bin aufgestanden mit einem normaler Mensch. Okay, so ein Spiel hast du wieder alles verpasst. Es gab es noch umsatz. wir haben viel lesen, also es gab jetzt keine Debatten. Wie ist das schon wieder? Ja, ich habe Hunger. Also, Rose, wenn das so reinschriften steht, dann wird sich aber was ändern in der Situation. Los, wenn ich leider nicht, ich würde natürlich direkt was zum Essen bringen, aber ich safe weit von weg ohne kann ich leider nicht helfen. Nein, meiner neben die keiner. Wenn sie bei der Nähe wohnen würde, würde ich trotzdem nichts zu essen bringen. Ich würde mir selber was zu essen bringen. Das glaube ich dir aufs Wort. Nächste Liebe, ja. Ja, ich erst mal liebe ich mich selber halbe Stunde. Na ja, aber ich merke ich, da muss du zu gesündert sind, ich fühle ich vergraben. Ich schweiße das mal. Und ihr habt noch gar nicht gestorben. Christuskind ist hier Jungs hat es los mit euch an. Äh, ist heftig. Christuskind hat es geschlafen zwischen Durch bisschen. Man muss sich raus. Was ist das? Ist das eine Schwester? Rose? Nein, ich bin noch gar nicht aufgestanden. Wenn ich aufstehe, würde ich sagen, wenn ich nicht aufstehe, warte. ich muss einen Kaffee machen. Rechten Bein. Mittler. Mittler. Das dritte Standbein. Stabilität. Ich gehe kaputt. Aber ich nicht verstehe, warum sind wir jetzt wieder 29 Leute. die nichts Besonderes zu verfehler manchmal nicht. Ich glaube die Wohne dass ich sage und ich habe nicht gesagt abos youtube mache jetzt die zuschauern zahl direkt wieder down ja es kommt das raus schon kommt von dir glaube ich horst ne hier ist ein raus schon bei mir wieder eine frage wie heißt der kollege türke morgen gott sing ja ich habe so ich brauche raus die fender penst du eigentlich irgendwann auch mal du 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 merkst ne ich bin die ganze wach ich habe so in den letzten in der letzten woche sag ich mal einfach so nicht wegen schulstress aber allgemein einfach bin ich irgendwie immer weil ich müde war direkt nach der schule eingeschlafen und dann die ganze zeit geschlafen und dann morgens auf also morgens 2 uhr aufgewacht nach 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 naja jaja studiert ich merke schon aber jetzt mal spaß beiseite ja ich habe vor dem jungen bruder hier sehr viel respekt ist in seinem jungen alter schon aus islam raus kennt sich sehr gut in der bibel aus sein alter das wirklich gesegnet wir mit echten namen weiß ich nicht genau wie hieß der vorher meint zu wegen seinem muslimischen namen oder was nein der meint ob man ihn hier auf tiktok kennt so keine ahnung weiß ich nicht unsere babbel das wird ja die fänder der meinte ob man dich kennt als muslim ach so naja ich war ganz oft damals auf mann account gar kein bock geht so welcher das war ich war schon oft so in streams oben aber was auch bei mir oben aber schon mal unten bestimmt so diese dings argumente gebracht warum ist jesus gott wenn er essen und schlafen muss bestimmt so ein tiervogel gott kann nicht gott schlafen oh mosul gottes segen oder mossen so leute was machen wir jetzt wir reden über welches such original oder gefägt hast du mal geflügel zu tun gegessen ich habe das das netz gegessen das hat eben ganz komisch geschmeckt ich weiß nicht das war mit zu haus das habe ich schon alles aber kein geflügel kann sein ich weiß nicht schön separatoren gleich aber zu druck hast du ich weiß was ich gucken wollte noch was schon meine scheine zu gegessen sogar nicht doch das gibt es ja natürlich woran was wo gibt es das nur das nicht immer lehrer sind so viele auch balkanwerken aber wo kommst du her ich auswanderer ich bin deutsche warte kurze sachen hier liebte auf die frauen hier zu belästigen jahre sind natürlich hier stumm mit der jetzt nicht vollgas ja der schreibt hier ordinären sachen der solch mal beherrschen für morgens die kommt und mal ruhig es gibt das was du gehst das ist kein reis also ein roter reis kultisch das ist ein buch nein war kein reis das ist nein das war wirklich reis gibt es bei uns auch roten reis was ist mit euch es gibt weiß was das war wirklich tomatenreis aber auch noch so ich hab mir ich hab das heute noch gegessen ich hab mir das so sehr gerne ich so fertig einfach gemacht so mediterran reis das ist einfach so reis der ist dann auch rot mit so aus dem tomatensoße und hat so richtig viel so auf jeden Fall gewürzt ne hm ja wolfgang das stimmt so nicht das ist äh äh das heißt eigentlich auch anders deswegen habe ich nach herkunft gefragt ich wollte gucken irgendjemand hat doch gemeint die master krass hätte doch hier irgendwas wegen islam gesagt müssen wir das gucken hat das jemand was denn noch mal habe ich nicht verstanden was denn noch mal habe ich nicht verstanden was denn noch mal habe ich nicht verstanden na irgendwie hat doch gemeint dieser master krass dieser dahil hätte doch jetzt den islam verlassen oder so bisschen zumindest mal herbluten naja der ist irgendwie daraus er hat gemeint er kann ich andere er kann beim eltern oder so nicht erzählen dass ein gott glaubt mit zwei händen oder irgendwie sowas wolfgang noch mal so tschuk heißt eigentlich bastorma und kommt nicht aus albanien und bockst euch bockst euch das bastel mal aber nicht was anderes bastel mal schinken bastel mal schinken bastel mal schinken bastel mal schinken und das kommt das reich zettel egal die älteste pizza ist dafür von uns lahmajim wir haben uns wir haben uns erfunden wir haben uns wir haben uns erfunden wir haben uns dünner erfunden wir haben nur kebab erfunden es ist hier nur so ein video wie jetzt die vogel da drauf und das ist jetzt kein moslem mehr ne der ist jetzt ein der war doch vorher war mit oder so jetzt ist da keiner mehr na weh du was bist du frau oder man jetzt das ist das 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 ich bin das ernst ich habe das sogar im traum gesehen also das habe ich hier schon ein paar mal erzählt ich war mit meiner mutter in der kirche und genau von dieser kirche habe ich geträumt wie der papst am altar steht und alle leute um den stehen und ich stehe am eingang und schaue nach links auf ein bild von jesus und damit war klar ich brauche keinen papst jesus ist die einzige das ist das das war binden wirst das soll im himmel gebunden sein der farb ist da muss man es kommt abhalten aber jetzt zu sagen also ich weiß was bist du das freikirchler nicht unbedingt aber ich gläubiger christ einfach ja du musst ja nicht unbedingt aber wie gesagt hat er deine meinung haben aber aber da waren wir haben es als problem bezeichnen finde ich schon krass nicht als prophet falschen prozent ich brauche keinen der der mir religion predigt ich habe meine antworten und fertig ich finde wenn überhaupt finde ich die position des partners falsch ja kommen bruder hat selber patriarchen alles kommt ja wir haben patriarchen aber wir haben keinen patriarken der unfehlbar ist und die vollständige machte über die kirche hat das ist so und so leicht wie das jetzt ist das auch ich frage mich auch normale patriarchaten außer das römische immer noch orthodox sind aber das ist immer anders müssen wir jetzt nicht schreiten wir können ja wieder über mir auf die sieht und ihr für sie zu hören wenn man das ist ja wie freikirche aber christus kind ist der katholik kinder ja das war jetzt jede klassifizierung so ein bisschen darunter machen gegenseitig und dann den muslimen zeigen dass wir das wir können egal egal wie uns manchmal hier streiten über konfessionen wo wir das bei mir ja eh nicht machen wir können niemals so abgeben wie schier und so nie das kriegen wir beim besten will die beleidigen sich auch dermaßen krass dass das können wir niemals das bringen wir niemals sagt ihr christen seit mehr als die schier kommt sagt ihr christen seit uns mehr als die sun ist sie sind so krank die mögen sich schon weniger noch als anders klinik ist es mit dem stand von aber der kuran zugleich und die leute aber die auslegung ist komplett verschieben hier hört sich nach popkorn an gestimmt herz ja Süß! Herzinfacht! Guck mal, Marouche, der macht die Kasse vor dir. Ich denke, ich schaff dir damit an. Niemals fängt er damit an, ja? Niemand denkt, die Leute wirklich schnell zu hier auf Hohen rücken, ne? Ist da einer am Zappen oder was? Ja, Marouche ist der Spieler, der. Wie gesagt, ist das doch dein Herz an der Türste. Danke, 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 danke. Warte mal. Es ist Wüte, oder? Wo ist der Wüte? Marouche! Warte kurz. Ihr könnt ruhig reden, ich will nur was von euch. Ich kann nur grad nicht reden davon. Ich habe auch noch mal bekommen. Ja, Beat hat mir mal... What the fuck? Danke, ich hab dich noch nie was schicken gesehen. Das ist ja mal übel krass. Danke dir, mein Bruder. Merke, ich hab dich noch nie was schicken. Nein, ich mein nicht, oh Mann, man hat es so zu bitte. Ich meine nicht an mich, ich mein generell. Ich hab da so nie bei ihm gesehen. Vielen lieben Dank, was das jetzt bitte. Oder wirklich? Der will dich anspornen dazu. Nein. Ich hab mal für den Headhunter gearbeitet. Und auf jeden Fall... Und auf jeden Fall... Und auf jeden Fall... Ey, das ist wirklich ernst gemeint. Du bist eben bereit von deinem Handy. Ich weiß nicht, ob nur ich die schlechte höre, aber irgendwie höre ich mich nicht wirklich. Ja, klar, wir machen mal 3er. Ja, jetzt habe ich die wieder nicht verstanden. Aber was? Hat schon mal von der Lehre gehört. Vielleicht kenn ich jetzt das Künstler dann mal aus. Aber in der katholischen Kirche, dass nur Katholüten gerettet werden? Ey, das ist doch... Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Was bist du von Orthodoxy? Nee, ich wollte nur. Das ist ja nur eine Frage, weil ich selbst nicht weiß. Das ist kein Angriff. Ich habe das Angriff direkt. Naja, aber du bist doch phyzantinisch, oder? Ja. Was war die Frage? Er hat gefragt, ob wir wissen von der Lehre, dass die katholische Kirche sagt, nur die katholische Kirche sei rettet. Hm. Ob die katholische Kirche was sagt? Das ist, ob die katholische Kirche sagt, dass nur wir rettet sind und die anderen Christen alle nicht. Aber man mag mal katholische Kirche, auf jeden Fall errettet. Ja, also so wie die Orthodoxen, so auch die Katholiken, ne? Nein, die Katholiken noch mehr errettet sind. Na klar, die Katholiken, also die katholische Lehre sagt, kein Heil außerhalb der katholischen Kirche. Und die Orthodoxen sagen, kein Heil außerhalb der orthodoxischen Kirche. Aber das Ding ist, die Orthodoxen in der Hinsicht sind ja auch Katholiken, ne? Warte mal, die Orthodoxen sind aber nicht so. Ich kenne das immer so, wer Jesus findet, äh, findet das Paradies. Na, die Orthodoxen. Ne, doch. Tut mir leid. Hört mal an. Aber du sprichst dann wieder auf Badmins Wort, ey. Ich kann mir noch was sagen, ne? Du kennst aber auch. Er redet immer noch. Also, darf ich auch noch was sagen? Ja. Hört mal an, was du hast, so. Ich hab mich nicht nur errettet, weil die genug Kohle hat. Was? Was? Also, aber was ich sagen wollte, die Fenster, das ist ja bei dir in der Lehre auch quasi so. Also, das ist ja, wie gesagt, das ist ja... Das Ding, ne? Wenn wir zum Beispiel zu den ersten Büchern gehen müssen, zu den ersten Kirchenvätern, so, dann ist doch klar, dass die Orthodoxen auf den Katholiken zurückgreifen müssen. Deswegen, das was mit Katholiken und Orthodoxen in der Hinsicht, ähm, ja, bei den Orthodoxen ist es eigentlich so, sie haben den Papst, aber sie legen den ab. Das ist der Punkt. So. Also, wir haben sie auch, aber sie nennen das anders, äh, Zollstation. Biljoko haben sie eigentlich auch, was nicht checken, nur sprechen sie das anders aus. Ja, ob es eigentlich im Endeffekt das gleiche ist fast. Ähm, und was ist noch anders? Ja, die Taufe hat die Taufe, das ist anders, ne? Achso, jetzt hätte ich gesagt, jetzt bring doch den Punkt mit der orientalischen Kirche, dass sie eigentlich auch die Physik mitgeben haben. Ja, bei den Orthodoxen ist es ja so, dass sie innerhalb der Orthodoxen selbst diese Spaltungen haben, bezüglich einer Torellehre, zwei Torellehre, was bei der Katholiken nicht der Fall ist. Ähm, ansonsten sind sie auch nicht so gut wie fast gleich, ne? Okay, äh, schon mal schon mal. Ähm, samsung, tatsächlich habe ich mir Berichte über den Papst angeschaut und er selber sagt, dass er das nicht verbietet, sondern, ähm, ja, er ist halt eher befürwortet, dass man nicht heiratet, weil, wie es in der Bibel geschrieben steht, ja, der Mann, der eine Frau hat, kümmert sich um die Familie und der Mann, der keine Frau hat, kümmert sich um die Dinge des Herrn, ne? Und, ähm, aber der Papst selber hat, äh, Priester und was weiß ich was im Vatikan, mit denen er zusammenarbeitet, die auch verheiratet sind und Kinder haben, also der hat kein Problem damit. Viele sind das immer so streng, ne? Was kommen wir mal drauf an, welcher Papst, ne? Wie? Papa Francesco, also Papst Franziskus. Ja, aber du sagst ja, der lebt das so aus, das kann doch nicht sein, wenn man ja sagt, dass, äh, der Papst Vertreter Gottesdorf erben ist. Ja. Wie bitte? Der Papst Vertreter Gottesdorf erben, richtig? Boah, ich höre dich so schlecht, ich weiß nicht, ob es mein Handy ist, oder? Das liegt an dir, wenn immer was ist, nichts zu machen, wenn andere gemerkt wird. Er hat gefragt, ob der Papst der Stellvertreter Gottes auf Erden ist. So hat er gesagt, ich kann dir gerne nur die Sätze dann sagen. Ja, bitte sag's mir dann einfach. Also ich nenne ihn nicht, ähm, jetzt, also viele denken damit das gemeint, dass er Gott auf Erden ist, ne? Aber das ist definitiv nicht der Fall. Sondern das, was, oh ne, Jihan, habt ihr denn ernsthaft hochgeholt, ihr werdet das so schnell bereuen, aber egal. Äh, äh, Jihan, warte kurz bitte, lass mich ausreden. Ähm, auf jeden Fall. Ja. 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 Ja.